Wieder gucken, wann die Mods an sind. Let's go! Schon gleich? Jetzt müsste... We live! Basti, was geht? Was geht ab? What's up, what's up? Albin! Albino, Bro! Es geht ab, Zika! Brigitte, was geht? Yo, Brian, was geht? Wo ist Neuss, Leute? Heinrich, was geht? Simon, was geht? Wo ist Neuss, Leute? Billy, was geht? Splegs, was geht? Billy Eilich, was geht, Bro? Koray, was geht? Es geht ab, es geht ab! Frohes Neuss, Leute! Frohes Neuss, 2024! Wir sind gut reingerutscht! Wir sind gut reingeslippt, Leute! In 2024! Derence, was geht? Ryan, was geht? Spontaner Stream heute! FC Bayern, was geht? Let's go! 2024! Erster Fortnite-Zweben! Erster Fortnite-Zweben! Erster live! 2024! Hatte noch Geburtstag auf cool! Oha, krass! Erster, erster Geburtstag haben es auch wild! Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall! Nachträglich! Herzlichen Glückwunsch! Einmal Herzlichen Glückwunsch! Es geht ab, Leute! Achso, gestern, ja! Ja! Easy, 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 easy! Easy! Erster Stream! 2024! Yes, Sir! Bist du auf Fortnite? Ja, ich checke jetzt ShopUp! Erstmal ganz entspannt ShopUp checken! Ganz wichtig, Leute! Ob da was wildes am Start ist, ne? Ja, Mann! Gucken, was wir am Start haben! Heute Community Games! Wir machen wahrscheinlich nachher Solo Cup ohne Bound diesmal! Und einen Duo Cup ohne Bound! Ja! Wahrscheinlich später! Oh, Jonathan mit einem Euro! Vielen Dank für deinen Support, Bro! Jonathan, danke für deinen Support! Und Harusa mit zwei Euro! Frohes Neues, Bruder! Dir auch! Frohes Neues, Bruder! Danke für deinen Support! Dir auch, Bro! Danke für deinen Support! ShopUp ist gleich wie immer! Bruder, was machen die? 2024! Die hauen nur Müll da raus, Alter! Also, die hätten was Cooles eigentlich machen können zum Neujahr, ne? Sure! Was will das? Ich hab jetzt mal Chat eingeblendet! Cool, sogar die Donations sind eingeblendet! Krass! Emo 74! Emo 74 mit zwei Euro! Danke für deinen Support, Bro! Danke für deinen Support, Bro! John Wick ist am Start! 2024! Boah, eine Million Leute spielen! Recht viele! Recht viele! Recht viele! Das ist aktiv, ne? 600.000 ohne Bahn! Wild, wild, wild! Auch krass! Dings spielen nicht mehr viele! Lego und Racing! Bisschen abgeschissen! Ja, Mann! Nichts langfristiges, muss man sagen! Also, Fortnite eher zum Ballern, ne? Also, Racing ist mal komplett! Ja, Mann! Timo mit einem Euro! Vielen Dank für deinen Support, Bro! Oh! Timo, danke dir! Der Skin Contest! Boah, eher nicht heute! Also, ich denke eher Dual Cup ohne Bauen! Und Solo Cup ohne Bauen! Und da gibt's jeweils was zu gewinnen, Leute! Ist ja klar! Wieder V-Bucks! Genau, genau, genau! Miese V-Bucks! Das war's schon mit einem Euro! Und Timo mit einem Euro! Vielen Dank für euren Support! Danke, Support! Let's go! Wir checken Shop ab! Ja, Mann! Immer noch Dragon Wall, Bruder! Mhm, mhm, mhm! Warte, gibt's diese Wolke? Diese Wolke ist eigentlich wild! Es gab's in der Wolke zum Fliegen! Oh, die Hacke ist nice! Die Hacke ist nice, oder? Stimmt, sowas kann man auch mal aufdaten, ey! Die ist sehr wild, oder? Leute, coppen oder nicht? Flop oder Soppt? Neues Mitglied, und zwar Emo74! Willkommen in der Brownie Gang, Bruder! Herzlich willkommen! Genau! Wenn wir Videos aufnehmen, Mods, ne? Dann müsst ihr Mitglieder-Chat anmachen! Wegen Chat, ne? Damit das nicht hier aus dem Ruder läuft! Welche Nachricht? Oh, stark! Stark, Albin! Stark, stark, stark! Der ist ein bisschen groß, ne? Die Hacke, ne? Aber ist schon besonders, aber ich glaube, du siehst dich schnell daran satt! Die Hacke? Ja, finde ich jetzt! Jonathan mit 1,50! Fetten Dank für deinen Support, Bruder! Oh, danke für deinen Support, Jonathan! Fetten Dank, Bro! Beste Grüße an dich! Boah, zu fett ein bisschen, ne? Sehr fett! Ja, ein bisschen, boah! Eigentlich ist schon mächtig! Ein bisschen too much, Monkey! Was geht's? Gesundheit, Bro! Danke, Bro! Oh, Spitzschwert! Mhm, mhm, mhm! Das ist ein richtiger Sperr, die Hacke, fast, ey! Ich schwör, das ist richtig lustig! Hast du die Haupen angeguckt? Was ist das denn? Kilian, aha! Interessant! Oh, neues Mitglied! Niklas Bier! Willkommen in der Brownie-Game, Bruder! Niklas Bier, willkommen! Der sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen! Danke an alle Gesundheit von euch! 6! Kilian Mbappé im Shop! Emo, 7-4! Danke für deinen Euro, Bruder! Und Harusan Kantayara mit 2 Euro, Bruder! Danke für deinen Support! Muss Kelvin weit fahren zu dir! Ne, 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 nur 10 Minuten! Ganz entspannt! Wo er nur 10 Minuten voneinander fährt! Und Feizo mit einem Euro! Danke für deinen Support! Und Adrian Duda mit 6 Euro! Seid die Besten! Du bist der Beste, Bruder! Danke für deinen fetten Support, Bruder! Stabiler Support, danke dir, Bruder! Der ist gar nicht schlecht! Guck mal, dieser Kilian-Skin! Ja, den mein ich eben auch! Thai Bro mit einem Euro! Danke, Bruder! Der ist langfristig, ne? Der ist clean! Der hat was! Der hat was! Aber ich brauche ein paar nice Frauen-Skins! Ich brauche ein paar nice Frauen-Skins! Kannst du, hast du noch... Wie weit könntest du mir den schenken? Ich habe 3500! Ich habe jetzt auch noch 150! Wie viel kostet der? 1200! Natürlich könnte ich uns den beiden besorgen! Einfach mal so... Der ist nice, ne? Also für die Abwechslung! Komm, holen wir! Wir holen wir! Leute, wenn ihr Dings kauft hier, ne? Creator Code Prankos! Ihr wisst Bescheid! Auf Gönnung! Niklas wieder mit einem Euro! Danke dir, Bruder! Danke, Bro! Hast du eine Instagram-Story gemacht? Noch nicht! Noch nicht! Erstmal! Achja, komm, machen wir erstmal eine Story und dann gucken wir uns den Bruder hier! Der ist nicht schlecht, Leute! Halb Cyborg, halb Mensch! Hausern wieder mit zwei Euro, Bruder! Danke dir für deinen Support, Bruder! Die Spenden laufen ja perfekt zum Jahrestart! Ja, Mann! Frohes Neues an alle! Du hast aktiv, Leute! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues für deinen Support, Bro! Werden immer größer, Leute! Ja, Mann! Brody wächst und wächst! Wie Unkraut! So, machen wir noch eine Story, knallen wir hier raus! Lockerflockig! Dann geht's rein! Lockerflockig! Frohes Neues, Brothers & Sisters! Und Relaxo mit zwei Schweizer Franken, Bro! Danke, Bro! Guten Abend, Jungs! Wie lange streamt ihr heute? Boah! Nichts geplant jetzt speziell, ne? Freestyle, ne? Aber danke für deinen Support, Bro! Bis 1-2 wahrscheinlich so, ne? Gucken! Wollt wahrscheinlich drin sein, ja! Gucken, was heute drin ist! Aber bis 0... Safe, safe, safe! 1-2 gucken wir dann! Aber wir haben... Entspannt, ja! So, wir hauen noch eine Story raus! Hast du... Nice! Bekommen auch mal direkt Benachrichtigung! Leute, ich hoffe, eure Glocken sind aktiv auf jeden Fall! Basti mit 2,50, Bruder! Create-Account ist nicht drin bei dir! Wie, wie, wie? Oh! Wurde der rausgenommen? Leute, kann sein, dass ihr immer updaten müsst! Ich glaube, der wird ab und zu rausgenommen! Leute, ich gebe ganz vorbildlich ein! Creator Code Prank Bros! Ganz wichtig, Leute! Ganz, ganz wichtig! Suchen! Wenn der Haken drin ist, habt ihr drin! Wow! Niklas mit 2,50! Fetten Dank für deinen Support! Ihr seid die Beste! Du bist der Beste, Bro! Und Tutorials mit Victor! Mit 1 Euro! Vielen Dank, Bruder! Victor, danke für den Support, Bro! Oh, jetzt ist es drin! Warum ist der... Warum ist der... Warum ist der rausgegangen? Jede 14 Tage! Sooo! Oh shit, man! Nein! Ich passe ganz nicht mit meinem Code, geholte los! Alle 14 Tage Creator Code Prank Bros! Ihr wisst! Ihr wisst! Was? Wie läuft denn das jetzt mit dem... Wie der war raus? Äh, wenn du bei... Was geht's hier an? Wenn du bei Shop bist, kannst du den Creator Code unten eingeben! Unterstütze einen Creator! You know, you know! You know, you know, you know! Meinst du die Zuschauer, dass die ihn immer alle 14 Tage eingeben müssen? Ja! Um sich meine Dings nicht, oder? Ja, sonst geht der weg! Oh, okay! Krass, dachte er einmal im Monat... Tutorials winnt! Victor wieder mit 1 Euro! Danke für deinen Support, Bro! Nach zwei Wochen wird der automatisch entfernt! Krass, wusste ich gar nicht! That's absolutely crazy, Bro! Musst du wissen! That's... Absolutely... Crazy, Bro! Heute können wir auf jeden Fall mal eine Modrunde machen... Genau! Wir können auch eigentlich... Zur Aufwärmung ein bisschen... Zum Aufwärmen mit Albin und so... Bisschen mit Mods zocken, wenn ihr Bock habt! Safe! Wir werden jetzt immer zum Ende... Wenn ihr Bock habt, kommt schon mal... Ja, komm! Ich mach schon... Ah, nee, nee, warte! Erstmal Story raus hier! Story, dann besorgst du den Skin und dann kommen die Mods rein! Genau! Dann machen wir ein bisschen zum Aufwärmen ein bisschen... Mod-i-Mod-Mod-Runde! Vielleicht ein bisschen mit Leder auch! Und dann versuchen wir ein bisschen Challenge! Später machen wir, Leute! Wenn ihr am Start seid! Solo Cup! Oh yes! Ohne Bauen! Und Duo Cup! Ohne Bauen! Es gibt wieder 1000 V-Bucks zu gewinnen! Für Du natürlich für jedes Mitglied Taui V-Bucks! Also 2000 zu gewinnen! Und Solo Cup 1000 V-Bucks zu gewinnen! Ja! Du wirst doch! Hier gibt's immer was zu gewinnen! Ja man! Und wir haben Bock! Spin again! Spin again! Spin again! Spin again! Ich kann's nicht zocken gerade! Schade, schade, schade! Okay! Aber kein Stress! Ergibt sich noch! Easy, easy, easy! Jetzt live! Jetzt live! Jetzt live! Jetzt live! Jetzt live! Ich weiß gar nicht! Kann man das sehen irgendwo? Offline 19! Verborgen! 100! 180! Boah! Ich weiß ja! Aber es geht! Es geht! 700 kann man haben! 700! Lösch die anderen! Okay! Ich spame dich voll! Ja wenn Leute zu sehr spamen und so, dann lösche ich die auch! Genau! Zuverlässige kann man immer am Start lassen! Aber bis 700 geht noch fit! Sooo! Auch noch Story raus! Yes! Rausgehauen! Jetzt live! Victor! Thanks für den Euro! Danke für deinen Support Bruder! Danke dir Bruder für deinen Support! Okay! Hast du das Story rausgekommen? Jonathan! Gönnst dich hier! Direkt im Schlepp den Eierkorb! Stempel der Eierkorb, Bro! So! Let's go! Also! Also! Ich hole mir erstmal diesen Kilian Skin hier! Was ist das für eine Hacke? Okay! Der ist nice und clean! Okay! Rückenteil ein bisschen unnötig! Sehr unnötig! Kann man ja austauschen! Kann man nur den Skin holen? Ah ne! Ist alles zusammen los! Okay! Verschenke an Freunde! Ich guck mal! Und die Ironie ist, ich trinke gerade einen Schaumigen! Vielleicht hört man es noch! Okay! Ich hab dir gegönnt! Oh! Sehr geil! Geschenkt! Geschickt! Du hast Erfolg! Ich glaube nach einer Runde kriegst du den dann! Ah! Eigentlich müsstest du den ja jetzt im Spint haben! Oh! Da ist der im Spint! Guck mal im Spint! So! Neues gehen in der Sammlung! Kylian Mbappé! Ah! Er muss neu starten! Okay! Oder nach der Runde glaube ich! Nach der Runde auch! Okay! Dann mach ich erstmal ne Runde! Dann muss ich raus! Ich mag das auch wenn die mehrere Styles haben! Oh! Das hat sogar... Hä? Okay! Fast gleich einfach! Einfach Maske! Er muss seinen Banner ändern! Okay! Mein Banner ändern? Was bedeutet das genau? Wie Banner? Ich weiß grad nicht was ein Banner ist! Jan0817! Willkommen in der Brody Gang! Neues Mitglied! Willkommen Bruder! Die Gang wird größer! Ja man! Hä? Von wem ist das denn? Dieses Lama! Ein paar Rückenteile brauch ich auch noch nice! Ich hab gar nicht so nice! Samurai! Banner! 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 Das war eigentlich geil! Von dem Ninja Turtle! Aber den haben wir ja wieder zurückgegeben! Ah! Der hatte eine nice Hacke! Die hätte ich gerne behalten! Nice! Okay! What the hell! Is going on here Bro! Okay! Welche Mods sind am Start zum zocken? Modi Mod Mods! Zum aufhören bisschen zocki zocki! Quixi bis am Start! Kann 21. Okay easy easy! Ah! Lobby! Sonst können wir auch mit Mitgliedern zocken erstmal! Banner! Ah! Okay! Okay! Jetzt hab ich den bekommen! Geil! Snickers Creamy! Sehr wild! Danke für die Beschreibung! Sehr, sehr wild! 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 Lill Tilki mit einem Euro! Danke für deinen Support, Bruder! Danke für deinen Support, Bro! Sehr wild, Leute! Snickers Creamy! Very creamy! Crazy! Frohes Neues, Leute! Streamlike nicht vergessen! 2024 Bros & Sisters! Oh yes! Mitglieder, schreibt mal euren Fortnite-Namen rein! Und dann hätte ich ein paar Mitglieder! Genau! Erstmal eine schöne Mitglieder-Runde, ne? Waren wir zum Aufhören ein bisschen mit Mitgliedern! Und so gibt man auch immer direkt was zurück! Können wir auch echt immer generell zum Reinkommen machen! Genau! Was braucht eigentlich? Schreibt euren Namen! Oh! Stark, stark, stark hier! Genau! Erstmal kurz Mitglieder-Chat! So! Ryan! Hammer! Der Film! Der Film! Panda! Der Film! Let's go, Bro! Let's go! Oh, oh! Pommes! Oh! Let's go, Bro! Oh! Oh! Zu viele Mitglieder hier am Start! Ja, man! Echt viel erklärt! Ich freut uns sehr! Ich glaube, Ryan hat die schon! Ah, 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 ah! Nicht Spammitglieder! Not Spamming, please! Sieben! Let's go, let's go, let's go! Okay! Komm! Ich add noch! Noch zwei! Ah, Billy Ananas! Ah, du hast es eben geschrieben! Hab ich es gesehen! Hab ich es gesehen! Komm! Ah, hier FC Bayern! Martin! Martin! Klappt! Yo, Bro! Let's go! Let's go! Let's go! Zocken ein bisschen mit den Mitgliedern! Schickt Anfrage! Dann machen wir Team! Okay, reicht jetzt erstmal mit Namen schreiben? Reicht, reicht, reicht! Kann ich alle auf einmal hätten! La Familia! Jetzt am Start! Aber euch zuzugucken ist einfach spannend! Oh, sehr korrekt! La Familia hat gleiche Skin! Ne, ihr müsst nicht zocken, Leute! Also, ihr könnt doch einfach noch zugucken! Easy! Okay! Wir zocken ein bisschen mit den Mitgliedern! Bisschen aufwärmen! Aufwärmen! Let's go! Let's go! Let's go! Bisschen aufwärmen! Ganz entspannt! Ah, Mann! Ganz entspannt, Leute! Frohes Neues an alle! Auf ein geiles 2024! Ja, Mann! Auf ein freshes Jahr! Stream like nicht vergessen! An alle! Like it! Like it! Like it! Ja, wir wechseln ab! Nach der Runde machen wir andere Mitglieder! Genau! Immer schön durchwechseln! Genau! Ich denke mal, wir machen so drei Mitgliederrunden! Und dann könnten wir eine Challenge probieren! Genau! Da sind wir auch schön warm! Dann machen wir eine Challenge! Challenge! Später machen wir! Solo Cup nicht bauen! Gewinner bekommt 1000 V-Bucks! Und Duocup nicht bauen! Gewinner bekommt 1000 V-Bucks! Ja, Mann! Dicke Gewinner am Ende! Und ja, Mann! Jeder kann nicht beweisen! Ja, Mann! La Familia! La Familia! Wollen wir wegwacken! Markus mit einem Euro! Danke dir für deinen Support, Bruder! Danke, Bro! Markus Rühl, Bruder! Ja, Mann! Später! Schöne Solo Cup! Und Duocup! Wir haben noch zwei Codes! Sonst müssen wir noch ein paar Codes nachkaufen! Genau! Lass, wir machen mal die! Oder gucken mal, wie es läuft! Genau! Wir gucken mal! Vielleicht holen wir dann noch nach! Gucken mal, ob wir noch einen Skin Contest rausknallen! Aber, boah! Ich weiß nicht! Wir haben jetzt viele gemacht! Wir haben jetzt viele! Wir müssen die erstmal noch auf YouTube alle hochladen! Ja, nicht um zwei oder drei! Chill, chill, chill! Ne, so Cup! Denk ich mal gegen 23 Uhr immer so! Solo und Duo Cup! Fängt so 23 Uhr an circa! Oh doch! Jetzt geht das cool! Oh, das ist nice! Elegant! Hat was! Hat was! So, Jungs! Wo landen wir? Oh! Okay, okay! Und machen wir! Schön goldene Stadt! Dick aufwenden! Ja, Mann! Pleasant! Pleasant Park, Bro! Let's go! Ja, wir wollen ja warm werden! Direkt! Ja, Mann! Der Cup 23 Uhr! Start mit circa! Solo Cup! Ja! Ohne bauen! Und danach ein Duo Cup ohne bauen! Genau! Wir haben noch zwei Codes! Und zwar gibt es immer, ja, tausend Vivax zu gewinnen! Ah ja! Für den Duo Cup brauchen wir eigentlich zwei Codes, ne? Also müssen wir eh Codes kaufen nochmal! Ah ja! Wir holen einfach noch ein paar nach! Genau! Easy! Genau! Erster Cup beginnt 23 Uhr! Guck, was die Community drauf hat ohne bauen! Ja! Let's go! Oha! 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 Boah! War noch mein letztes Mal gezockt überhaupt! Boah! Ihr hatten viele, Alter! Boah! Seit letztem Stream, ne? Dann war der noch mal! Hm... Kommt mir so lange her vor grad irgendwie! Mhm! Sure! Na aktuell zocken wir echt nur bei den Livestreams! Ja! Okay, sind einige Leute am Start! Ja man! Genau, Freitag war ja Horror! Deswegen! Ja! 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 So ne... Ich hab's erstmal vor! Dann hat gezockt! Stimmt! Stimmt! Gönn dir! Gönn dir! Alles gut! Wow! Jan mit zwei Schweizer Frankenbro! Danke dir! Danke! Schöne Grüße an Marc! Wir machen erstmal Mitgliederrunde! Oh! Feuerwerk? Ach so hier gibt's Feuerwerk! Noch gar nicht gesagt! Hallo! Oh! 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 Ich geb meinen Schatz! Das bringt Feuerwerk! Oh! 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 Kylan Mbappé. Als ob die alle schon weg sind. Die Pros benutzen es ja auch. Ich schwöre, Fortbewegungsmittel. Mal gucken heute beim Nicht-Bauen-Cup, was da das Setup ist. Bei unserem eigenen Turnier haben wir gesehen, das Fortbewegungsmittel. Vor allem das Lädchen auf, starten wir nach nur vier Dinger, dann sind die weg. Ja, das ist sehr geil, das ist ein sehr langfristiges Teil. Ja, hier sind Kronen. Auf jeden Fall Blue Life. Brauchst du einen Mini? Die geben immer Fufis. Beste. Drei Runden Mitglieder runter, ja man. Danach versuchen wir erstmal eine Challenge zu machen. Genau. Und 23 für der erste Cup. Little Cupy Cup Cup. Wow, wow, wow. B-Line mit 2,50. Danke dir für deinen Support, Bruder. Peace. Könnt ihr mal grüßen. Schöne Grüße an Maja. Schöne Grüße an Maja. Schöne Grüße an Maja. Schöne, schöne Grüße. Was geht dir ab? Was geht dir ab? Was läuft hier? Oh, Snipe, Bro. Oh, wichtig, wichtig. Oh, ich liebe das Scope. Das ist das beste Scope. Das ist ein Scope, das ist komisch. Okay, woher mit uns? Ist hier G-Class? Wenn jemand Mini nehmen kann, ne? Geld durch. Da vorne waren out. Wow, Markus mit 5 Euro auf trocken ohne Nachricht. Danke dir, Bruder. Danke für dein Sofort, Bruder. Super. Ah, passt noch 2 rein, ne? Ja, ein bisschen drauf. Können die anderen. Lamborghini. Huracan. Fastet ihr dieses Jahr wieder einen Tag mit? Safe, 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 safe. Einen Tag Fasten-Challenge wieder. Können wir nicht mehr machen. Vielleicht extreme Version mit trainieren und alles. Oh, ja, Mann. Fasten-Extrem. Nur Wasser erlaubt, ne? Gar nichts. Oder gar nichts. Gar nichts. Ohne Trinken. Ohne Trinken. Ohne alles. Das ist schon hart. Weil mit Sport und so ist heftig. Können Fencing Fields die Medaille einschulen. Waffen machen. Wilde, wilde Musik hier. Jetzt kann ich die wieder nicht ausstellen, ne? Rafa World mit 2 Euro auf trocken. Danke dir, Bruder. Rafa World. Wir danken dir für den Support. Oh. Nein, der geht runter. Stabil, Bro. Aber ist die Musik, ähm, Dingens? Ach, du musst, glaub ich, ausmachen. Die ist safe, ne? Ja, ist sowieso. Ich hab ja ausgestellt, diese Lizenz. Ach, die Dings sind runtergefallen, ne? Egal. Unsere Brüders. Komm, holen wir die Runde oder nicht? Easy, oder? Safe. Erste Runde? Eigentlich easy, oder? Leute, Stream-Like nicht vergessen. Ob wir das abgepackt haben, ey. Ich will mal auf. Let's go. Äh, ja, lass reingehen, lass reingehen. Jawohl. Jawohl! Fuffi liegt hier, oh, goldene, was ist das? Ich war mit. Furkan mit 6 Euro, fetten Dank für deinen Support. Kannst du Ömer, Ehren und Furkan grüßen? Ömer, Ehren und Furkan, schöne, schöne Grüße und fetten Dank für deinen Support, oder? Ömer, Ehren und Furkan, schöne Grüße. Okay, Last Resort, oh, hier ist ein Spieler, hier ist ein Spieler. Ein Spiderman, oh, einer passt da an, ich brusche den Tod. Einer habe ich hier. Was denn, was denn? Oh, hier, hier. Noch einer draußen, pass auf. Hier war einer. So, Tannenbaum-Skin, ganz wild. Der muss direkt sterben. Oh, es kommt noch ein Team, glaube ich, es kommt noch ein Team. Aufpassen. Ja. Da oben ist der. Lass auf Dach irgendwie. Bro. Komm, hier, Bruder. Hier, Bruder. Direkt hier. Zweite, Tannenbaum. Immer gleiches Zeichen. Oh, ich muss alles nachladen. Ganz wild. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Boah, es sind noch mehr, Leute. Alter, auf, auf, auf. Nein. Nein. Mokko mit einem Euro, fetten Dank. Und B-Line mit zwölf Euro. Vielen, vielen Dank für deinen Support, Bruder. Ich liebe euch, deswegen gönnt euch Ausrüstung gegen Game Master. Vielen Dank für deinen Support. Danke für deinen Support. Und Markus wieder mit zwei Euro. Schade, schade, schade. Ich schwöre immer diese Tannenbäume, Bruder. Ich hasse die. Das sind immer Streamsniper. Ja. Immer. Koray klärt. Komm, Koray klärt, Bruder. Koray klärt. Koray, Bro. Du machst das. Du holst es alle. Links ist einer. Augen, oben, über dir. Hinter dir. Pass auf. Neben dir. Links neben dir. Oh, da ist Tannenbaum. Den musst du killen. Aus Prinzip, aus Prinzip. Nur den Tannenbaum, Bruder. Schade, 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 schade. Egal, egal. Waren viele. Kamen auf einmal alle gesandwiched. Ich glaube, es waren Streamsniper, diese Tannenbäume, Bruder. Ich glaube auch. Du kannst mir nichts erzählen. Du kannst mir nichts erzählen. Wow, der Franz Minze mit 10 Schweizer Franken gönnt euch Ausrüstung. Danke, Dick. Wegen dir werden wir es schaffen, den Game Master zu besiegen. Okay, neue Mitgliederrunde. Genau. La Familia und Koray, danke, dass ihr am Start wart. Bitte einmal lieben. Und Simon mit einem Schweizer Franken. Fetten Dank für deinen Support. Und genau, die anderen Mitglieder. Oder ich gehe kurz raus. Die anderen Mitglieder bitte einmal anfragen. Calvin auch. Panda habe ich gerade. Ja, doch, habe ich gerade geedit. Und Billy Ananas, let's go. Okay, Calvin noch. Und dann. Yes. New round. New round. New round. Leute, ich habe gerade zu viele. Ich kann noch mal. Ich kann noch mal beiden. Ich kann noch mal beiden. Oh, 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 ich kann noch mal beiden. Danke für deinen Support, Bruder. Du bist so oft am Start, Alter. Crazy. Danke dir, Bruder. Klazer Typ, Mann. Danke für deinen Support. Beste Grüße zu dir in die Schweiz. Ja, Mann. Okay, Calvin, komm rein. Warte, ich schicke dir eine Einladung. Dann, Freunde. Soll ich noch mal? Warte, ich schicke dir noch mal. Ich habe angenommen. Okay, perfekt. Okay, danach machen wir noch mal. Vielleicht machen wir ein paar sogar noch mehr. Bitte Geduld, Mitglieder. Bitte Geduld. Nicht Spam, nicht Spam. Nicht Spam, nicht Spam. Ich werde gleich noch mal. Ich schwöre, später. Fortnite-Zimmer machen wieder Auge. Bei unserem Glück wieder. Safe, 23 Uhr. Leute, heute Fortnite Cup um 23 Uhr machen wir. Nicht bauen. Solos, der Gewinner bekommt 1000 V-Bucks. Und danach Duos. Beide Gewinner bekommen 1000 V-Bucks. So sieht es aus. Genau, seid am Start. Bin gespannt, was die Community drauf hat. Stream, Like nicht vergessen, Leute. Abonnieren, Glocke aktivieren. Markus wieder hier auf Trocken mit einem Euro, Bruder. Was geht denn mit einem Euro? Thanks, Bro. Stabile Handeln am Stemmen hier. Aufwerfen, Paffling Flaks. Erstmal aufwärmen hier. Hab Calvin zwei Challenges geschickt. Ja, hat er mir geschickt. Da waren coole Sachen wieder dabei. Aber wir haben noch vier Stück am Start. Also, komm gar nicht hinterher gerade. Mokko wieder mit einem Euro. Danke dir, Bruder. Mokko, wir danken dir. Let's go, komm. Diese Runde gehört uns. Ja, Mann. Diese Runde gehört uns. Jetzt muss epischer her. Ja, Mann. Ein epischer muss heute im Minimum geholt werden. Mitbauen war letztes Mal. Dieser Cup ist jetzt erstmal ohne Bauen. Bin echt gespannt ohne Bauen. Weil wenn man es krass bauen kann, ist man auch halt gut. Genau. Mal gucken, ob es jetzt einen krassen Unterschied macht. Ob hier ein Ziegenzüchter wieder kommt oder so. Ja, Mann. So ohne Bauen. Auf jeden Fall. Kann man auch Solo in Duo spielen? Natürlich. Ihr könnt auch Solo versus Duo machen. Könnt da rasieren. Easy. Matteo mit fünf Schweizer Franken. Danke dir für dein Support, Bruder. Oh, Matteo. Danke für das Wort, Bruder. Dann kommen die Mitglieder dann den Code wieder als erstes. Falls ja, wie funktioniert das genau? Genau, müssen wir noch gucken. Und zwar schreiben die Mitglieder dann am besten ihren Discord-Namen. Dann gebe ich den Code den Mods. Und die Mods werden euch den Code dann geben auf Discord. Genau. Genau, damit die Mitglieder keinen Vorteil haben. Let's go. Ist das das Schloss? Ja. Ich mag das Schloss irgendwie sehr. Echt nice. Schöne, schöne Map. Ziegenzüchter hat vorhin gefragt, ob ich den Code geben kann. Ziegenzüchter hat vorhin gefragt, ob ich den Code geben kann. Oh, wir werden wieder aufmischen. Ich will ihn nur Mitglieder geben und Quixi. Genau, genau. Nur Mitglieder. Okay, wir nehmen das Haus hier ein. Let's go, Bro. Let's go, let's go, let's go, let's go. In Squats ist immer so viel los, ne? Mhm. Es gibt Trio und du und Trio ist ein bisschen entspannter. Ja. Squat manchmal verliert man die Übersicht. Aber man geht schon gut ab. Das kenne ich noch gar nicht hier. Wow, 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 wow. Langenthal. Bern is back. Mit 10 Schweizer Franken. Danke dir für dein Support. Oh, mein ganzes Gesicht hier. Ich wünsche euch noch nacktlich einen guten Start ins neue Jahr 2024. Alles Gute und viel Spaß noch. Vielen Dank für deinen Support und dir auch, Bro. Danke für dein Support. Frohes Neues. Viel Gesundheit. Ganz gut in die Schweiz, Bro. Und Erfolg, Bro. Damit fällt das ein Stopp. Ah, ein schönes Auto hier. Erst mal ein paar Drohnen drin. Das geht, ja. Wo ist die Drohne hin? Die ist einfach hier drin, Alter. Mit Drohnen aber im Haus? Ja. So. Okay, 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 okay. Ich spiele jetzt auch mal mit einem Fortbewegungsmittel. Sehr, sehr wichtig eigentlich. Auch Endzone, richtig wichtig, ne? Um abzuhauen und so. Oder manchmal, wenn man ein Low-RP hat. Um Abgang zu machen. Langenthal-Bär mit 5 Schweizer Franken. Danke, ihr zwei. Vielen Dank dir, Bruder. Boah, danke für deinen Support, Bruder. Tresor offen. Nein, nein. Muss ja nochmal. Ah, ich glaube. Ne, war das aber nicht? Ah, hier ist die Karte. Was ist der Brille? Hier oben. Kann man die Waffen verbessern, Alter? Let's go. Boah, ich hasse das. Keine Waffen verbessern, Alter. Ja, wir haben das. Snipe, die Snipe, 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 Snipe. Ah, ne, Stromgewehr war das. Ein bisschen Gold. Oh, das bräuchte ich langsam Gold. Okay, komm. Geschenk. Let's go. Wow, wow, wow. Okay, lass G-Class packen. Aber, boah, hier sind richtig viele Autos im Stock. Gibt's SUV-Skins? Gibt's gar nicht, ne? Hab's noch nie gesehen, man. Aber bestimmt bald noch mit KS und so. Ja, wär nicht voll nice. Vor allem, was leistungsstark ist, man. Ja, wär auch nice mit Boost, Alter. Ja. Habt ihr gar kein Blue Life? Warte, knallt euch mal hier Minis rein. Minis, Bro. Vercheckt. Ja, ich glaub, geht auch im Auto. Wir sind noch Minis. Gehört euch. Kannst du nicht so einstellen, dass eine Roboter-Stimme automatisch Doni vorliegt? Boah, weiß ich nicht, wie das geht. Weiß ich noch nicht, wie das geht. Aber kenn ich. Ich weiß, was du meinst. Wie kriegt man den goldenen Namen jetzt eigentlich nochmal hier? Ab einem hohen Rang auf jeden Fall, ne? Die Frage ist, auf welchen Level. Mach nicht. Ja, falls welche da Müll schreiben, ist halt doof dann, ne? Ja. Ja. Oder Spam oder sowas. Das ist halt doof. Hm, ich glaub da oben geht was ab. Goldenen Namen nach 100. Ach, ab Level 100. Okay, okay, okay. Stimmt, welche Level bin ich eigentlich? 56, glaub ich, ich brauch Level 64. Oh, zwei Medaillen hier. Eine links, eine rechts. Ah, geht was? Und uns. Oh, ja, ja. Geht jetzt, hab ich raus. Easy, easy. Die pushen, die pushen. Easy. Let's go. Oh, da war ein Sniper. Oh, da war ein Sniper. Oh, ja, hier im Bus. Ja, Peter Griffin. Oh, da war ein Sniper. Wer kommt dahinter? Oh, der holt da. Shit. Hier kommt noch einer, hier kommt noch einer von unten. Was hast du auch gesnipt? Ja, ich hab mit Peter Griffin gefightet. Aber easy, habt ihr, habt ihr. Pass auf den Sniper auf hinten, ich krieg hinter Felsen. Kiko mit 2,50. Danke dir, Bruder. Lieber aus Streams, ihr seid meine Kindheit. Fetten Dank, Bruder. Ein kleinen Support, Kiko. Freut uns sehr. Oh shit. Alter, ey, der wird vergissen, ey. Pass auf, pass auf. Von der, hält mir, hält mir. Oh, ey, ich... Einfach krabbelkupfer mit vier Leuten. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt angepusht. Peter Griffin, Bruder. Ah, ich komme jetzt wieder Griffin, ja. War, Level 100 und keine goldenen Namen, die bekommt man erst ab 101. Okay, okay, okay. Ach so. Wollte Streamlike nicht vergessen. Shii, man. Shii. Das war's. Peter Griffin bombt alles weg. Mal gucken, ob Panda es noch macht. Panda, wir zählen auf dich. Bau dir neues Leben auf irgendwo. Die Last League auf Pandas Schulter. Panda, du Masters. Masters, Bro. You can do this. Let's go. Nur noch dieser Peter, glaub ich's, ja. Nur noch dieser Peter Griffin. Peter Griffin, das Biest. Der hat auch die Medaille. Sie ist grad. Was macht der da? Oh. Du musst den snipen, Bruder. Oh. Auch der Doppelgain stark. Schade, kein Heal, Bruder. Zocken mit, äh, Mitgliedern. Bisschen zum Aufhören. Bisschen, bisschen Aufhören. Danach nochmal eine Mitgliederrunde. Yes. Yes. Danach erstmal ein bisschen Duo. Kronus noch drin. Hm. hmmm froh, dass ihr nachdenkt und geil, dass ihr wieder aktiv seid ja man, guck mal auf, was neues Bruder was rein ist oh, schade 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 Jungs Kiko mit 2,50 danke dir Bruder so kann man Mitglied werden bei euch erster Link in der Beschreibung müsstest du zur Mitgliedschaft kommen genau, haben wir da nochmal verlinkt ok, neue Runde, neue Runde noch eine Mitgliederrunde danach erstmal ein bisschen Duos warte mal ein bisschen too much jetzt habe ich eingeladen so, 2 Mitglieder, ist Faceway Mitglied ich bin gar nicht sicher Faceway wer ist Faceway oh und Ryan habe ich gesehen ok, nice, nice, nice ok let's go, komm wir rocken jetzt, komm ok hab ich das gerade angenommen ich glaube Mokros ist hm 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 ich hab eben angenommen Faceway komm froß Neuss Leute, froß Neuss let's go alle Brett Leute let's go Leute 23 Uhr machen wir Solo Cup ohne Bauen Gewinner kriegt 1000 V-Bucks und danach Duo Cup auch ohne Bauen jeder Gewinner kriegt 1000 V-Bucks yes auf Chilimilli auf Chilimilli Leute let's go let's go Jungs wir rocken das jetzt, komm komm mal Zeit komm komm yes sir warte, 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 warte es geht hier verbleibend 5 Stunden 20 Bruder hä what's going on aber richtig viele Leute zocken gerade normales Battle Roy 1,1 Millionen hier 640.000 das ist heftig schon ne Menge Leute, Fortnite ist am Start krass, aber warte Lego und Racing ist glaube ich fast gleich ne Racing 60k Lego 200k so hab ich ja guckt Fortnite ist es einfach Fortnite ist es ist das ein Standardskin hier eigentlich das Standardskin oder ich weiß gar nicht mehr was Standardskins sind das sieht man voll selten ja wirklich auch als Standards von der Farbe ja dieser Wabbeldance alter no Skins hör mal no Skins jesus 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 let's go wie kann man am Cup mitmachen äh teilnehmen ich hau den Code hier raus also erstmal gebe ich Mitgliedern den Code und Mods und dann hau ich den hier raus und dann kann jeder join yes der sich traut wir haben starke Spiele am Start Leute deswegen überlegt euch zweimal ob ihr mitmacht aber wo 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 ja komm komm ist jetzt bisschen schwerer aber komm let's go Simon R Sar Sarcinella mit zwei Schweizer Franken danke dir Bruder für deinen Support auf trocken Bruder Beste Grüße die Schweiz beste Grüße äh Cup ohne bauen diesmal diesmal null bauen letztes Mal haben wir ja mitbauen gemacht diesmal mal ohne bauen komm komm mal Helvinius haben wir das jemals zu uns gesagt oder wie kommt der Alvin drauf ich weiß nicht war ich von uns ein Familieninsider das ist eigentlich so ein Familiendinger woher kommst du auf Kalinius haben wir das mal gesagt ja so ja schon in der Familie aber öffentlich haben wir es mal öffentlich gesagt das weiß ich nicht deswegen oder er hat es jetzt ein Frühstall gemacht ich gehöre zur Familie oder richtige Einstellung jetzt zwei am am fighten ja da unten stark hat er mal eine Waffe wir müssen komplett eliminieren sonst wenn ihr wieder bleibt hier liegt eine A2 mit zwei 50 vielen Dank für deinen Support Bruder kannst du Sami grüßen ich küsse dein Herz Samir schöne schöne grüße und danke für deinen Support Bruder Oh, hier hinter uns, hinter uns. Was will die denn? Steigt da rum. Was will die denn da? Außen nichts, außen nichts, ey. Was ist denn da los? Gönne die mal, Gönne die. Thanks, Bro. Danke, danke, danke. Hast keine Waffe rein? Gönne dir, Bruder. Okay, lass die Stadt übernehmen. Oh, paar Dings drohen. Okay, sein. Schaut, wo seid ihr? Habt ihr? Ja. Stark. Ich brauch Pumpen, Moni. Kiko mit 2,50. Vielen Dank für deinen Support, Bruder. Wow, 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 wow. Wann ist wieder der nächste Skin Contest? Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, machen wir mal spontan. Genau, machen wir spontan auf jeden Fall. Ja, danke dir für deinen Support, Bruder, 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 Bruder. Warte, ich versuch die mal. Was war das denn? Lootbox. Ist hier Peter Griffin, ja, oder? War da hinten, oder? Ah, nee. Bei Snooty ist er. Hier ist aber auch ein Bot. Ah, sieht so ähnlich aus. Oh Gott, gell. Hallo. Hast du ja mal einen Grapplady gelassen? Snooty Snores. Boah, find ich keine Pumpen ohne hier, Alter. Hä? Oh, nice. Boah, was soll ich wegwerfen? Die sind Minis, ne? Wo ist dieser Bot, Bruder? Bin ich verarschen? Wunder mich auch gerade. Ist da unten irgendwie? Was ist der Bot da? Hä? Oh, ganz oben. Kiko wieder mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Könnt ihr meinen Kollege Adrian grüßen? Adrian, schöne schöne Grüße. Adrian, schöne Grüße. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr zu looten. Nein. Jetzt auf, Jackety Jacken. Schönenchen. Okay. Oh, den Roboter. Brothers Kaffeele hat wir hier wieder. Was ist denn Roboter? Wo sind wir hier zu? Marsch der Welt, Alter. das ist schon abgelegen Auto brauchen wir wir können gleich eine Modrunde machen Quixi, vielleicht Trio nochmal bevor wir Duos machen das ist schon das ist schon das ist schon das ist schon Ok, easy round, oder? Lass mal Richtung Rundreel zu. Aber ein Auto wäre wild eigentlich hier, ne? Ja man, out. Autos fehlen hier ein bisschen. Wenn man gerade an so Strecken oder eigentlich hier im halben Marathon läuft. Ok, halbe Lobby weg. Halbe Lobby weg. Ja, da ist ein Auto. Ja man, Streamliken nicht vergessen und Creator groß. Genau Leute, like den Stream. Nicht vergessen Leute. Das Bescheid. Let's go. Let's go. Ok, passt auch. So, jetzt fahren wir lieber hier lang. Jemots können aber auch beim Karten mitmachen, oder? Beim Turnier. Ja klar, klar, jeder kann mitmachen. Mitglieder oder Mops. Easy, easy. Mit alle zeigen was ihr drauf habt. Genau, Mitglieder und Mops kriegen Code natürlich als erstes. Dann wird der rausgehauen. Ja man. Boah, lieber G-Class, komm. Packen lieber G-Class. Passen wir alle schon rein, dass keiner wegfliegt. Ok, können sie eigentlich eine Medaille klären, ne? Ja man. Bruder, keiner an der Medaille. Was ist das für eine Lobby, Bruder? Ganz ruhige Lobby, ne? Entnerlobby. So. Ja man, Karp ist gegen 23 Uhr. Yes sir. Oder als ob hier nix ist. Zu ruhig. Dann lass gehen. Ah ne. Rack ist. Ah, da sind zwei. Zwei. Zwei Medaillen. War einer in die Masse. Höh? Was war das denn? Er flogen. Ist einmal gespawnt aus dem nix. Das. Komm. Geht das schneller wenn wir alle drücken. Ich glaub schon. Platzloot da raus. Oh. Wir haben das nur einmal gemacht in dieser Season, ne? Ja man. Sehr selten eigentlich, ne? Spin again. Spin again. So bekommen wir den Code. Mitglieder kriegen den per Discord. Müsst ihr noch in Discord hier reinschreiben. Am besten schon mal Albin und Quixi auf Discord adden. Damit das schneller läuft alles. Alle Mitglieder. Äh. Albin und Quixi auf Discord adden. Oh mein Gott alter. Ah. Pumpe close. Lohns ja richtig für Squad. Ja mach für Squad. Lohns ja. Denkst du das ist immer angepasst? Ob man jetzt Trio, Duo, was noch mal ist? Ich glaub schon. Schon, ne? Bei Medis. Einer kann ich gern. Nogi mit zwei. Bam. Was sind Bam Bruder? Was ist das denn? Grüß bitte mal Aydin. Erfeuert und Content-Maker. Aydin schöne Grüße und was zur Hölle sind Bam Bruder? Noch nie gehört. Was sind Bam? Einmal Statements. Da kommt jemand. Hey. Hey. Step, Step, Steps. Ich glaub da hinten. Hier waren Steps. Und Medaille ist hier. Die ist zu uns gekommen. Die gönnt uns. Oh da unten. Oh Tannenbomben. Tannenbomben hier unten. Komplett rasieren. Ganz, ganz schnell wegrasieren. Da hinten. Gegenüber. Oh der Sniper so. Ja. Oh. Tannenbomben ist immer was Persönliches. Ja. Wenn ihr wisst. Müsst ihr mal komplett nass rasiert werden. Direkt. Ohne reden. Boah da sind viele Teams hinten. Es gibt einfach mal Pights drüber. Boah. Irgendein White Light. Alles. Da hinten die bluten. Sniper pass auf. Mhm. Von der Seite irgendwie. Pass auf. Ja man. Oh das ist jetzt offen. Eine Knock. Boah das Bro. Hä? Was war das denn? Irgendwie hinter uns. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Da hinten auch. Oh. Ja man da. Was haben die für Scopes Bruder auch. Pass auf der Sniper. Pass auf. Ah ah ah. Keine Chance gegen Sniper jetzt. Egal. Die sind ein bisschen. Egal. Gebt ein bisschen zurück. Rückzug Jungs. Ein bisschen auf die Hand. Die sollen kommen. Die sollen kommen. Die sollen kommen. Ja. Ich hab nichts zum. Äh. Jetzt keine Sniper. Jungs. Was macht ihr? Lass dich nicht im Stich hier oben. Bin hier. Die sollen den Berg hoch kommen. Ah. Zurück. Zurück. Ich seh die. Ich seh die. Genau da. Die kommen rüber. Tannenbaum. Ein Tannenbaum ist dabei. Ganz wichtig. Also ne. Zeig dich nicht. Zeig dich nicht. Die sind am Scope schon. Scope. 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 Können die eigentlich pushen oder? Ich push. Ich push. Ich push. Ich push. Hier sind zwei. Wow. Das macht ja viel moves hier Bruder. Cool. Oh mein Gott. Der wabbelt da rum Bruder. Was war das? Bro. Bro. Oh. Was dreht der sich da? Alter. Egal. Der macht das easy. Der hat mich komplett aber weggemacht. Ich musste mal ne Karte nehmen. Genau. Karte einkassieren. Samt. Squat ist irgendwie nochmal voll anders ne? Das ist manchmal zu. Wenn zwei Teams kommen Bruder. Das sind ja acht Menschen. Dann weißt du dir. Bro. Der Tannenbaum ja. Ryan den musst du eigentlich weghauen. Ohne Gnade. Okay. Ryan baut neues Leben auf. Hab ein neues Mitglied verpasst. Oh. Oh Kiko. Herzlich willkommen in der Brownie Gang Bruder. Willkommen in der Brownie Gang. Danke für deinen Support. Was zur Hölle waren jetzt diese BAM eigentlich? Was ist BAM? Was ist BAM? Google das jetzt. Konvertible Mark. Wird natürlich eh ungerecht. Aber was ist BAM? Ich muss das jetzt googeln alter. Frohes neues an alle. Frohes neues. Stream like nicht vergessen. BAM Währung. Ein konvertibler Mark. Konvertibler Mark Bruder. Ach aus Bosnien. Interessant ey. Krass. Klossische Währung. Krass. Hm. Crazy. Ryan pass auf die Dings kommt. Medaille. An deinem Ass dran. Vielleicht Ryan holt's noch. Hm. Auch noch nie gehört. Ah man. Gar nicht. Guck. Direkt. Das ist so crazy ein Squad. Direkt jetzt vier Mann auf einen drauf ist. Dann kommt noch ne Gruppe direkt. Bruder von vier Leuten Bruder. Das ist zu much. Genau. Danach erst mal Trio mit Quixi würde ich sagen. Ja. Quixi bis am Start. Ich finde Duo. Also Duo und Trio ist am angenehmsten. Definitiv. Also du hast nen Überblick. Es ist nicht too much. Genau. Nogi wieder mit zwei BAM Bruder. Danke dir Bruder. Danke Alter hier noch was. Ich schwöre. Wie dein neues heute dazu gelernt. Ja mach mal. Und spielte wieder Horrorgames immer. Freitag machen wir immer Horrorstream. Ja. Pure Horrorstream. Ja. Aber wir wollen eh jetzt öfter streamen deswegen. Zum Beispiel heute war ja auch nicht geplant. Montag. Genau. Wir haben heute schon darüber geredet mal daily das anzustellen. Außer Samstag. So Freizeittag muss schon einmal sein. Ja. Aber sonst echt so in Richtung daily. Genau. Aber kündigen wir noch an wenn wir das 100% auch einhalten. Genau. Es könnte jeden Tag ein Stream kommen außer Samstag. Genau. Also immer gegen Abend. Genau. Wir wollen so viel streamen wie möglich halt. Genau. Auf jeden Fall auf Instagram verfolgen. Weil da machen wir immer 100% immer ein Update wenn wir live sind. Genau. Folgt auf Instagram. Und hier Glocke aktivieren. Abonnieren. Hier kommt einmal random live. Adi was geht ab. Adi was geht. Ja man. Aktuell random. Was geht. Ja man. Wir machen später Solo Cup. Ohne Bound. Kannst auch mitmachen. Und Duo Cup ohne Bound. Also wenn du Bock hast kannst du wieder mitmachen. Wir haben Taui V-Bucks auf Neck von uns. Und bei Duo natürlich jeder gewinnt. Er kriegt 1000 V-Bucks. Okay Quixi. Danach machen wir eine Trio Runde auf jeden Fall. Genau. Trio ist schon erfüllender. Ja. Und dann erstmal ein bisschen Duo. Noch mal Challenges. Dies das. Okay klärt Ryan das hier oder nicht? Klärt er das? Klärt der Bruder das? Boah Zones Bruder. 60% im Wasser einfach. Crazy. Ryan macht den Camper. Okay ist gegen Squad ne. Jetzt Solo versus Squad. Wie viele Teams sind noch am Start? Ich glaube 5 Teams. Aber sind auch nicht mehr volle Teams. Wie viele Mods gibt es? Gerade 4. Eigentlich 5. Mit Cutter. Also mit Adi. Aber meistens 4 sind immer am Start. Klar. Stark. Mal Mitglied werden könnt ihr. Erster Link in der Beschreibung. Genau. Der Code wird erstmal für Mitglieder und Mods bereit gemacht. Und dann sagen wir den hier öffentlich. Für alle. Yes sir. Anubis. Anubis. Ne. Wer findet Calvin auf Insta auch nicht? Ich heiße Calvin Fitti. Bin am Start. Genau. Ist aber auch in der Beschreibung alles verlinkt. Was geht da? Einfach Wasser fällt. Stark Ryan. Stark. Noji. Noji. Was macht man beim Cup? Wie macht man beim Cup mit? Mit 5 BAM zum 3. Mal. Wir haben Neues dazu gelernt mit BAM. Ja. Auf jeden Fall. Um 23 Uhr. Alpi am Start sein. Verifizieren bei Discord. Aber wird alles so verlinkt. Ne. Wir hauen den Code. Wir machen den Server auf. Mit Code. Und hauen den Code hier raus. Aber Mitglieder am Mods kriegen den vorher. Genau. Genau. Matteo mit 2 Schweizer Franken. Vielen Dank. Wann ist Fortnite Cup? Um 23 Uhr. Startet der Solo Cup. Und danach Duo Cup. Cout kommt rein. Genau. Den Code hauen wir dann hier einfach raus. Und ja. Wer als erstes drin ist, der ist halt drin. Ja Mann. Genau. Der Gewinner bekommt 1000 V-Bucks. Mit dem Duo Cup jeder Gewinner hat 1000 V-Bucks. Stream Liken nicht vergessen Freunde. Yes Sir. Was ist BAM? Wie viel? 1 Euro sind glaube ich 50 Cent. Hab ich es gerade gesehen. Ja. Das ist die bosnische Währung. Oh Gott. Oh Ryan Bruder. Der macht ja Alleingang ja. Der sneaker sich alle einzeln. Boah die Yacht ist mal in der Zone Bruder. Die ist nie in der Zone. Einfach die Yacht. Krass. Das ist geil. Ryan Bruder du machst das. Warte es sind noch 2 Teams. What? Oh. Der Rest ist ein Squat. Ein purer Squat glaube ich. Also ein purer Squat hast du noch an der Backe. Aber wenn du einzeln. Du brauchst eine Snipe glaube ich auf jeden Fall. Um das zu rocken Bruder. Ich weiß nicht Bruder. Du brauchst auf jeden Fall eine Snipe. Wenn du das machst. Maximal Respekt. Ja mann Ryan du machst das. Du machst das Bruder. Ryan. Wir beten für dich. Okay die Zone ist eklig Bruder. Fast nur Wasser. Ich glaube nicht Bro. Die sind am Land auf jeden Fall. Die sind am Land. In einem kleinen Teil der Zone. Tico. 2,50. Bro. Wir danken dir. Kannst du Langwasser bitte grüßen. Danke Bro. Beste Grüße an Langwasser. Schöne Grüße Langwasser Bro. Stabiler Name. Stabiler Name. Stabiler Name. Ryan macht er es oder nicht. Er wird von vier. Gegnern attackiert. Er hat ein Squat im Nacken hängen. Squat im Nacken. Aber du das packst. Aber wenn er die Pose gut spielt. Oh die kommt auch. Das wird eklig. Oh voll offen ne. Ja die meiste Pose. Die sind oben. Die Zone ist in dem Wasser. Aber lass sie kommen. Er hat einen kleinen Teil in der Zone. Am Land. Aber da ist er halt full exposed. No GV damit. Zwei. Bam Bruder. Vielen Dank Bruder. Bam Dicker. Wer gewinnt gönne ich 5 Bam. 5 Bam. Bam ist bosnische Währung. Haben wir gerade gelernt. Genau. Ein Bam. Bam sind 1,50 Cent. Danach noch ne Runde mit Mitgliedern. Danach erstmal mit Mod. Im Trio. Oh starke Pose. Stark. Stark. Ryan macht die Pose gut Bruder. Er macht auch ruhig aber sicher so. Weißt du. Langsam aber sicher. Und die anderen müssen kommen jetzt. Leute. Ryan macht das gegen einen Squad Bruder. Wir beten für Ryan. Daumen hoch für Ryan. Lame hoch Leute. Like in Sweden. Wash. Ski. Man sieh. Wird hart Bruder aber. Du achst das. Ryan du machst das Bruder. Sie sind genau über dir gerade. Auf der Brücke. Oh, er hat eingesnackt, okay, muss heilen, muss resetten. Nein, gut gekämpft Brian, gut gekämpft, schade, schade, sehr, sehr schade. Aber gegen SWAT, Bruder, ist es schwer, allein. Ich finde es krass, er schreibt parallel sogar noch, während er zockt. Als ob, okay, Quixi, Calvin komm rein, Quixi bis online, komm ran hier jetzt, Bro, komm ran Bro, Quixi Bro. Aber erstmal ein schönes Trio jetzt, warum ist Ryan drin, Bruder, wie kommt der jetzt rein? Hä, bist du nicht gerade rausgegangen? Warte, 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 warte. Ach, ich bin dir beigetreten, glaube ich, okay, Quixi, komm ran, Bruder, und Calvin einladen. Okay, schöne Trio jetzt. Ja, man, saftiges Trio. Eins bis zehn, was meinst du, wie du gespielt hast, war gut, Bruder? Schade, war knapp. Sag mal, wie warst du, Bruder, ich sag mal, sieben, stabil, gute sieben, Bruder. Äh, no, G wieder mit zwei Bam, Bruder, danke dir, Bruder, schade, war knapp, ja, man. Schade, schade. Habt ihr eingeladen, habt ihr eingeladen? Ja, du bist auf Klo, wixi, wixi. In Gruppe einladen, achso, ich verwechsel das immer irgendwie. Eben während des Essens mies auf Lippe gebissen, boah, ich hasse das, ne. Rest in Peace, Lippe, Bruder. Streamlike nicht vergessen, Leute. Soll ich auch nochmal auf Toilette, oder? Nein, ich geh gleich nach der Runde, nach der Runde. Äh, Jungs, hoffe, geht euch gut, ich muss gerne weiterschauen, aber muss ein Geburtstagsparty gehen. Und frohes Neues, frohes Neues dir auch, Bruder, gönn dir Geburtstagsparty. Alles gut, Bruder, sind genug Mots am Start. Genau, wir warten auf Calvin und dann geht das Trio los. Achso, warte, wir haben Teams an. Trio. Bin ich eingespielt, ja, easy, easy, easy. Vorhin einen Döner sehr fest, stark, Bro. Ich hab auch, ich hab auch. Lang keinen Döner mehr gegessen, ne. Ich hab richtig Bock mal wieder. Und danach nochmal mit den Mitgliedern. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Eine können wir auch nochmal machen. Und dann du's. Michi mit zwei Schweizer Franken. Vielen Dank für deinen Support. Auf trocken hier. Vielen Dank. Ich glaub, Alvin kann grad nicht zocken. Dürüm oder Döner? Boah, Dürüm ist auch wild. Wenn das Fleisch, da ist nicht so unnötig viel Brot. Dürüm eigentlich wild. Es gab eine Zeit, da hab ich auch jeden Tag Dürüm gegessen. Boah, jetzt hätt ich auch Bock auf Dürüm eigentlich. Schön geiles Fleisch. Jan mit einem Euro. Vielen Dank, Bruder. Wir sind weg. Oh, nice Trio hier. Okay, let's go. Aber Döner halt, das ist auch geil. Ich hab alles geil, Bruder. Dürüm geht so, aber kleckert man. Ja, man, das Dürüm ist kompakt, ne. Das hasse ich bei Raps und so, Dürüm, Alter. Das nervt richtig. Und beim Döner, wenn man keinen Bock hat, lieber einen Teller. Und es ist halt mehr Obst und so drin. Äh, Gemüse meinst. Letztes Döner ist schon eine Weile her. Ja, man hat aber auch lang keinen mehr gegessen. Ich glaube im Sommer oder so, letztes Mal. Ja, Mann, krass. Wie lange hast du mir gegessen, Bruder? Stark, Ryan, stark. Hast gut gekämpft, Bruder. Ja, Mann, Maschine. Sagt dir zu Uludag Beste. Es gibt jetzt sogar Uludag Zero, ne. Heft. Boah, ja, Mann. Es war nicht so süß wie das normale, aber trotzdem lecker. Trotzdem dieser Kaugummi-Geschmack da. Hol mal den GTA-Sound raus. Machst du den, Bruder? Okay. Trio, Bruder. Wolltest du irgendwo Medaille? Lass mal Medaille. Boah, Fields, oder? Komm. Fields, Bruder, komm. Direkt in die Offensive. Da wird hart jetzt. Let's go. Hey. Monclair-Typ. Ich bin enttäuscht. Ich höre der Stocker. Arlem Hauras-Field, ihr wisst Bescheid? Kiko wieder mit 2,50, Bruder. Danke, der Bruder. Könnt ihr Timo und X-Man Deckung grüßen? Ich liebe euch. Timo und X-Man Deckung! Beste Grüße! Was sind das für Namen hier, Bruder? Verrückt. Kickt nach einem Account. Ja, Mann. Aber wie viele gelanget sind? Ich glaub keiner irgendwie. Ich hab gar keinen gehört, Alter. Oh, das war eigentlich sehr nahe. Ein paar Bots hier. Ich bin bei den Bots am Start. Perfekt. Spannende Bots. Oh, wow. Die lasert auf einmal komplett, Bruder. Oh, shit. Ich hab ganz schnell heal. Ich hab's gelasert. Ich hab's gelasert. Ich hab's vor Leben, Bruder. Give me life. Also kommen da Gegner, ne? Oh, Schritte sehe ich da schon. Ach so, sind da Bots. Ah ja, wir sind da Trios. Bisschen entspannter jetzt. Ah, Mann. Bisschen entspannter. Noji wieder mit 5. Bam, Bruder. Danke dir, Bruder. Hier. Für Döner auf Nacken. Grüß. Noji. Amir. Schön, schöne Grüße. Deine Pflanzenfrau, Bro. Bruder, ich brauche Leben. Ja, was ist das? Was ist das? Hat einer Medi von euch? Nice. Oder Verbände, Bruder? Harte raus. Komm, komm, komm. Oh, Bigi. Den lass ich mir nicht entgehen hier. Bruder, die sind bei den Bots, ne? Ach nee, das ist Kelpen. Ja. Zieh, züchter Ali hat mich eingeladen. Der Bruder ist wahrscheinlich wieder am Start heute beim Cup. Deswegen. Macht euch noch was gefasst, Leute. Wer ist noch am Start? Ziegenzüchter. Bruder, wo sind die Medis jetzt aber hin? Egal, ich kaufe mir kurz. Stop, stop, stop. So, ab der Fisch. Ab und der Bunker. Wird noch mal drauf geben. Nein, Mann. Er muss hier fair verdient rein. Sliden oder nicht? Wird hart auf jeden Fall, Leute. Wird hart, wenn der Bruder am Start ist. Ja, Mann. Ohne bauen, aber... Wir haben schon echt gute Spieler am Start auf jeden Fall. Doch, ohne bauen. Ja. Ja, stimmt. Ohne bauen ist noch mal andere Dings, ne? Da kann man noch mal gucken. Weil viele kommen mit diesem Baufilm nicht klar, ne? Ja. Ja. Du musst hier nochmal Tresoreingang? Boah, das ist irgendwo unten, ne? Ich such grad selber. Komm ich hier runter. Ich glaub hier. Wie beweist man, dass man Mitglied ist? Äh, wie meinst du? Achso, für die Mods. Genau. Quixi, Albin, wie können die am besten beweisen, dass sie Mitglieder sind? Am besten irgendwie einen... ...Photos schicken oder so? In Discord. Wo, 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 wo. Ich bin der Pump. Thanks, Bro. Sniper. Stabil, Bro. Hier ist auch Sniper, ne? Zwei Stück. Das Sturmgewehr wär noch wild, aber... ... hab nur Weiße, Bruder. Komm, ne? Warte. Und das? Hast du eins? Das ist nichts wildes. Na, na. Shooter mit zwei Euro. Vielen Dank für deinen Support. Könnt ihr auch ein paar Runden mitbauen? Boah, wir sind nicht so gut im Bauen, deswegen... Kritisch, kritisch. Muss man ehrlich so sagen. Kritisch, kritisch. Da kommt Spimpty trotzdem auf hier. Nur graue Waffen-Challenge hier. Ja, Laser ist gut. Das ist gut. Ist ja ohne. Richtig. Okay. Easy Trio-Runde. Ist recht. Bild schicken. Ja, genau. Schickt also Mitglieder. Bild schicken, wenn sie... Keins schicken. Kein Code. Genau, Mitglieder. Edit. Quixi und Albin auf Discord. Discord-Server ist... Ist der in der Beschreibung? Ja, oder? Da haben wir noch gar nichts reingepackt. Haben wir noch nichts? Oh. Haben wir ja richtig reingepackt. Wir packen auf jeden Fall noch rein. In Zukunft. Sonst, Albin, schick mal kurz den Discord-Link rein. Dann pinne ich ihn kurz an. Ja. Shooter mit zwei Euro. Vielen Dank. Ich meine, im Cup nur ein paar Runden bauen. Achso, ja, letzten Cup hatten wir mit Bauen gemacht. Diesmal wollten wir mal ohne machen. Deswegen... Discord angepinnt. Ach, ist schon angepinnt. Ja. Ah, perfekt, perfekt. Nice. Ist angepinnt Discord. Genau, geht da rein. Edit Quixi und Albin dort. Und schickt ihnen ein Fotobeweis, dass ihr Mitglied seid. Dann kriegt ihr den Code früher. Und macht es am besten jetzt schon mal, dann... Habt ihr den Code nachher safe. Genau. Ja, mal 23 Uhr geht der Cup los. Ich bin gespannt, was für Cracks heute am Start sind. Mal ohne bauen. Ja, Mann. Boah, wenn ich jetzt Grappler nehmen will, was schmeiß ich dann jetzt weg, Bruder? Ich hab mich mal gewöhnt dran. Blaue Leben, Medi? Weißt du? Machst du wirklich jetzt weg? Oh. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Ähm. Ach. Wir sind beschossen, hier geht was ab. Ja, die Minis oder Medi, Bruder? Wo bist du? Wo bist du? Komm, komm, komm. Wir sind ein bisschen weit weg. Geil, als bedeckt, Bruder. Ja. Geil, als bedeckt, Bro. Ja. Ich geh jetzt mal hoch. Ich geh jetzt mal hoch. Du Grappler ein bisschen weggezogen. Ich hab dich nicht weggezogen. Ich hab dich nicht weggezogen. Zwei Monos. Easy. Easy. Gern die Loot. Biggie liegt hier rum. Ganz entspannt. Da hinten geht noch was ab. Vierte Schießerei. Ein bisschen einmischen. Können wir eigentlich mit dem Auto hinfahren. Hm. Mit Anhänger. Let's go. Glaub ich markiert hab. Geht was. Let's go. Oh da oben dieser Berg. Ärmer. Das fette Schießerei immer von rechts hier. Mäßig. Ärmer. Oh da ist mal abgestaubt. Oh stark. Starr. 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 Bisschen PS. Oh shit. Was war das? Wo? Wir sehen uns oben. See you. Irgendwo snipet jemand. Pass auf. Pass auf von hinten irgendwo. Pass auf. Einladig. Von oben. Von oben. Peter Griffin Bruder. Der kommt auch immer aus. Der ist auch so ein Streamsniper skinn Bruder. Pass auf von rechts. Hinter dir. Hinter uns. Nachher dann. Bruder stirbt doch. Bro. Der kommt. Der ist da. Der kommt jetzt. ums auf. Nein. Komm. Noch eine. Noch eine. Trio Bruder. Was war das denn? Einmal. Wenn man Leute hat. Es kommen immer 2000 aus Ecke Bruder. Ja man ey. 2000 Bruder. Nehm mal Sandwich. Schade. 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 Eine noch eine. Ja man. Direkt weiter. Kommt raus. Ach. Nice. Nice. Hast geschickt. Check mir mal ab. Ähm. Ob stark. Ich check die mal ab. Brunsheet Merch. So. Gucken. Hören wir uns mal die Sounds an. Wow. Clean man. Nice. Aber der muss hier anfangen. Direkt bei wow. 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 Direkt da. Aber ich kann auch selber schneiden. Ich hab so ein Programm. Kannst du irgendwas machen nix. Aber Sounds nice. Two new sounds. Ich bin frei. 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 Äh. Reckless. Komm. Reckless hab ich vermisst. Oder lang nicht mehr Reckless gewesen. Da ist auch Medaille, Tresor. Alles was wir brauchen. Alles. Alles was wir brauchen. Let's go. Let's go. Let's go. Ich höre Peter Griffin. Diese Tannenbäume sind sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Da sind wir skeptisch. Oh viele landen hier Bruder. Ja man ich bin hier oben erstmal. Ich bin hier unten Alter. Ich versuch hier hoch aber. Jawohl. Jawohl. Ich bin auch hier. Ja. Oh. Blaues gar alles. Brauchst du Wache? Oh. Das Chrissy ist am Arch. Was gehört bei ihm? Oh der ist bei den Bots. Egal. Wir kommen wieder. Wir beleben dich wieder. Ja wir beleben dich. Ich hab dir ne blaue Dings klebt. Oh. Sehr gut. Scam. Okay. Okay. Die Fight mit dem Bots. Alles oder nichts einmischen einfach. Direkt drauf. Auch wenn sie nicht hochgelootet sind aber. Ah ne ist ein Bot. Ah da. Ach so. Komm. Da rechts. Da unten. Komm. Warte. Einfach drauf. Ja. Zwei Bots hier. Ja. Ich glaub die sind unten im Tresor. Ja die sind unten. Die unten ne. Haben die schon Karte? Ja safe 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 safe. Egal wir können Quicksie eigentlich holen kurz. Ja. Bis oben. Auf ganz trocken. Wo ist der Van? Ich hol Quicksie kurz hinten. Oh hier ist jemand. Oh der ballert Bruder. Oh der ist auch noch ein Team da rechts. Ja. Egal wir machen erstmal Duos Bruder. Ja komm wir rein. Trio und so ist alles schade schade. Egal. Er ist noch ein bisschen Duos. Sollen wir eine Challenge machen? Ja. Ok. Albin Mitarbeiter des Monats hier. Hat schon geschickt. Äh frag an. Lukas. Mit einem Euro. Danke dir Bruder. Danke für den Support. Ich mach jetzt erstmal Duos Challenge. Ja. Was haben wir am Start? Also. Wir haben vier Challenges am Start. Nur mit Schild gewinnen. Dieses eine Schild. Kennst du das? Äh. Nur mit Schild? Also grün? Ja. Ne. Dieses eine Schild. Wo man so eine Pistole hat. Ja man. Nur damit gewinnen. Erster Gegner den wir töten müssen wir sein Loot übernehmen. Und damit gewinnen. Ja. Nur Waffen vorm Zug. Und nur schallgedämpfte Waffen Challenge. Auch nice. Man muss sie aber modifizieren. Oder hält man noch oft mal schallgedämpfte auf? Weiß ich grad selber nicht. Also es gibt natürlich auch welche. Mit Schild ist eigentlich auch geil. Kriegt man noch oft hinterher geworfen, ne? Ja. Das müsste man. Ich weiß. Hab ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Aber Gegnerloot war eigentlich auch nice. Bis man es aber findet. Kann man ganz normal kämpfen. Sonst braucht man das ja Beil, ne? Ja. Eigentlich müsste man das erstmal finden. Ja. Das ist halt der Krampf erstmal. Gleiches Prinzip wie bei Loot von Gegner. Bis man halt den ersten Gegner killt, ne? Leute, was fehlt dir mehr? Schreibt mal rein. Den Gegner? Ja komm. Wir machen den Loot von Gegner übernehmen und damit winnen. Ja komm, komm. Machen wir das. Die war eigentlich gut. Wollten wir auch glaub ich den letzten schon machen. Genau, genau, genau. Wer ist denn einen, der den Tresor grad frisch geknackt hat? Übernehmen. Oder nur Loot vom Boss, kann man auch machen, kann man auch machen. Auch nice Loot vom Boss. Die Frage ist, dürfen wir denn den Boss noch mit der Spitzhacke? Stimmt. Wie killen wir denn? Und die Bots, ne? Was ist da so die Regel? Könnt ihr auch mal reinschreiben? Lukas wieder mit einem Euro auf trocken. Danke dir, Bruder. Lukas, wir danken dir. Erst muss man mal in Skin wechseln. Jetzt haben wir mit dem noch keinen Win geholt, der bringt Unglück leider. Das braucht glaube ich John Wick. Das braucht John Wick, Bro. Ach, wir haben Trios an. Ach Mist. Sicher? Das ist blöd, Alter. Das kommt gar nicht. Wo sieht man das überhaupt? Oh, ja deswegen. Ah, das war gar nicht du. Komm zurück, Lobby. Ja Mann, war das mal gar kein Sinn. Deswegen was? Ja, waren so viele Gegner da, Bruder. Ach so, das macht's. Okay, jetzt du. Hm. Easy peasy. Sonst hätten wir win-easy-gold. Krass. Boss mit grauen Waffen killen. Äh, Karp ist 23 Uhr. Genau. 23 Uhr. Okay, Albin macht mit. Ja, ich schau die besten Codes raus, Bruder, weißt du noch. Ich bin in deiner Runde, Bruder. Ich hoffe, du bist kein Tannenbaum, Bruder. Ja, wir haben Tannenbaum-Phobie. Hol mit uns, Bruder. So. Äh, welche Challenge sollen wir mit der Gegner-Loot-Challenge machen? Das Gegner-Loot. Da können wir eigentlich hier erstmal entspannt, Schatz, ähm, Thron öffnen. Genau, gehen wir Gletscher. Okay, wir machen die Challenge. Den ersten Gegner, den wir töten, seinen Loot, müssen wir übernehmen und damit den Win holen. Das heißt, am besten nicht am Anfang direkt killen, sondern einen mit gutem Loot killen. Das Gute ist, hier, wo wir landen, da ist auch eine Medaille am Start. Äh, wenn er die Medaille hat eigentlich, dann könnten wir den wegsnacken. Wäre nice, müssen wir beobachten, ne? Bis dahin looten wir noch ein bisschen. Ja. Genau. Nur nicht zu schnell den Gegner killen, sonst kriegen wir noch graue Waffen. Ja, Mann. Ich hoffe, da wo wir jetzt sind, landen noch keine. Ja. Easy, keiner hier. Alles für uns. Aber davor dürfen wir Loot nehmen, was wir wollen. Genau. Aber sobald wir den gekillt haben, müssen wir alles wechseln. Ja, sofort unsere Sachen ablegen. Genau, Medis und so dürfen wir natürlich nehmen. Genau, nur Medis, Blue Life. Yes. Oh, hier ist dieses Schild gerade gekommen. So, Schildchallenge besser? War auch mal Schildchallenge. Ja, ne? Aber schon witzig, ey. Dann mit dieser Pistole musst du gewinnen. Also, Leute, das ist manchmal nicht so verschätzt, wenn ihr ein Gegner damit habt. Ihr kennt das. Ihr trefft nicht, ihr müsst auf die Beine ziehen und so was bei der Film. Also, wenn wir jetzt zwei finden, können wir natürlich die Schildchallenge auch umswitchen, weil es heißt, ich lass uns mal hier liegen, lass uns mal hier liegen. Weil die findet man jetzt auch nicht jeden Tag zweimal. Genau, die können wir spontan machen, wenn wir zwei finden eigentlich. Genau, würde ich auch sagen. Dann können wir echt alles über Bord werfen und dann eine Challenge switch. Ah, Mann. Aber das ist eine witzige Challenge. Ah, Mann. Aber das ist eine witzige Challenge. Ah, was soll man denn? Komm, Trampolin. Ja, Trampolin, Trampolin. Da ist schon eine Medaille, Bruder. Ach, ich bin ganz woanders. Ach, hier. Okay, wir packen uns die Medaille. Der hat die schon genommen. Ah, okay. Okay, wir können den looten eigentlich. Müsste auch ein Duo sein. Und deren Loot übernehmen auf jeden Fall. Ah, Mann. Ah, shit. Oh, neues Mitglied Off Aim. Willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Willkommen, Bruder. Herzlich willkommen. Okay, komm, lass rüber. Ja. Am Polin, let's go. Erstmal auf Dach. Genau. Ist hier gerade noch keine irgendwie. Ich glaube, die sind drin. Schön am Looten für uns. Oh, yes. Schön, schön am Looten. Das ist echt das schlauste System. Sind genau hier irgendwo. Muss hier rein? Nein. War klar. Oh mein Gott, Sturzschalte. Ein Leben, Alter. Komm hoch, komm hoch. Ich nehme gerade eins. Ich glaube, die sind beim Tresor, Bruder. Ah, die sind durch den Gully gegangen. Ich habe gehört. Was ist das? Die sind hinten rausgekommen. Hinten im Haus. Nimm dir den Fuffi hier. Hast du noch mehr oder so? Die sind hinten rausgekommen. Ja. Nimm den. Willst du Fuul machen? Dann müssen wir die verfolgen. Ja, ja, ja. Die sind hinten raus. Oder was? Die müssen wir uns packen. Genau die wollen wir haben, Leute. Für die Challenge. Gegnerischen Loot. Komm. Die hauen ab. Gehts, Digga. Let's go. Die hauen ab, Bruder. Kann sein, dass die auch taugen. Die wollen die Medaillen nicht ab. Oh, die sind über uns. Oh, die haben gemerkt, dass wir die verfolgen. Oh, die sind ganz oben. Siehst du? Die haben beide Sniper, Bruder. Die haben wilden Loots. Ja, haben jetzt nicht so viel Spaß. Wir können ein Trampolin packen. Ja, hör mal. Ja, die versuchen zu ballern. Boah. Wir gehen nächstens richtig raus zu schießen, Digga. Oh, das ist mal ein Abgang. Auf den Spahn fett ein Loot. Ich fahr jetzt mal da gerade aus. Boah, 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 boah. Weil die haben einen safe guten Loot. Safe. Ich baue ein neues Auto am besten. Kann man die reparieren hier eigentlich jetzt oder nicht? Ich glaube, das geht nicht. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber wäre eigentlich nice. Ist hier nicht so mal eins? Tanken, ja. Reparieren. Kann man nicht? Okay. Ne, kann man nicht. Oh, da hinten ist eine Medaille. Mhm. Wir brauchen seinen Loot, Bruder. We need it. Ah, das sind die von Reckless. Zwei Medaillen prallen hier aufeinander, okay. Krass. Hier gibt es fetten Loot, Bruder. Wir gehen hier am besten Dachpolitik. Die sind wahrscheinlich Tresor unten. Lass hier aufs Dach auf jeden Fall. Let's go. Let's go. Ah, geht was ab. Sind die unten? Ich glaube unten aber. Oder auch aufs Dach, kann auch sein. Pass auf. Ah, ist da oben. Warte. Komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal hier hoch. Ah. Komm mal hier aufs Dach hoch. Dann lass sie aufbauen. Ne, sind da unten. Die sind unten. Ich denke jetzt wo so. Ja, wahrscheinlich. Aber, guten Loot haben sie. Ah, die spawnen jetzt hier raus. Die sind durchs Gully. Ah. Hier unten. Ah, die sind bei Bahnen jetzt. Echt? Ja. Okay, den ersten Gegner, der will kill, seinen Loot müssen. Die sind jetzt Bahnen, Bruder. Lass sie hoch. Oh, die im Beef. Lass einmischen, komm. Alles oder nix. Alles oder nix, Bruder. Lass sie hoch. Ah, hier ist sie. Son Goku. Einer dauernd. Nice, da ist ne fett epische Raffe. Ist es noch jemand? Okay, ich hab diesen Son Goku genockt. Hier aber noch einer. Ich muss von Son Goku auf jeden Fall. Okay, ich muss von Son Goku nehmen. Wow. Ich glaub der ist hier gestorben. Alles klar. Wir übernehmen sein Loot. Genau. Wir müssen komplett switchen. Alles ablegen. Ich lege jetzt alles ab. Zack. Das war sein Loot hier. Oh, Medaille einmal. Nice. Stabile Waffen. Aber du hast ne epische Waffe. Ja. Okay, mit dem Loot müssen wir gewinnen. Oh, Fertoni hatten die. Ja man, die Waffen dürfen wir nicht switchen. Medi und so dürfen wir natürlich aufnehmen. Ja. Leute, das ist der Loot. Mit dem holen wir den epischen. Challenge beginnt. Achso, Mods. Wenn wir YouTube Challenge machen, immer Mitglieder-Modus an. Also, ist glaub ich grad an. Ja. Richtig. Okay. Was wir warten. Lade alles nach, ne? Ja. Hier ist nochmal Heal. Warte. Mal kaufen kurz. Stimmt. Schön Fufis nochmal reingepressen. Ich hab zwei gekauft. Genau. Hier Bro. Stark. Okay, Waffen nicht switchen, ne? Genau. Wir dürfen halt nur Munition aufheben. Medis und Blue Life. Aber wir uns alles plakatisch. Oh, Sniper gefällt mir sehr. Kleine Pumpe, okay. Okay. Ich hab eine Pumpe wenigstens. Auto ist alles am Start, was wir brauchen. Yes. Let's go. Okay. Saving uns die Runde. Okay. Nichts mehr looten. Ja, man. Stream like nicht vergessen. Challenge beginnt. Ja, man. Like die Stream, Leute. Dem Setup müssen wir gewinnen. Ja, man. Vom Gegner. Yes. Was mit Zone ohne. Alles easy eigentlich. Ja. Alles easy. Ah, ist das eine Tankstelle hier irgendwo? Und so und so auch alles stabil? Yes. Ich glaub schon. Ist das da hinten eine Tanke eigentlich? Hm. Hier? Oh, ne. Ah. Ist einfach noch so ein Häuschen. Sind die eigentlich auf der Karte markiert? Kann ich mit Kaufgeld machen? Ah. Klar. Oh, der ist hier irgendwo. Oh. Was? Die sind hier irgendwo. Aber wenn man keinen findet. Aber der Radius ist ja richtig groß, Alter. Boah. Wir gehen mal in die Mitte einfach. Das ist hier kein bis jetzt. Oh, kein. Okay, der moved. Ah, hier, hier. Das Reckless. Das Reckless. Das Reckless. Ja. Jawohl. Nur Muni nehmen, ne? Nichts Munition. Sonst nichts. Nichts noten. Aber die Waffe ist geil eigentlich. Man muss ein bisschen dran gewöhnen, aber sonst egal. Nimm dir Muni alles mit, ne? Komm mal. Wow. Hier auf Tor, hier auf Tor. Mies gehintet. Ja. Der hat Schnee, Dings. Hinter mir, hinter mir. Hier mit Schild. Easy. Boah, darf man Waffen modifizieren, weil das Nachladen dauert bei der so eh lange, ey. Schlimm. Achso, doch, doch. Dürfen wir. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Oder ich hoffe, ich werde nicht gesnallen. Bitte beten. Ori mit 1,20. Vielen, vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Leute, einmal beten kurz. So, brauchst du Medi? Ich habe eins. Okay. Nimm, 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 nimm. Bluelife, Bluelife. Ich brauche auch einen Fuffi oder so, wer will. Fuffi habe ich. Der wird extrem wild. Ben mit 1,20. Fetten Dank für deinen Support, Bruder. Das ist Fuffi. Für mich. Yes. Thanks, Bro. So, geht fit. Thanks, Bruder. Okay, 15 Spieler. Streamliken nicht vergessen, Leute. Oh, hier ist bisschen Blue. Boah, ich glaube, ich schmeiße eine weg. So viel Waffen brauche ich gar nicht. Okay, ich habe Minis am Start. Hast du die Medaille oder habe ich die? Ich habe die. Okay, nice. Da hinten ist noch eine G-Class. Können wir uns packen? Wow, Ben mit 23 Euro auf trocken ohne Nachricht, Bruder. Danke dir. Und da vorne mit 1,20, hatte ich das schon gesagt. Und Auri mit einem Euro. Fett Dank für euren Support, Bruder. Danke schön. Ben dreht durch, Alter. Was ist hier los? Ja, Mann, Ben. Einfach auf Support ohne großartigem Kommen. Ja, Mann. Crazy. Bester Mann. War Katy Perry hier, Bruder. So, wir safen jetzt ein bisschen. Machen wir jetzt ein bisschen ruhiger. Okay, acht Leute nur noch. Acht Leute. Ja, Mann. Hast du ein Fortbewegungsmittel? Hast du nicht, ne? Ich auch nicht. Ne, ne, leider nicht. Okay, okay, okay. Wir können. Ben, 12 Euro. Wie der war auf Support. Crazy. Oh, trocken, Bruder. Schönen Dank für deinen Support. Schönen Dank für deinen Support, Bruder. Ja, Mann. Ben dreht durch. Der Mächte seiner Prime, Alter. Ja, Mann. Hat der Turmbot schon gemacht, ja. Kurz, aus Prinzip, vielleicht sind wir Frucht hier drin. Jetzt knacken wir auch mal Medi rein. Mal rein. Full ist Full. Jedes Leben zählt, Alter. Ja. Für manche chillst du dann mit 1 AP. Wir machen die Challenge. Den ersten Gegner, den wir killen, müssen wir seinen Loot tauschen. Und damit gewinnen. Genau. Ja, und wir haben extra gewartet, bis die Tresor waren. Die geballert. Und jetzt wollen wir den Äpfchen mit der Nut. Chili, Vanilli. Mies auf Toilette, aber egal. Wir wollen ganz kurz den Äpfchen. Ja. Okay, acht Gegner. Wieviel Teams? Sechs Teams. Sechs Teams, ne? Sechs mal zwei, zwölf. Ich gucke mal. Sind wir? Ein paar sind Solo unterwegs. Eigentlich gibt es noch zwei Städte. Egal, neue Zone kommen, wir warten kurz. Ja. Gleich kommt noch Insel. Ich habe es mal zur Insel markiert. Ja, Schüsse. Ben wieder mit 2,50. Oho. Seid die Besten. Du bist der Beste, Bruder. Danke dir, Bruder. Ben, Alter. Ganz wilder Dude. Ich schwör. Thanks for the support. Ist da oben jemand? Oh, so fine. Mal kurz so hinter uns. Und da sind sie auch schon. Ein Bobby. Rechts auch noch einer. Jawohl. Jawohl. Okay, Muni habe ich eh genug. Aber... Keiner hat ein Fofi von denen. Schade. Schade. Unsere G-Class zerstört. Egal, wir können nur mit der fahren. Die zieht eh noch 50 ab, wenn wir... explodieren. Ja, genau. Also nur dieses Schild, das wir haben. Wo sollen wir jetzt noch mal ein Auto packen? Reckless kommen. Hier links. Da unten Autos. Ja. Dicken Lambo. Hier. Nur G-Class. Ah, G-Class. Laden aber alles nach, ne? Hm. Okay. LON 44TV mit einem Euro. Danke dir für deinen Support. Danke für deinen Support. Oh, Schüsse. Kommt auf den Berg. Okay. Zone ist... Ruined ist noch ein bisschen drin. Das geht. Wir wollen die Shots. Okay. Noch 6 Leute. Noch 6 Leute. In Berg. Noch 6 Leute, Bro. Aha. Wer noch gesniped. Hast vergessen, die Waffe von Gegner zu looten. Ne, ne, nur die ersten, die wir töten. Von denen looten wir. Siehst du das? Ja, ist dahinten. Oh, warte. Bleib hier, bleib hier. Bleib hier. Ein bisschen hoch. Genau dieser Berg dahinten. Fahr hier so. Ja, park hier erstmal. Die sind da. Sind die offen? Hinter Felsen. Hab ich Sniper. Hab auch Sniper zum Glück. Ja, ja. Sogar mit Schallen verbesten. Ziehen die nicht vorher. Oh, die sind am Struggle mit Zone. Bist du? Okay, Zone ist hinter uns. Lass erstmal safen. Erstmal Zone safen. Okay, drei Leute nur noch. Die da hinten. Ja, Mann. Drei Leute. Die in die Zone müssen. Ja, wir safen uns erstmal ne Posi. Auf dem Weg wahrscheinlich am Fahr. Boah, ist am Wasser, Bruder. Genau, das ist ein bisschen weit, ne? Leute, Wasserschlacht. Kommst du da jetzt vorbei, Bruder? Ah, da links sind glaube ich auch welche noch. Kannst du da über Wasser fahren, Bruder? Die Klasse wird jetzt ein bisschen träge. Egal hier. Ben wieder mit 2,50. Vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Du könntest den Skin Contest machen. Crazy. Vielleicht hauen wir noch heute ein Skin Contest hinterher. Nach den Cups. Wir gucken mal. Wir machen erstmal die Turniere. Genau. Und dann mal schauen. Okay, wir machen auch safe in Posi. Die ist das. Die haben auch einen weiten, weiten Weg. Was ist das für ne Zone, Alter? Das geht ja. Auf jeden Fall ein Einzelner und dieses Zweierteam. Genau. Neue G-Class hier auch. Siehst du hier, Mann? Ist hier gar kein... Kein? Die laufen wahrscheinlich alle rein. Vielleicht kommen die auch mit dem Auto. Bro. Ich will die Augen offen halten. Nein. Ne? Ich fahre hier hoch. Hier können wir ja nicht warten. Genau. Das ist eine geile Position. Können wir anspannend gucken. Haben wir auf Snide auch hier hin, Bruder. Können wir Sniden. Warm, Digga. Ja. Lad nach alles. Ja. Das war schon so ein bisschen, ne? Halt durch, Bruder. Da sind wir. Einer campt bestimmt dieser Einzelne. Boah, hart am Campen, ey. Der hat komplett Angst. Bleib in Bewegung, ne? Mhm. Das ist hohen ist bei uns. Nächste sogar. Nächste ist safe. Wir müssen jetzt alle gleich angelaufen kommen. Fällt es auch keiner? Acht, das Baiter bisschen rum. Acht euch mal am Genackt, ne? Aber die müssen kommen, wenn es auf die wollen oder nicht. Vielleicht sind die so... Irgendwo da, könnte ich mir vorstellen. Ah. Von unten am Kriechchen, weißt du? Ah. Könnte aushaben, Bruder. Ich spiele es gleich direkt. Wow, hat eingeschneitert. Ich wusste es irgendwo. Ein Hit gedrückt, weiß nicht. Ah, der bisschen... Markier die mal. Hinter diesem Felsen. Ah, okay. Der hat mies Respekt bekommen. Der zeigt sich gar nicht mehr. Der geht erstmal auf safe jetzt. Naja, die heilen sich grad. Ja, die müssen hier kommen. Die ballern den anderen. Die ballern den anderen, glaub ich. Rauf. Ja, der andere ist hinter denen wahrscheinlich. Okay, die letzten zwei sind das. Das dieses Team. Die müssen wieder hoch jetzt. Wollen wir hinfahren? Dann in Offensive direkt. Oh, der. Boah, ungerne, ungerne. Mit G-Klasse. Okay, das ist doch was wahr. Der Sniper ist auch. Egal, die müssen in Zone. Wir sind am struggling grad. Wies, wies. Wir erklären gleich nochmal wegen Cup. Bruder, nervt doch nicht. Wuuu. Juuu. Was ein Shot, Bruder. Oh mein Gott, was war das, Alter. Rest in Peace, Bro. Was war das für ein Shot, Leute. Liken, streamen, liken. Abonnieren, Glocke aktivieren. Was war das für ein Shot, Bruder. Leute, Loot Swap Challenge. Creator God Prank muss nicht vergessen, Leute. Oh mein Gott. Daumen hoch für mehr Fortnite Challenges. Sonst würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Peace. Oh mein Gott, GGs, Bruder. Was war das für ein Shot. Hä, der war dann alleine. Ich dachte, es wären noch zwei. Okay, wir machen kurz noch Intro dafür. Dann erklär ich nochmal Cut. Ben mit 12 Euro. Fetten Dank, Bruder. Was geht mit dir ab, Alter? Ben, Maschine. Danke für deinen Support. Crazy. Ich feier euch schon seit Anfang an. Ehrenmann, Bruder. Einfach nur Ehrenmann. Okay, wir machen noch kurz Intro. Genau. Okay, bist du ready? Yes. 3, 2, 1. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Marvin. Ich bin Calvin. Achso, ich fange an und dann sagst du. Ich komme bei dir. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Calvin. Und heute gibt es die Challenge Loot Swap Challenge. Und zwar den ersten Gegner, den wir töten, müssen wir seinen Loot übernehmen. Dann werfen wir unseren weg, müssen seinen übernehmen. Deswegen warten wir ein bisschen, bis die Leute gut gelootet haben. Und dann snacken wir uns die weg, um auch guten Loot zu haben. Dann müssen wir die Runde dann gewinnen. Ganz genau. Das ist die Challenge. Daumen hoch für mehr Fortnite Challenges. Bist du ready, Bro? Ich bin so erstmal ready. Let's go, Digga! Nice, Mann. Hammer, 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 Hammer. Stark. Crazy, 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 crazy. Okay. Jetzt, eigentlich Runde, äh, äh, Dings haben wir gesaved. Äh, Runde haben wir gesaved. Jetzt nochmal zur Erklärung. Um 23 Uhr, Leute, gibt es einen Cup. Und zwar den Solo Cup ohne Bauen. Und danach einen Duo Cup ohne Bauen. Der Gewinner bekommt 1000 V-Bucks. Und bei den Duo Cup bekommt jeder Gewinner 1000 V-Bucks. Genau. 23 Uhr geht's los mit Solo Cup. Seid am Start. Und ja, Mann. Viel Glück an alle dann. Let's go. Genau. Genau. Und Mitglieder schreibt Quixi und Albin auf Discord an. Dort bekommt ihr dann den Code zugeschickt. Genau. Ich mache einen Server auf mit einem Code. Die Mitglieder und Mods kriegen natürlich den Code zuerst. Und dann sage ich den hier öffentlich im Stream. Und dann können alle join, die mitmachen wollen. Ja, Mann. Alle rein dann schnell. Easy peasy cheesy. Ja, jeder kann mitmachen. Wer zuerst kommt, der hat den Platz dann gesaved. Der mal zuerst. Code. Okay, nice. Genau. Schreibe ich euch dann. Den Mod schreibe ich das zuerst. Und dann... Yes, Sir. Genau. Mitglieder meldet euch bei Discord bei Quixi und Albin. Dann bekommt ihr den Feuer. Okay. Ich gehe noch mal kurz auf Toilette. Jetzt können wir eigentlich nochmal ein bisschen mit Mitgliedern zocken oder so, ne? Jetzt können wir mit Mitgliedern nochmal hier schön. Genau, genau. Trio machen, ne? Genau. Add mal ein paar. Schreibt eure Mitgliedernamen hier rein. Calvin addet euch. Du weißt, wie man addet, ne? Ja, genau. Okay, dann addest du par. Leute. Dann kannst du einladen. Schreibt rein. Genau. Schreibt ihr hier in den Chat, in den Youtube-Chat. Gleich wieder da. Leute. Genau jetzt. Bildleder rein mit eurem Namen. Werden euch... Oh, da war jemand sehr schnell. Hyperschamp. Ich werde dich elden. Okay. Hyperschamp habe ich schon mal geedit. Mal nehmen. Dann kriegt ihr jetzt eine Einladung. So. Dann Gruppe einladen. Dann habt ihr eingeladen. Hyperschamp. Jo, was geht ab? Und... Mal. So. So. Okay. Ich werde adden jetzt den anderen. Namen weiter reinschreiben. Okay. Billy Ananas. Ich werde dich jetzt adden. Mal sehen, ob du annimmst. Billy Ananas. Wilder Name. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Hast du ein paar geedit? Ja, ja. Nice. Ben Bruder wieder mit. Bruder crazy. Ben. Vielen Dank für deinen Support. Könnt ihr mich adden? Schreibt deinen Namen, Bruder. Dann adde ich dich gerne. Hättest du einfach dazu schreiben können. Oh, neue Mitglieder, Bruder. Moment, Moment, Moment. Und zwar Noji. Herzlich willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Und Matti. Herzlich willkommen in der Brownie Gang. Herzlich willkommen. Ben, yes? No. Das ist einfach Talking Ben, Alter. Talking Ben, Bro. Bist du raus, gell? Ich habe auswählen von dem. Achso. Ich komme jetzt wieder rein. Ich schlade deinen ein. Ich schlade dich ein, Bro. So, und jetzt... Achso. Ich habe schon geschickt. Ich lade dich nach den anderen Kollegen ein. Talking Ben, Bro. Okay, hast paar geedit? Ja. Nice. Anfrage annehmen. Wie kann ich den jetzt einladen? Irgendwie kann ich den nicht einladen. Ich kann nur seine Anfrage annehmen. Anfrage abnehmen. Achso, vielleicht weil ich... Nimm mal an, nimm mal an. Gucken, ob ich jetzt bei dem lande oder der jetzt hier ist. Genau. Und... Nice. Ah, nice. Hat klappt. Vollständig. Ja, Mann. Okay, let's go, okay. Auf Ehre. Ja, wir können jetzt eigentlich... Theoretisch können wir sogar bis 23 Uhr. Ich bin auch noch ganz schön auf Klug. Ben, Bruder. Ich kann aber eigentlich schon mal ein Problem haben. mit sich. Fetten Dank. Ah, endlich mal schnell noch. Oh, Moment, Moment, Moment. Kurz Eddy, 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 Eddy. So, wie heißt der Bruder? Danach machen wir auf jeden Fall eine Runde mit Ben, dem Ehrenbruder hier. Meister. Tisch, was ist das für ein Name, ja? Länger geht nicht, Bruder. 2, 2, 0, 9, 1, 9, 6, 1. Oh, okay. Das müsstest du sein. Dann nimm an, dann machen wir gleich auf jeden Fall ein Trio mit dir. Für den Ehrenbruder Ben, Bruder. Genau, aber bis 23 Uhr können wir eigentlich ein bisschen mit Mitleidern und so jetzt zocken. Für den Spont. Ja, mit QuickSee und so können wir auch easy mit Mods, mit Ledern ganz entspannt. Ich add auch noch mal ein paar rein hier. So, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt schon alles habe, wen ich, ne? All of the brain habe ich glaube ich schon nicht. Let's go. Wieder am Start. X. Genau, gleich zocken wir eine Ehrenrunde mit Ben auf jeden Fall. Dass wir dran denken. Ja, safe, safe. Hat er seinen Daten schon geschickt? Hat er den gerade geedit? Ja, er hat angehört. Ja, er hat angehört. Ja, mal wenn so ultra krasse Ehrenmänner her am Start sind. Genau. Muss einfach zocken. Muss einfach, ne? Aus Prinzip. Safe. Safe. Okay, er hört auf jetzt zu Spam, Leute. Nicht mehr Namen reinschreiben erstmal. Chill bisschen, chill bisschen. Okay, let's go. Squad, Alter. Sind nicht so die Squad-Fans, aber mal gucken, ob wir einen Squad-Win holen. Na man. Macht aber trotzdem am meisten Sinn wegen der Community, ne? Ja, kommt einfach. Wenn wir uns vielen zocken können, darum geht's auch. Genau, mit jeder Runde, mit anderen Leuten. Ist so. Yes sir, bro. Next. Dann zwei Calvinius. Ja man. Ist das, was Calvin 2.0 drauf hat? Ich bin auch gespannt drauf. Chelsea Forever mit 2,50. Danke für deinen Support. Ich hab meine Kindheit geprägt. Danke dir, Bruder. Aber sonst sehr. Danke für deinen Support, Bruder. Viele No-Skins aber auch auf einmal am Start. Das sieht man da mittlerweile voll selten. Ja. Oder ich achte nicht darauf, keine Ahnung. Denkst du, die No-Skins werden eigentlich auch so geupdatet? Manclair-Typ kann auch mitmachen. Normal. Eigentlich muss den Skinny auch gehen mit diesem Manclair-Typ. Easy, Jan, easy. Es gibt Manclair-Skins. Was glaubst du? Okay. Wollen wir mit uns? Wollen wir mit uns? Wow. Ben wieder mit 6. Bruder, der hört mich auch. Der Bruder. Ben ist crazy. Ihr könnt ja die Runde zu Ende spielen. Kann ich dann mit euch spielen. Normal. Jetzt zocken wir gleich. Könnt ihr die Runde. Easy, easy, easy. Auf jeden Fall. Wir zocken gleich, Bro. Ja, Mann. Nach der Runde zocken wir mit Ben. Mit Ehren-Ben. Crazy. Ja, ehrlich. Es gibt... Ah, krass. Monclisi. Let's go, Squat, Bruder. Aber egal. Auch da mal besser werden. Ja, weil das trainiert auch voll. Wenn du ganz viele Leute... Einmal bei Hoch-Squat, da hast du, keine Ahnung, 20 Kills oder so. Ja, das kann auch abgehen natürlich, ne? Da kannst du einen nach dem anderen weggeballert, Alter. Kannst du auch auf Masse-Phase killen. Genau. Oh, da geht so viel ab, Digga. Ja, man ist vor eigentlich ne Pumpe, wo du auch. 150 Mal, ey. Aber man hier auch, wer zuerst looted, mal doch zuerst. Ja, Mann. Kann so viele Kills hinlegen. Ja. Irgendwas geht hier ab. Glauben. Du holst einen über links raus. Oh, drei. Oh. Pass auf, von der Seite. Geh hier rein. Nice, komm hier rein, komm hier rein. andere von der seite geballert komplett rasur so einen start braucht man ja man sowas das kann es doch nicht schlecht ich hab den nie mehr benutzt irgendwie schießt die schneller ab ist es gar besser oder ist eines stumm geworden ich glaube wir machen ganz viele die runden im squad da die kriechen alle rum oder so bockt das wir wollen sie rumkriechen die ganzen nubi nubes alter weg damit chelsea forever matt 2 50 fettem dank ronaldo oder messi ronaldo bruder bruder beruhig dich bruder beruhig dich bruder wenn du nicht gleich die heftigsten skins hast ne weiß ich auch nicht mit 6 euro wieder danke du musst dich dann einladen weil ich kann euch da nicht beitreten du musst dich easy ich lade scheinen kriegen wir hin denn es neues mitglied und kommen in der brownie gang die kommen wir in klingeln willkommen denn es kommen okay ich dachte mir übernommen aber lutes ist ein bisschen bescheiden blut ich habe richtig mal die stadt ordentlich durchluten was hier los genau wir haben übernommen aber luth ja nun nicht über den griff aber wenn jetzt kommt ihr könnt euch die bei fuffis ja man bauen blue life alles alles wird hier einen miesen hit bekommen ja jungs was geht jetzt grüne dinge ja jungs was geht jetzt grüne dinge ja ich glaube ich glaube gar nichts über ein baust die weise waren da schießt jemals das war was du das ne feld haben paar schlüsse durch aber und definierbar ja bei mir auch gerade ja bei mir auch gerade da willst du jemanden bedrohen ja da willst du jemanden bedrohen ja das kann einer medie nehmen ja safe hast du Calvin Calvin 2.0 so 2.0 hier ein vorfühl für dich knall dir rein oder hyper ja gerne nach der schule ich kaufe noch mal ein paar fuffis ja necki neck neck oh ich brauche unbedingt gold ich muss wieder gold sammeln hat das zu gehen ne ne geht noch so kassen und so plündern da wieder wenn er doppelt hätte besser zu ernst genommen ich schwöre hier diesen kassen geben immer gold ok wohin mit uns alter wir können die medaille packen das geschenk können da ist ein schneewerfer wenn jemand will ne blaue scar ich habe lila ich habe auch lila gerade ich würde sagen erstmal auto packen einmal ja heute vielleicht auf süß gehen konnte es noch ganz zum schluss oder so hier snipet jemand immer noch oder irgendwo snipet doch jemand ja mal irgendeine erste das ist ich glaube da oben auf dem berg auch das auch das auch hier hoch hier pushen aggressiv der snipet uns die ganze zeit hast du haben bekommen ab mit dir hinterm baum ich bin level 225 ach du eilige da warte ich jetzt ne miese Runde mit dir miese Runde Abwartungen sind hoch jetzt ja man stepp mal da hoch gleich mit uns oh einer runtergefallen die bauen nur einen schnellen Viersitzer die waren hier irgendwo wer zu neues mitglied herzlich willkommen herzlich willkommen die sind so hohes level wegen einem bug jeder hat den gemacht aber wird es wieder korrigiert oder haben die jetzt für immer gegönnt sich die ganze squad ganze squad ein rasiert ich muss ganz schnell abnommen ja ich weiß ich weiß auch nicht die kam aus dem nix aber ein paar wurden auch gebannt also lohnt es eh nicht so was zu machen sochtet real leute ja man helventecki du schaffst das hey gib ihn schaffst das Bruder mit dem Lkw ja das braucht Leben aber ja das braucht Leben aber und ben dreht komplett durch bruder der ist will uns auch noch irgendwie skins spendieren also bei ben ist das wird unterbrochen das heal bruder was hat er gesagt lest du mal vor ich kann gar nicht lesen meine karte einsammeln ja was meint ben in der prime sein warte schließ mal vor und ihr was sucht ihr was aus dem item shop ich bin auch gönner also aber wir sind bedient alles gut ben ja genau alles gut bruder du tust dir genug du lässt dir schon krass support da also alles gut alles gut danke für deinen support bruder freuen uns gleich mit dir zu zocken absolut crazy krasser supporter bro ok ich hole Calvin kurz wieder looted hier schonmal kannst hier bei deinem loot landen auf jeden fall safe da wurde auch schon eine goldene waffe markiert saftig ja man saftiger loot hier bruder ach ich hab die karte gar nicht was ist die karte bruder oh ich war doch hier unter dem lkw irgendwo eigentlich ich bin jetzt mit mir unter dem lkw zu Ende gegangen ist er reingebackt oder was nice ich glaube wir können alle Calvin schneller ab bis zu mehr ne gehts schneller boah geil macht das geht echt schnell ich komme wieder ooooh let's gooo okay erstmal mies looten hier erstmal fett looten alles reinknallen ja mann ne oh die pumpe brauchst auf jeden fall boah snipe habe ich hier ist goldene Skar wenn du brauchst lauf dich ja safe hier ist nochmal jizz ne leute ah dicken jizz ich hab zwei fuffis für dich hier auch parat wenn du willst alles cool wieder schön 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 dann kann man dann da kam jetzt zu viert aus dem lamm oder was wird auch von oben halt oben nice ja gar nicht nach oben die knallt dann schon sind die da die geben den rücken bruder hier die kommen die kommen miese hits auf da auf Jungs Jungs auf ohne Gnade die Squadmasse rein da oh die Skar gefällt mir doch die Skar gefällt mir doch sehr ja einfach nimm mal mit stark easy win oder easy sind gut am rasieren hier wir haben 18 kills zusammen stark jetzt heute Turnier um 23 Uhr genau dann startet das natürlich wieder Wewax zu gewinnen Solo und danach Duo Turnier genau ohne Boundies mal ja yes sir yes sir so ne G-Class oder so oh ein G-Class wow wir haben viele Autos du redest kann doch äh zwei Leute achso jeder kann ein Auto nehmen ahja stimmt krass auch mal Taktik ne fette Lambo Action ja oh 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 Lambo Gang 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 komm rein steig du bei Calvin ein Hyper nimm den Bruder mit dann jagen wir ein paar Leute oh 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 drei oh nein der ist kaputt der ist kaputt Lamborghini Gang habt ihr einen Discord? ja man ist verlinkt ist angepinnt Fields geht doch immer was ab alter checken einmal die Fields oh da hinten Schüsse oh da hinten da hinten oh da hinten da hinten lass bisschen überfahren und so bisschen überfahren auch süß hier den Bruder dann gehts jetzt und nochmal 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 und nochmal ey 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 nice easy easy jetzt bin ich schon im Bruder ab in die Lobby mit dir oh hier hinten weiter gehts kommt drauf kurz hier geht was ab oh da hinten seht ihr ja gehen wir hier bisschen aufs Haus hier nice stark man stark läuft 24 Kills let's go goldene Snipe wer spielt die ich hab schon eine ich hab schon ich hab schon starkes starkes Team ja 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 man sehr sehr stark als Mitglieder haben schon was drauf hier ja man und ein bisschen Jiszy Jis 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 damit kann man unnötlich springen ne das Sprinten also für ne Zeit achso mit dem Zeug hier ja 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 Ben wieder mit 250 Spiele auf Playstation 5 Spiele auf Playstation 5 alles klar ok krass 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 gönn dir lieber Mitglied Bruder ja man sehr bescheiden ja man sehr bescheiden supported Hardcore aber wirklich eigentlich gegönnt also Ben ist crazy einfach ja man Ben ist anders er will anders ok G-Class da oben ist noch eine ich könnte dich so viel ich kann ihn eigentlich mitnehmen ich hab schon mitgenommen ab in die Klasse let's go ok viele leute noch elf spieler spieler das stream nicht vergessen das ist ein vieles oder auf der insel dort markieren oder fliegen welche die fliegen zu viel siehst du ja hier jetzt auf trommel ist noch einer und die kriegen jetzt mal den überraschungsangriff aber es kommt noch mehr es kommt noch mehr auf turm auf turm auf turm peter griffin und so da oben die mann wiesen abgang der weiße leben ist fast an fast an im wasser im wasser jungs crazy noch acht leute noch acht leute zwei teams das ist ein schlurp truck gibt der auch blaue leben dieser truck hier war noch jemand oh krass krass dieser truck wusste ich gar nicht krass fett tschüss gegeben ja man über tschüss macht euch früh mit medis ne ja hier bro und hier hyper könnt euch könnt euch ja wenn wir mal brauchen komm schon in diesen haken mit ok ok lass in zone lass in zone ich höre ein auto hinten man kann damit schlagen melo willkommen in der brownie gang neues mitglied und ben wieder mit 2,50 fetten dank bruder oh ben dank für den support ok, Kim hat sich bisschen auseinander genommen was meinst du? prank oder was? genau welchen prank meinst? dann mal rüber sechs leute nur noch easy kommt hier hin geht was ab nice muss finishen ich komm mit diesem scope irgendwie nicht klar ich komm mit diesem scope irgendwie nicht klar ne ok vier leute nur noch, ich glaub es ist nur noch ein team ah ist jemand verreckt oh lungern die rum in zone mal gucken irgendwie lags bist du oh da ist jemand oh auto nach hinter geht lasse nice das hä hä sind irgendwie neue leute gespawnt? zehn leute auf einmal? hä waren nicht eben acht oder so? hab auch gedacht weniger what oder war das ein bug what verrückt einfach gespawnt oder aus nix? die wurden rebooted achso die wurden wiederbelebt was nur ok macht Sinn ne wenn einer wiederholt krass was sind die Brüder bisschen dick in die zone ne euer Mann Schatz von nirgendwo oh es wurde mies gehittet von hinten es geht runter ja ja Chelsea mit einem euro danke dein support Bruder wir haben drei skills insgesamt ach scheiße Falschaden unnötig Mist ich bin schon mal saun ich knall ne kurze Puffi rein ungünstig alles nix ah danke für die Rettung es gibt bloß bisschen Rücken ah nix 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 ach du scheiße ist passiert schnell weg hier von wo? von wo? irgendein hat gesnipert auch von innen nice stark Helden danke trotzdem Helden der zweite oh da oben siehst siehst in der Ecke boah scheiße ich mag das Scope nicht ja uff ich mag das doch bisschen i like it i like it ok sieh 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 so da kamen wir zu krass leider sieh sieh pass auf die snipen hart mhm glass auf Dach hier ah ich hasse das einfach Lama im Pool was sind die Bruder rief nach Medi oh Zone ist bisschen weiter langsam bewegern oh hier Steps bei mir Closed ist hier reingesteppt gehts hier rein einer down Zone hier bei mir oder? hier äh das ist der letzte glaube ich bist du weg oh mein Gott die Zone kriegt der hart rein nein 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 ich rutsche rein oh mit viel Leben noch reingerutscht Alter nice Mitgliederrunde easy win easy win sehr sehr stark Leute like dem Stream Leute heftig Glocke aktivieren Leute abonnieren starke Mitgliederrunde sehr sehr stark nice job erste Mitgliederrunde die wir als Squad gemacht haben sehr stark und das in 24 nice jetzt machen wir eine Ehrenrunde mit Ben dem Hardcore Supporter oh Faceway vielen Dank für dein Geschenk Bruder wilder Emotes wilder Emotes danke dir Bruder ok treten wir aus auf jeden Fall Hyperchamp und Calvin starkes Team starkes Team ok wo ist dein Ehren Bruder so ich hoffe du bist online Ben where you at I meister das warst du ok ich lade dich ein und Calvin Fitti Bro Anfall geschickt dann machen wir ein schönes Trio ne ok wir machen jetzt eine Ehrenrunde mit Ben Leute 23 Uhr geht es los mit dem Solo Cup ohne Baum 1000 V-Bucks gibt es zu gewinnen und danach Duo Cup ohne Baum jeder Winner kriegt 1000 V-Bucks ganz genau ok wir machen eine Ehrenrunde mit Ben über Headset reden oder nicht über Headset ähm Ben du hast kannst du gerne reden Bruder ja ja auf jeden Fall danke für deine 2,50 Digga Ben redet nur noch per Spende verrückte genau ich muss das nur glaube ich einstellen achso war das freisch also wenn dann hier im Sprachchat im Game warte ich mach das mal kurz an ich glaube man muss das auch auch anmachen das ist noch nütz wird besser genau wenn du Headset hast probier mal probier 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 und Nexus mit 2 Schweizer Franken vielen Dank ist der Karten nur für Mods nein nein für alle also Mitglieder und Mods kriegen den Code zuerst und dann sage ich den hier öffentlich dann kann jeder rein schauen und jeder kann mitmachen Bruder Jan 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 hier hör mal auf jetzt hier Anfrage zu stellen Bruder rück dich Bro der ist schon heiß Bruder der ist schon heiß der höhlt das Turnier auf nicht der ist schon heiß Leute es wird ein hartes Turnier der rückte Konkurrenz hier ok ich weiß nicht ob das jetzt geht genau Leute die mich die ganze Zeit einladen muss ich dann leider löschen deswegen ein bisschen zurückhalten bitte Ben kannst du reden geht der Sprachchat ach so warte hier ne hä noch Freunde ist an oder hello 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 muss auf alle muss auf alle ja für den Support wieder mal an der Track das ist crazy und hier ah warte 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 Sprachchat alle ok 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 Johannes Hammel mit 2 2 50 Bro thanks Bro ähm mein Pugibär Calvin soll mich auch adden ich gewinne für ihn easy 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 kann ich mitzocken jetzt bei der Runde äh gleich 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 Johannes Bro hab ich dich schon geaddet? ich bin gar nicht sicher irgendwie funktioniert es leider immer noch nicht alle? auf das Mikrofon das Fansai 7 zockt Fortnite der hätte studiert Fortnite oder? ja man ok ok wir zocken einfach erstmal so irgendwie funktioniert es gerade nicht let's go ok gehen wir erstmal rein hier let's go let's go ich spiele nicht 24-7 meinte er gerade Leute erstmal eine Runde mit Ben mit dem Ehrenmann freut mich ja man erstmal eine Ehrenrunde hier mit dem Ehrenbruder genau für alle Mitglieder meldet euch im Discord bei Albin und Quixi für den Code die bekommt ihr dann als erstes haben wir Trio gemacht? ah Team 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 oh oh warte 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 du musst Trio machen war noch auf Team so ich bin gespannt wie gut Ben ist ich bin auch mal gespannt die guten haben auch einen Frauen Skin er ist Level 225 Bruder aber du meinst gerade durch Glitch oder was? ich weiß nee dann hat Albin geschrieben dass viele durch ein Glitch dieses Level erreicht haben aber ich weiß es nicht natürlich ob er sowas erspielt hat keine Unterstellung natürlich John Wick ist back John Wick ist back Albin ist sicher dass er durch den Glitch unleveled macht durch Glitch 100% okay harte Aussagen hier von Albin harte Unterstellung harte Unterstellung harte Unterstellung hier ja auch Albin ist sehr gut und das lässt er sich nicht welches Level ist Albin denn überhaupt? welches Level bist du? Cup 23 Uhr kann sein dass das jetzt die letzte Runde ist aber ich denke mal 1 23 23 start Cup 160 ok ich bin 58 alter das dauert ab 100 und so dauert richtig lange glaube ich also da haben sich auf jeden Fall gut welche resettet sich das neue Season das Level ja ne ich glaube jede Season resettet nicht durch Glitch ich hab ich zocke ich hab ich hab ich hab zocke immer danke dir Bro wieder gekontert ok wohin mit uns ok wo landen wir? reckless oder? Ben du kannst sogar aussuchen wenn du willst komm Ben sag an wo landen wir? sag an Bro ich will auf jeden Fall auch den goldenen Namen haben sieht schon sieht schon nice aus Level 101 Ben Bruder wohin? äh Ben wohin? ok nice 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 let's go let's go Leute wir packen auch den Discord noch in die Videobeschreibung haben ja den voll verpeilt ja man macht den immer auch da am Start stimmt aber ist angepinnt ist angepinnt im Chat aber ist angepinnt im Chat genau Quixier Level 20 konnte nur bis 80 machen mehr ging nicht krass war der relativ neu oder was der Glitch? ich hab gar nichts davon jetzt mitbekommen aber sind Glitch verboten eigentlich nicht oder? als ob man deswegen gebannt wird A meinten die wurden gebannt so? natürlich sehr ärgerlich crazy weil Glitch ist ja schuld von Fortnite eigentlich eigentlich weil Lego hat mir auch zum Beispiel diesen Truhen Glitch da gemacht dass wenn du Waffen reinlegst die abbaust dann sind deine Waffen neu genau die Spieler können ja eigentlich auch einen Glitch im Endeffekt also im Endeffekt das wäre so zu sagen ne? genau lass die Bots rasieren jetzt können die Medaille Bots auch Schritte eigentlich? was sagst du? also werden Bots auch mit Schritten markiert? ähm oh ja ja ok wo viel liegt da noch? das knallt mal rein rein ja rein hatte gecarried vorhin auf jeden Fall soo gut loot gut 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 die Kreuzpumpe ist komplett der Müll ne? im Gegensatz zur automatischen ja das macht gar keinen Sinn ja wo ist Vorsor Jo! So, Papier! Ja, dann! Hier! Ja, dann. Ja, dann! Ja, dann. Meister, komm runter, Bruder. 23 Uhr geht der Cup los Pumpen nur gut im Baumodus Ah ja, wegen einem Shot Ich glaube, die macht dann mehr Schaden Immer einen Shot, da zählt jeder Schuss Er spendet und schreibt Komm mit dem Tresor Folgt mir Bruder, wir sind schon unten, Ben Danke dir, Bruder Du bist krank, Bruder Ben ist verrückt Bruder, hier, Ben, ich hab Medi für dich Bro, knall dir rein Trass Können wir ein Streamlike nicht vergessen Und Creator Code Hangpussy, ihr wisst Bescheid, Leute Okay Okay, okay Oh, ist das Sturm oder? Oh, blaues Gas Ich lass meine Lila noch Goldene kann man gar nicht Ach, ist mythisch? Die kann man gar nicht Dings Kann man nicht mehr tun Zum Glück hab ich die aufgemacht Oh, wieder Pumpe hier Oh, Snipe, Snipe, Snipe Okay Nice, nice, nice So, ich film mal kurz Sniper So, Tempo-Magazine Wichtig, wichtig Laser, Bro Schalt den vor Scope muss weg auf jeden Fall Okay, let's go Ich geh kurz aufs Dach gucken Ich bin einfach nur markiert Irgendwohin in dem Haus Ich hab jetzt gedrückt Den Bruder Da hinten wird auch noch was Oder was? In dem Feld Bro Der kriecht Blöde Kollegen Genockt, genockt, genockt Genockt, genockt Genockt, genockt, genockt Oh, Headshots sind so saftig mit Sniper Das ist das geilste Gefühl Ich brauch Sniper-Schuss Braucht ihr Muni? 200 Schuss Das ist alles gut Das braucht den Wow-Klimans-Sound auf jeden Fall Muskels machen Müssen wir auf jeden Fall rein machen Okay Oh, 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 oh Mal rein mit uns Ah, Reels Ja, komm Medi Kann ich einsammeln? Oh, das Team vor uns Steht der felsische Den hier schon? Habt ihr es gesehen? Ja, doch doch Wie seht's? Nice Noch eine Jawohl Stark 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 ist Trio rasiert Arme Läuft doch Und, 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 und Ein Benni Bobby, Bob, Bob Er ist down Er ist nur genockt Sein Team ist irgendwo Wahrscheinlich Boah, ich brauche Sniper Schuss Habt ihr Sniper Muni? Äh Gucke ich mal eben Check mal hier Oh, da kommt jemand Kommt jemand Kommt jemand Schap, schap, schap Wo, wo? Da Ich komm ran Schap Hinterbauen Miese Hits Stark Nice Stark Auch noch Nimm das Bei Munitions Hier Nadie liegt Pull up Sehr gut Nice Thanks Bro Stark Medi, kann ich gar nicht mehr nehmen Ich hab auch genug Loot Ben mit 2,50 auf trocken Bruder Während der Runde Einfach so Ben Bruder Skit ab Thanks Bro Tanz für Ben Ah, hier ist noch Sniper Muni Ich bin Fool Ja, man kann doch 53 Schuss haben Okay, wir können diese Zone hier eigentlich machen Die sind sehr tief, Alter Ohne Spende keine Reden Ah, wo ist die Karte, Bruder Oh, hier Team 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 Skit ab Hä? Sind die? Ja, Mann Hä, wo sind die? Was ist das denn? Gibt jetzt hier Fake Sounds Ach der Bomb, Bruder Alter Ah ja, hier ist die Karte Ich dachte auch grad schon, Bruder Dachte gar, Hä? Okay Das wäre aber auch lustig Ich glaub, es gäbe so eine Fake Soundbox Gab's doch damals So kam mir das Echt? So kam mir das Echt? Genau so kam mir das grad vor Ja 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 Ich mach kurz die Zonen-Ding Richtung Groen Reels Ich glaub die waren das Das war so ein Kopfgeld Ding Das blaue was ich markiert hab Und die Profis noch kurz Kommen Kommen Gönne Oh, der Sniper Der Sniper Ja Von woanders, von woanders Pass auch Von da, oh mein Gott Gibt es noch gut verlorgen Ein Hit gedrückt Noch ein Hit Sehr gut Ben mit 2,50 Danke, Bro Wollen wir danach noch ne Runde zocken? Easy, Bro Wenn wir eben schon ansagen Ben ist down Oh, hier vorne Oh Eine down. Pass auf, aber hier sind noch andere Teams, ne? Pass auf. Bleib hinter Felsen hier. Oh mein Gott, bleib hinter Felsen. Da hast du Weekend, pass auf. Oh mein Gott, hier ist viel zu bunt. Bleib beim Leben, komm hier hinter Felsen. Mit dir von hinten snipen, das ist ein anderes Team. Ben, wir holen dich. Ben, ich versuche mich zu bekommen. Wir holen dich, Bruder. Jetzt holen wir mich, dann holen wir dich. Die Runde ist zu saftig, das darf jetzt nicht beendet werden hier. Jetzt weiß ich, ob meine Muni nachgeladen ist, die Postung wahrscheinlich. Aber ich will noch keinen. Ich lass die hier in Fufi fallen. Nimm, Bruder. Ich checke. Ja. Ne, ne, die sind hier, wie die Lage ist. Okay, perfekt. Oh, pass auf. Ja. Bruder, der ist... Ne, Bruder, der ist eklig. Die will ich nicht fallen lassen. Am besten ein Auto packen. Ich nehme kurz die Karte. Und Benni. Benni, Benn, Benn. Hol dich, Bruder. Was ist das hier, Bruder? Was ist das? Oh, jetzt hier, wo ich dieses Schild sehe, die Challenge wird auch noch witzig werden. Pass auf, Sniper. Ich mein's ernst. Ist der Typ da oben? Oh. Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Ey. Ne, der guckt, der guckt. Einer will pushen wahrscheinlich. Einer will pushen. Boah, ich sag's dir, Bruder. Ein Headshot ist vorbei. Oh, ich hab meine Puffi-Sick. Die kommen? Egal. Die kommen von hinten, hinter dir wahrscheinlich. Eine down, rechts. Ah, der kam zu dritt. Schade, Schade, Schade. Schade, Schade. Man hat richtig Spock gemacht. Okay, eine Runde noch mit Benni, Boy. Dann beginnt der Cup, Leute. Dann beginnt der Cup. Dann müssen wir uns ans Turnier halten. Eine Runde können wir noch machen. Fritti Speckmann, Bro. Danke für deinen Support, Bruder. Dann kenn ich doch den Kollegen Speckmann. Ich höre dieser Fritti wieder. Wir hatten uns mal geprügelt. Haben wir das mal in der We-Life-Story? Hatten wir mal sogar... Hallo? Ich glaube, dass er das richtig zusammengeschweißt hat. Warte, wer redet hier? Ben, bist du das? Hallo. Hallo, Ben. Bist du nicht Meister? Ja, ich. Bro, was geht's? Was geht's? Alles fresh? Ich höre gar nichts. Ja, natürlich. Hörst du nichts? Bin ich überhaupt. Natürlich. Ben, Bruder. Wie alt bist du, Bruder? Elf. Elf? Ja. Elf? Bro, nicht, dass du die Kreditkarte von deinem Vater hier abzwackst, ne? Nein, nein, nein. Ich hab gefragt. Es? Ah, okay, okay. Alles klar. Alles mit Einverständnis? Krass. Ja, ja. Okay, krass. Danke für deinen Heft und Support erstmal, Bruder. Kranker Supporter. Okay, Moment. Johannes mit 6 Euro. Vielen Dank, Bruder. Kann ich dann, wenn ihr noch eine Runde zockt... Danach kommt der Cup. Können wir leider jetzt nicht, aber danach... Genau, die Leute, die haben schon Bock aufs Turnier. Aber wir gucken mal. Und Werzu mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Wie kann man an Cup teilnehmen? Ich will den nicht. Ich hau den Code gleich raus für alle. Also ich geb den erstmal Mods und Mitgliedern. Ja, okay. Und dann sag ich den öffentlich den Code. Also ich mach so Custom Games. Und dann können die alle joinen, weißt du? Mit Code. Weißt du, wie das geht? Äh, ja. Ja, du gehst in diese Lupe und dann gibst du da... Genau. Ja, genau, genau. Kannst du dir danach sagen? Danach, weil... Easy, easy, easy. Ähm... Ich... Wo schick ich dir den am besten? Hast du Discord? Ähm... Ja, aber ich hab mich halt da vorne nochmal abgemeldet. Ähm... Du kannst mir einfach... Äh... Ich schreib mir den Code auf. Auf. Okay? Äh... Aber wo kann ich dir den schreiben am besten? Das ist die Sache. Ja. Wieso höre ich ihn eigentlich nicht? Woher liegt das? Ich hol kurz ein Blattpapier und ich schreib auf. Okay, 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 okay. Okay, dann mute ich mich gleich. Alles klar. Okay, Calvin, mach mal... Geh mal Einstellung, Calvin. Ich nehme mir kurz Code. Ja, und... Okay. Einstellungen... Dann? Ähm... Dann geh auf Ton. Ähm... Ja. Dann ein bisschen runterscrollen Sprachchat. Ja. Äh... Sprachchat auf alle. Auf alle stellen. Alle, okay. Dann anwenden, ne? Genau, alle. Und... Okay. Unten bei Sprachchat Methode. Ja. Offenes Mikrofon noch machen. Ah, okay. So. Das war's, ne? Ja, eigentlich schon. Okay. Und du musst, äh... Ich weiß, äh... Du musst oben bei Einstellungen musst du, äh... Nach unten und dann steht ja Sprachkanal und da musst du, äh... Äh... Also... Okay. Hörst du Ben jetzt? Johannes mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Mit Ben zusammenzocken. Johannes, wie heißt du? Bruder, hab ich dich geedit oder nicht? Schau mal, da könnten wir einen Squat machen. Ja, da könnten wir nochmal Squat... Die letzte Runde vor dem... Äh... Äh... Die letzte Runde. Dann kriegt ihr auch nochmal den Code. Okay, äh... Ich hab ein Blatt... Ich musste echt... Okay... Ja, sag ich gleich, wenn ich den hab. Sag ich gleich, wenn ich den hab. Äh... 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 Lotte, Streamlike nicht vergessen, Leute. Wir zocken jetzt die letzte Runde und dann geht's los mit dem Cup. Genau. Eine Runde. Okay, ich hab angenommen. Hast du angenommen? Okay, hörst du den Ding jetzt? Ah, Johannes. Ah, perfekt. Okay, dann zocken jetzt nochmal eine Squat-Runde. Und Johannes auch noch rein. Was? Jo, was geht? Jetzt hör ich dich. Alles fit? Ja, natürlich. Hörst du mich auch doppelt, Calvin? Ich hör dich jetzt doppelt? Jetzt dich auch. Sollen wir das kurz kurz, äh... Ich geh kurz schneller aus. Ach so, auch? Jo, was geht, Johannes? Hallo. Letzte Runde vor dem Cup. Ach so, ich bin jetzt Channel geliebt. Perfekt. Okay, okay, okay. Hallo Calvin. Hallo Marvin. Was geht ab? Was geht, Bro? Alles fit? Jo, und selbst? Auch, auch, danke, Bro. Auch, muss, muss. Danke. Ach. Warte, ich add noch einen Bruder hier. Bei wem hört man das doppelt? Bei Johannes hört man, glaube ich, hören wir auch unsere eigenen Stimmen. Ach so. Ja, er guckt Livestream. Ach so. Eigene Livestream, ne? Ähm. Boah, der hebt alle so komplizierte Namen, ne? Will der Name sein? Bei mir steht das. Sorry, ich hatte den Lashim nur an dem Hintergrund. Alles gut. Kann ich leider nicht adden, Bruder. Okay, wir starten jetzt erstmal danach. Wie gibt's den Cup, Leute? Erstmal noch hier einen Squad, schön. Ja. Johannes, willst du auch am Cup teilnehmen? Ja, will ich machen. Ja, ich mach auch. Okay. Das Problem ist, Johannes, kannst du den Stream ausmachen im Hintergrund? Na, hab ich doch. Hast du? Also. Ich hör mich doppelt, weil wenn ich jetzt einen Code sage, dann hört man das im Stream, weißt du? Okay, okay. Ich hab den Stream nicht an. Okay, okay, okay. Ich hab ihn auch aus. Okay. Ich hab ihn auch aus. Hab ihn ihn aus? Ach, du hörst wahrscheinlich über Lautsprecher oder so, ne? Ich? Nein. Ich nicht. Ich hab jetzt nicht. Okay, okay. Ich hab auch jetzt nicht. Vielleicht willst du auch retten? Ähm, Marvin. Ich hab aber auch Discord. Bin ja auch drin in der Gruppe. Ach so. Aber jetzt geht's eigentlich, oder? Alter, ich will mich trotzdem, aber ich sehe es auch nicht so schlimm. Das frage ich nur, wenn ich den Code jetzt sage, weißt du, dann ist der exposed. Ach so, ja. Das ist natürlich no. That's not good. Genau. 0 bauen Cup. Ohne bauen. Einmal Solo und danach ein Duo Cup. Oder warten, hab ich den? Ich guck mal. Ich hab Auszeit aus. 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 Okay. Dann bleibt noch in der Lobby kurz drin. Ja. Ja. Gerichtlich Backmann. Mit 2,50. Danke dir, Bro. Einfach Leichtwagen ganz verrückt. Ja, Mann. Danke für deinen Support, Bro. Mein Level hab ich nicht gehackt. Das ist, keine Angst. Hast du beglitscht? Nein, hab ich nicht. Sicher? Nein, dann hab ich nicht. Sein Mann spielst du Fortnite? Äh, Season 3. Krass. Krass, krass. Gut reingesucht, ne? Damals durfte ich mir keine Sachen kaufen. Ich hab jetzt gerade 500 Skins überlegt. 500? Ja, aber du musst mir Sachen kaufen. Ja, aber du musst mir Sachen kaufen. Du musst mir Sachen kaufen. Tschüss. Fritzi, sei bei Moncler typisch. Höre. Moclisi. Okay, komm, komm, komm. Easy Runde. Easy Runde. Sollen wir bei den Bots gelangen? Ja, das war fast, ja. ich bekomme gerade richtig viele Anfragen ich auch ich hab sieben... ja noch eine du bist schon in kürzer Zeit zur Legende hier geworden ich schwöre halt noch nie sowas erlebt geworden er heißt Doktor AIT 05 ich hab extra einen von gelöst weil der ist halt der Dings macht ja voll wenig Schaden ja der ist scheiße, der macht 5 Schaden ja man deswegen lassen die meisten ihn mal liegen ich hab letzte Runde rank und ich will jetzt platzen was willst du fürn rank? er plant nicht ist das gut? ich will dich mit rank kennen wenns gar nicht aus ja geht so ist ok ich bin nicht der beste Spieler aber ist ok zockst du sonst mitbauen oder ohne? mit und ohne also eigentlich nicht aber ich bin ohne auch richtig krass ja ich hab letztens bei äh Horror Stream und Fortnite Stream geguckt ja? ja ich hab mich richtig gefreut dass ich mich mein erstes Mal in einem Youtube über mich bin äh mit was? äh ich hab äh letztes Mal hab ich äh 23 Euro reingemacht äh ich glaub das war äh das war Fortnite Spiel aber hast du Horror auch geguckt? ja ich hab dabei geguckt oha mit 11? hat's keine Angst? nein krass durchgezogen nice stark ich hab's hier vor äh 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 gestern hab ich Geburtstag laberkein laberkein alles gut und nachwecklich auf jeden Fall alles gut und nachwecklich ja alles gut und nachwecklich ne wow Tom Bruder Tom mit 10 verschenkten Mitgliedern Bruder Tom gönnt krass danke für das hervorrunde Ehre Mann danke dir Bruder fetten Dank äh gehen wir in den Dresor ja komm 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 das war verpeilt wo waren die? äh hier hier ich hab mein Vater gerade so abgesehen dass ich mir irgendwie irgendwie äh zocken würde da rein crazy das ist mein erstes Mal Kevin ich hab den Frank gesehen wo Kim dich gefrankt hat äh mit den Dönerfranks was für ein Prank? Döner? äh Dönerfrank wo du Döner aussiehst achso mit dem Arm Tom nochmal mit 10 verschenken schillig Mitglieder alter Tom crazy crazy Spots danke dir immer die Bänder wichtig haben die Sniper ich hab nur Müllwaffen ne egal ich tun die trotzdem auf w w Tom Bro so kann ich den? naja jetzt kann man so ah ich weiß warum ich doppelte ah der hm irgendwer hat Livechat an oder ist das Calvin? ne ne ich hab den Livechat aber stumm weißt du also YouTube komm äh ja ja egal 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 naja passt schon wer braucht die? alter Ben 20 verschenkte Mitgliedschaften Tom meinst du Tom oder? äh Tom Stolk crazy Bruder Tom alter wie du bist das fühlt sich verschenkt alter crazy alte krache alle neuen Mitglieder herzlich willkommen in der Brownie Gang herzlich willkommen willkommen alle wir werden immer größer Leute crazy ja man absolut crazy was meinst du? danke äh Ben äh Mitglied äh ist im Chat angepinnt und erster Link in der Beschreibung genau da war kein Stress ähm ich war davor im Discord ähm ich war davor im Discord drin aber das wusste nicht was macht er nochmal im Discord Marvin jo brauchst du nur blaues Dongewehr ja äh das hat meine jetzt schon aufgetunt gönn dir gönn dir ich gönn ich hab nen lila ne ach du hast schon boah ich bin ganz gebrauchen ich sag ne Epischen ach du nicht unten im Discord ich komm ich komm nicht unten im Discord Donne thanks ok ich hab grad in die Spiele geguckt Marvin äh äh wo du Epischen geholt hast war wild ne mit der Challenge ja mit Sniper Schuss zum Schluss ja ja das war crazy ja äh feiji mit 250 vielen dank bruder danke für den Support bruder danke für den Support bruder so Jungs äh Autopacken auf gehts ja man lass Autopacken oder? was macht man überhaupt mit Zapps? äh wie meinst du? Mitglieder? also wie meinst meine Zapps wenn man Zapps also ich mein mal oh hier sind Schüsse oh hier ist er vielen Schüsse komm 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 70 wo sind die? wo sind die? ich jagte die bisschen mit ah da vorne ist noch einer habe ich noch habe ich noch habe ich noch habe ich noch ein genockt noch ein nice da hinten ist noch einer wo ist der andere irgendwo da hinten geht Nox ab ok ich habe ein letztes mal wo ich einmal gewusst habe ich die ganze zeit vorgespielt ich habe drei stunden vorgespielt weil ich dreimal wollte dass ich immer wieder angeguckt da gibt es bei mir da war noch einer das war der lernst du hast du brauchst du einen blauen snipe so eigentlich nur so ein ob es hier kann stehen ob es so wichtig ich habe letztes mal versucht eine antragende zu finden aber im stand bei marvin nimmt keine antragende an bei fortnern aber ich habe schon gehört dass man nicht so viel einladen Ähm, Hardware ist rot, Munition. Jaaa, na nicht so viel. Kann man packen? Kann man packen? Arma 12. Oh, da hinten geht was ab. Ja, danke reicht, danke reicht, reicht, reicht. Kannst du mal hinpusten? Komm. Bei mir zwei, bei mir zwei. Die Arma! Weggesniped. Nice. Ab ein Deck. Noch. Benjamin? Hedgehogs. Hedgehogs, Hedgehogs. 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 110, Hedgehogs. Ja, down, down, down. Sauber. Hedgehogs. Was ist los? Ich weiß nicht wann das war nochmal, ich hab das Tutorial angeguckt, Toilettenfrank. Tutorial? Tutorial? Ne, reagiert hat schon drauf. Unter unserem Tresor. Zwei Leute. Bei mir? Garmin, Garmin. Ein nach Bett, aber ich würde es jetzt fliegen. Wo ist er, wo ist er? Das sind zwei, da sind zwei drinnen. Hier kommt viele. Ganz schnell in die Medien heben. Stark, stark, stark. Eins, versorgte rechts. Stark, stark, stark. War das der letzte? Ja, das war der letzte. Komm kurz hier hin, Bruder. Hast du ein bisschen Angst? Ja, lass zusammen. Okay, Ben, wir holen dich, Bruder. Ja, alles gut, das ist gut. Habe mich zurück. Schreibst du den Code in den Chat? Ja, erstmal gebe ich den Mitgliedern noch Mods. Und dann sage ich den Stream live, weißt du? Ich spule schon mal. Oh, G, danke für deine zwei. Auf jeden Fall. Wer kommt noch? Machen wir noch die Runde? Code kommt danach, genau. Danach geht der Cup los. Wir zocken auch die Runde fertig. Post den Win 0 und dann... Ja, 100, ne? Maximal. Okay, dann mache ich schnell. Genau, gehe ich schnell rein und so. Ich gebe euch erstmal Codes und dies das. Mods und Mitglieder. Muss man dazu Lobby gehen? Soll ich dann direkt verlassen? Genau, verlassen. Dann zeige ich nochmal, wie man den Code angibt. Mit bauen oder ohne bauen? Ohne, ohne, ohne. Wie viele Runden? Eine Runde oder mehrere Runden? Eine Runde. Und Minimum drei Kills. Oh ja, lass mal in den Tunnel gehen. Ja, komm, komm, komm. Das ist auch als Schrott war's. Ist das G klasse? Ja, lass packen. Achso, ich kann euch hier anchecksen mit dieser Frucht. Warte, geht das, wenn ihr im Auto seid? Habt ihr was bekommen? Nein. Nee, nicht. Egal. Schnee oder Reckless? Reckless geht immer was ab. Ja, natürlich. Zuerst Solo Cup, danach Duo. Genau. Aber ich hab da kein Duo mit. Ja, man kann auch Solo spielen im Duo Cup. Also, wenn dir das zu traust. Geht auch. Oh scheiße, ich hab auch die Liste noch gegeben. Nee, ich glaub, es geht, es geht. 3-2-2-3-2-3-3-4-4-4-4-4-5-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-6. Ja, lass mal in den Seh. Komm. Er geht nach hier vorne, 2 3 Leute, 3 Leute Die schwimmen, ne? 50, 100, 100, einer 25 nochmal Auf da Oh, nice, eingetroffen Nice Pro Sniper, Bro Langsam, mit der mystischen läuft's hier Welches Golf hast du? Die ist lange? Egal, nee, kurze Also die ist runde Ok, die gehen auf in Hat jemand da ehren, ne? Ich hab keine Muni Warte, warte, schab, schab, schab Hier, Bro Sehr gut Einer down auf jeden Fall Einer, korrekt Ich hab einen, wo 100, 120 hab ich einen In deinem Wasser Schieb, 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 schieb Oder die Kämpfe im Wasser Oh! Einer down Einer down Ich geh pushen Hey, hier, 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 hier Seite ist einer von der Seite Ja, warte, warte Ja, warte Oh, ich kann mich mal hinterfetzen Ich glaub da, da hinten sind auch noch welche Pass auf, wegen snipen Oh, ich bin hart gesnipet worden Äh, von da hinten Oder von jeder Ecke Da hab ich lecker gesnipet Alter, ich geh in Deckung, geh in Deckung Ich hab deine Karte, ich hab deine Karte Pass auf Easy Das ist kurz Pass auf Von der Hände, Jungs Ja, es ist es Ich geh nur kurz, Biggie Ich geh nur kurz, Biggie Boah, da von jeder Seite Ich hab die Sliden runter Ich mach nie Marble Ich mach nie Marble Ich mach nie Marble Ich mach nie Marble Ein gehitzet Ich, ich, ich Ich, ich Bisschen schlissene Wurde Der ist jetzt runtergesprungen Oh, immer snipen Immer snipen Hat der Medi Was hab ich für ein probischer Sniper Uff, stark, 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 stark Stark, stark, stark Habe ich jetzt schon snipen Äh, ich hab ein bisschen Blue hier Warte Blu Ja, hab ich auch Okay Äh, wo ist der Hund Wo ist der Hund Wo ist der Hund Ah, Insel oder Nene Wo ist mein Genockter Ich hab einen Hedgehackt Oder oben Hinter Bus Ja, ist es Ich äh, ich hab den Hedgehackt Im Bus drin Wo ist mein Genockter, egal Hütten ist das Eine hab ich auf jeden Fall Hedgehackt Ah, auf der Lass du auf Insel gehen wiederbeleben hier irgendwo ist es muss da sein an der grenze auf diesen oder auf so einen felsen da kommt doch an wo die ob das noch geht wegen seiner jetzt auch insel kommen nee noch nicht drauf kommen wir drauf der kann auch gar nicht mit dem ganz Okay wir holen euch, wir holen euch. Schatz 2, alles gut. Bresch ab, brech ab. Warum? Weil du hättest dir Minis gehnelt, dann wärst du jetzt cool. Achso, ja alles gut, alles gut. Okay, wir können kurz die Karten holen von unten und dann wieder holen. Die sind weg, die sind weg. Nein, nein, die sind da noch. Aber pass auf, pass auf, da sind noch die Gegner. Ja, da sind die Dings. Einen hab ich davor gehetched. Da hinten ist einer. Oh shit, da links. Tannenbomb, oh da links. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oder der Bot, der steht da rum, Alter. Oh shit. Okay, die da oben, lass die finishen. Lass die jump in, geht das nicht. Ja, ich finde den Tannenbomb ganz wichtig. Ja, die hat unsere... Immer diese Tannenbäume, ne? Ich schwöre. Ja, Mann. So, danke. Ah, den letzten Fortnite-Street. Da links, links, ah. Marvin, den letzten Fortnite-Street. Ja, ich kann mich jetzt noch erinnern. Dann meinst du... Dann meinst du... Dann meinst du... Dann meinst du, ich hab... auf die Tannenbäume, weil die mich letztens... Ja, sure, die Snipe immer. Ja, sure, die Snipe immer. Und danach hab ich erst mal 20 Minuten, und ich hab' meiner Mutter gezeigt. Da hab' ich erst mal versucht, 20 Minuten bis ich kam. Dann warst du kurz in der Einstellung, und hab' gehofft gemacht, und dann kam ich mit... Ehre Mann, Bruder. Okay, wir müssen jetzt eine Trampolin nehmen. Kann das Trampolin? Ich hab' den mies gehiffet. Hier, Bruder. Oh, shit, was sollen wir machen? Wann? Wir müssen Zone, das sind die letzten... Alter, das sind die letzten... Da hoffen wir, soll ich's drauf? Nein, 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 nein. Komm, Zone, komm, Zone, komm, Zone. Lass sie hoch, lass sie hoch, dann können wir die ballern. Okay, wir holen die Runde noch. Ja, wir holen die Runde noch. Ja, wir holen die Runde noch. Ja, wir holen die Runde noch. Ich hab' einen Schnaiperschuss. Oha, wie groß das ist. Ich? Ich hab' einen Schnaiperschuss. Leider nicht, leider nicht. Egal, egal. Könnte den nicht mal rebooten. Von hinten? Ja, nein, vor dir, vor dir. Ja, dann. Da vorne kein Elven, pass auf. Das ist weit gut, kann sind weit gut. Hier oben sind... Ah, ja. Nice. Oh, stark, 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 stark. Okay, nur noch... Wann ich zu zweit? Nur noch fünf. Die kommen von da hinten. Lass sie abfangen. Von Berg. Okay, lad alles nach, lad alles nach. Na? Komm, wir holen die Runde noch, komm. Danach geht der Kapp los, Leute. Ja, man like, ich vergessere, stream-like, Leute. Ja, man like, ich stream-leute. Oh. Warum sagst du den? Sagst du den oder schreibst du den? Äh, ich glaub' ich mach' beides diesmal. Ist der down oder was? Ja, der komm' ich war. Weil letztes Mal wusste ich nicht, äh... Ich komm' da rum. Oh, hier, hier, der steppt. Einer down. Hier unten. Was ist mit dem schief? Hier, hier, wer geht's? Fettkopf, Fettkopf, Fettkopf. Wartelehm. Ich muss kurz nachladen und ruhig. Stark. Stark. Pack den Biggie, pack den Biggie. Ja, Mann. Schnell mal rein. Hast du Medi oder so? Ich hab' nur noch einer. Wissen, Schild reicht. Okay, nur noch einer. Da liegt einer, Kevin. Da liegt, ähm, Medi. Okay. Wo, Alter. Okay, wir sind zwei und alles easy. Gehört uns die Runde, Bruder. Easy. Easy. Kein Problem. Marvin. Jo. Wenn du den goldenen Namen hast, ne? Wenn du in dem Bus bist, ähm, das geht nur, wenn du die Krone hast. Wie meinst du? Ja, wenn du jetzt den epischen Sieg hast, dann hast du ja einen Krone. Ja, genau, genau. So, und dann, wenn du dann im Bus, dich bei deinem Bushörer bedankst, mit B auf der Satur, dann kommt der, äh, der goldene Name. Lava. Ne, ist so. Hast du nur, wenn man, äh, wenn man eine Runde geholt hat, also Krone hat? Ja, wenn man eine Runde geholt hat. Ach so. Wenn man eine Runde geholt hat. Marvin, wie viele Kronen sogarst du? Oh, weiß ich gar nicht. Wo sieht man das? Äh, da ist ein Krone-emote. Und, den kriegt man, wenn man einen Krone-Sieg geholt hat. Krass. Weiß grad gar nicht. Das ist Werrex da mit fünf Schweizer Franken. Vielen Dank, Bruder. Ich hab ein Essen, glaube ich auch. Schöne Grüße an... Schöne Grüße an... Schöne Grüße an Johan Koos. Äh, wo bist du, Calvin? Da unten. Wo ist der Typ? Der campt irgendwo. Ja. Bestimmt eine Maustrenner. Ja, bestimmt. Warte, ich guck mal bei Calvin. Da liegt noch irgendwo eine Medaille. Ey, Calvin, die sind da. Aber da hinten, da hinten. Ja, ja, ja. Da. Irgendwie. Ah, da. Da. Die müssen alle low sein, weil du hast ja dicke Hütte da. Ist nur noch der. Ja, ist nur noch da. Da hinten. Komm, holst du ihn. Easy. Calvin hat da einen Kronensieg, wenn er den, äh, dann kriegt er den Kronemode, wenn er nicht. Hm. Der ist vor dir, vor dir. Vor dir, vor dir. Nice. Stark, Jungs. Sehr, sehr starke Runde, Jungs. Ja, Mann. Starke Runde. Ehrenrunde nochmal vor dem Kopf, Leute. Ehrenrunde. Mit Ehrenmann Ben und, äh, Johannes? Johannes und Ben. Stark, Squaps. Ja, Mann. Ich gehe jetzt nicht los. Ich gehe jetzt mal los. Okay, okay, okay. Gehen wir in Lobby, ne? Yes. Einmal in Lobby, chillen. Ich mache, ich überlege mir jetzt kurz einen Code. Und dann geht der Cup los. Ja, Mann, da geht's los. Wollen wir jetzt verlassen? Nee, nee, bleib kurz. Okay. So, Moment. Achso, hä, wie machst du sowas? Also ich hab' ich jetzt einen Stream-Divion. Ja. Aber ich schwör mich noch bei einem Doppel. Nein, die haben dich ja nicht, weil, äh, die haben dich ja nicht. Ja, jetzt geht's gerade, ne? Ja, okay. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Manche meint, man hört, man hört doppelt im Chat. Achso, war noch von eben. Okay, okay, perfekt. Und dein Mund müssen verstecken? Ja, ja, ich mach's nicht. Ja, ja, ich mach's nicht. C, U. Nicht sagen. Die machen das nicht. Ja. Und dann habt ihr den Code am Start. Alles klar. Okay, ich geh jetzt raus. Ihr habt ihn dann, ne? Marvin, Marvin, Marvin. Marvin, Marvin. Marvin, Marvin. Ja, ja. Was ist los? Wenn ich den Code eingebe, dann steht da. Ich, ich, ich muss den, ich muss den Server noch erstellen. Achso, ja, okay. Easy. Okay, bis gleich, ne? Bis gleich. Bis gleich. Jo. So, Leute. Der Cup geht los. Und zwar Solo Cup. Ohne Bauen. Es gibt 1000 V-Bucks für den Gewinner. Und ja, man. Ich mach jetzt den Server auf. Gebe erstmal Mods, Mitgliedern und Ehrenmitgliedern den Code. Es gibt nur einen Gewinner, auf jeden Fall. Viel Glück an alle, um auch reinzukommen, weil viele wollen mitmachen. Auf jeden Fall Streamliken nicht vergessen. Schaut mal die 1000 Likes. Und ich mach jetzt den, ich mache den Code rein. Dann guck ich schon mal. Achso, ich muss jetzt mal einstellen. Auf jeden Fall müsst ihr einstellen. Genau wie ich jetzt. Alle, die mitmachen wollen, ihr müsst einstellen. 0 Bauen. Solo. Ranked aus. Das müsst ihr einstellen und den Code dann hier eingeben, wo ich den jetzt eingebe. Ich scroll ein bisschen runter. Benutzer, differenzierter Schlüssel. Ich geb den jetzt ein. Zack. Und dann müsst ihr spielen drücken. Und dann müsstet ihr in der Warteschlange sein. So, ich geb den Code jetzt. Ah, okay. Servers auf. Ich geb den Code jetzt an die Mods raus. Mitglieder bitte an die Mods wenden im Discord. Dort bekommt ihr den Code auf korrekt. Von Albin und des Quixi. Quixi. Yes, Sir. Okay. Albin und Quixi. Schreibt mich mal kurz an. Dann schicke ich euch den Code. Und ja, Ben und Johannes bitte schon mal eingeben. Dann könnt ihr schon mal hier joinen. Dann müsst ihr gleich die Spielerzahl stehen. So, Quixi. Und Albin. Und ja, Mitglieder können natürlich als erstes rein. Jetzt Solo. So, drei warten. Ich mach mal. Lieber hier Dingscamp, falls jetzt jemand schreibt. Ben, gib den Code ein, wie ich gemacht hab. Hier unten bei Benutzerdifferenz... Achso. Hier bei dem Schlüssel eingeben. Den Code. Annehmen und Solo joinen. Steven, willkommen in der Brownie-Gang, Bruder. Herzlich willkommen. Calvin. Calvin. Herzlich willkommen, Bruder. Und Bilal Balou mit 2,50. fetten Dank für deinen Support. Und frät die Eierschädel mit 2 Euro, Bruder. Würde Rocky mich seinen Knochen knabbern lassen, Bruder. Ich glaube nicht. Der haut den in einer Sekunde weg. Ah, 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 ah. Okay, La Familia mit drin. Nice. Okay, sehr viele Mitglieder sind schon drin. 17 Mitglieder. Nice. Nice, nice, nice. Und gleich gebe ich den Code hier bekannt für alle. Ich schreibe den mir schon mal auf. Ich schreibe den hier in der Textdatei auf. Und dann ziehe ich das gleich hier rein. Zum Beispiel, ja. Und dann kann jeder joinen. Marvin, bei mir geht der Code. Nice, Ben. Also Ben ist am Start. Viel Glück auf jeden Fall. Oh, 23 Spieler schon. Heftig. Und Robin, willkommen in der Brownie-Gang, Bruder. Herzlich willkommen. Okay, 25 Leute schon. Tschüss. Wir könnten auch einen Mitgliedercup machen, theoretisch, Alter. Okay, den Code haue ich jetzt für alle raus bei 4 Minuten. Bei 4 Minuten haue ich den für alle raus. Es sind jetzt genug Mitglieder drin. Und jetzt für alle für den Stream. Ich ziehe die Datei gleich rein. Da steht der Code drauf. Und yes. Ach, bei dir geht der Code nicht, Ben. Der muss gehen. Der muss gehen. Vielleicht hast du falsch eingegeben. Matteo mit 2 Schweißer Franken. Vielen Dank. Und Raphael, willkommen in der Brownie-Gang, Bruder. Also, Ben. Du musst hier eingeben. Benutzer definierter Schlüssel. Hier den Code eingeben. Annehmen drücken. Solo-Game. Ranked aus. Und dann starten. So geht der Code dann. Er muss gehen. Es sind 30 Leute drin, Leute. Er muss gehen. Die meisten haben keinen Beweis geschickt. Also kein Code. Genau. Mitglieder müssen beweisen, dass ihr Mitglied seid. Sonst kein Code. Okay. Bei 4 Minuten. Ich haue den jetzt raus, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Oh. Also. Der Code ist CUP111. CUP111. Alles kleingeschrieben. Das ist der Code, Leute. CUP111. Das ist der Code. Alles kleingeschrieben. Viel Glück an alle, die mitmachen. Solo-Cup. Ich bin gespannt, was für Crackys wir hier am Start haben. Kelben ist gerade leider... Achso, ich bin... Ach, Discord. Okay. Kelben, ich komme. Ich komme. Kelben ruft schon an. Ach, ich bin... Oh, 200 Leute. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was passiert, wenn man den Code hier raushaut? Okay. Solo-Cup. Ich bin sehr gespannt. Get up, Leute. Ich war weg, ne? Discord. Raphael mit 3 Euro. Vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Okay. Ich mache kurz Intro. Peace, Leute. Basket up. Heute neuer Solo-Cup. Und zwar diesmal ohne Bauen. Ich bin sehr gespannt. 333 Leute warten schon. Ich bin krank gespannt, was für Crackys wir hier am Start haben. Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr Community-Challenge mit der Community. Wir gucken, wer der beste Spieler ist. Und danach gibt es einen Duo-Cup. Let's go! Okay, wir starten. Über 300 Leute wollten joinen. Alter. Danach gibt es den Duo-Cup, Leute. Ben. 2,50. Marvin, alles gut. Perfekt. Alles klar. Ben ist auf die Stadt. Viel Glück, Ben. Und danke dir für deinen fetten Support heute, Bruder. Fritti Mango-Schädel, Bruder. Speckschädel, Mango-Schädel, Bruder. Danke für deinen Support, Bruder. Lieber Mango-Schädel, Speckmann oder Eierschädel. Eierschädel hättest du eigentlich gut an. Eierschädel gefällt mir am meisten, Bruder. Danke für deinen Support wieder. Let's go! Ich bin krass gespannt, wer den Solo-Cup macht. Nicht Bauern, Alter. Matteo mit zwei Schweizer Franken. Fetten Dank für deinen Support. Wie kann ich den Code bekommen? Ich bin Mitglied. Wir hatten gesagt, bei den Mods melden beim Discord. Beweis schicken, dass ihr Mitglied seid. Und dann kriegt ihr den Code. Aber er hat 30 Leute. Nein, ich wurde rausgeworfen, es geht nicht. Ah, shit, shit, shit. Egal, dann haben wir noch einen Duo-Cup. Easy, Ben, easy, Ben, easy. Easy, easy, easy. Okay, es geht los, es geht los. Es geht los, Leute. Okay, und bist du am Start? Yes, sure. Raphael mit einem Euro. Fetten Dank, Bruder. Okay, Solo-Cup ohne Bauern. Wir spielen natürlich nicht mit. Wir stürzen uns von irgendwo runter. Ja, wir gucken zu. Dann genießen wir die Show. Ich bin echt gespannt, ob wieder ein paar Talente am Start sind. Wenn Ziegenzichter am Start ist, wird es eng für euch, Leute. Es sind heftige Spiele am Start auf jeden Fall. Zwar ohne Bauern, aber wird interessant werden, ne? Genau. So. Wir machen mal einen Abgang. Okay, ihr braucht... Achso, weil ich vergessen habe. Minimum drei Kills braucht der Gewinner. Minimum drei Kills. Ich hab jetzt leider vergessen vorher zu erwähnen. Deswegen schauen wir da mal. Also beobachten. Wir machen danach ne Abstimmung, ob Duo oder Solo. Ich glaub Alvin und Quixi machen sogar mit. Ja? Nach der Aldi mit? Nach der Aldi mit? Äh Alvin. Und Quixi. Peter Griffin. Aber schon lustig diesen Peter Griffin Skin so... Ja man. Das ist mir echt zu fett. Zu fett... Zu viel Schussfläche. Ja man. Ich baller mir einen Shake rein auf jeden Fall. Okay, Leute looten noch. Ganz entspannt. Ich werd schon mal schöne Rebugs besorgen nochmal. Bisschen aufstocken. Der Aldi macht sogar mit und schreibt noch nebenbei, Bruder. What the hell? Ich find's auch mal krass, wenn die mitmachen und schreiben noch. Ist so, Bruder. Es wär dick angespannt, Alter. Auch dieser Ryan eben da am Ende kam. Ja man. Gegen Squat und dann schreibt er noch. Crazy. Bei mir war wir ohne Waffe. Hab den Leben lassen. Bruder, keine Gnade. Du musst... Du musst jeden mitnehmen, Bruder. Okay, bis jetzt noch keinen mitnehmen. Oh, der hat einen Kill, der Bruder. Kannst du nach meinem Lobby für Cup. Easy, easy Ben, easy. Kriegst den Kauz. Ich hoffe, es klappt diesmal dann. Ja, Mann. Und danke dir für deine 2-5, Bruder. Ja, Mann. Danke ganz gut. Oh. Oh, Son Goku hat Stress. Black Woman abgekilled. Zwei Kills am Start. Yes, Sir, yes, Sir. Zwei Kills. Yes, Sir. Okay, dance dich ab, Alter. Jetzt machen wir weiter. Jetzt machen wir in der Zeit einen Shake fertig. Oh, der Bruder hat auch einen Kill. Kommt gerade von der Schlacht, wie es aussieht. Freti, Moncler Team mit 2,50. Moncler Team ist einfach genannt, ey. Fan treffen mit euch, aber nur wir drei. Bin in love, Bro. Das ist leider nicht möglich. Oh, der ist in Reckless. Reckless geht immer was ab. Ja, Mann. Da geht's ab. Reckless geht immer was ab. Habe den Code als Mitglied zu spät bekommen. Bitte nächstes Mal länger warten. Wir können nicht so lange warten, weil Leute geben dann weiter. Weißt du? Und dann wird er geleakt und dann ist die Lobby voll. Das ist dann drauf. Ben mit 2,50, Bruder. Gönn dir eine Mitgliedschaft, Bruder. Dann kannst du auch schreiben, Bruder. Danke dir, Bruder. Ich kenne die Bewegung. Beste, Bro. Beste. Okay, noch sehr ruhig bis jetzt. Diesmal ohne bauen, Alter. Oh, was geht da? Hä? Bruder, haben die sich zusammengetan? Oder sehe ich hier gerade nicht richtig, Bruder? Waren das gerade drei Leute, die sich zusammengetan haben? Bro, die zwei haben geteamt. Okay, krass. Florian mit 2,50. Vielen Dank für deinen Support, Bruder. Die sind ein Team. Krass. Noch nie gesehen. Achso. What the hell? Der Bruder hat einen Kill. Groß Neues an alle. Leute, Streamliken nicht vergessen. Schaffen wir die 1000 Likes. 1000 Likes. Ey, bist du dir sicher, dass die im Team sind? Dass sich da zwei zusammengetan haben? Ja, ist doch Solo. Anonym mit einem Euro. Vielen Dank, Bruder. Aber am Ende müssen sie sich ja trotzdem killen, ne? Zwei können die nicht gewinnen bei Solo. Natürlich. Fahren jetzt geschrieben. Ist jetzt unfair. Oder er jagt die Bordseite. Wie weit hat sie die da runtergejagt? Oh krass. Oh krass. Der will Trisor. Ben, Calvin, kann ich an deine Truppe oder guckst du? Guckst du? Damit ich natürlich keinen den Platz wegnehme. Oh, neues Mitglied Pogba. Herzlich willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Willkommen, Bruder. Danke für den Support. Oh, der hat den wegrasiert. Die Bots. Was gibt mit den Bots? Oh, die fette Botfette. Der Bruder hat die Medaille, macht einen Abgang. Oh. Gegner. Von dem gleichen Skin. Nein, ne, doch nicht. Rasiert wurde. Bruder, der hat acht Kills. Gamer. Acht Kills hin, Bruder. Guck mir mal zu. Ey, der hat Potential, ne? Der hat sehr Potential. Auch jetzt miesen Loot. Gefährlich jetzt. Sehr gefährlich. Okay, er hat auch Fortbewegungsmittel. Mythische Waffe. Goldene Pump. Florian mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Wie kann ich Mitglied werden? Erster Link in der Beschreibung. Oder hier angepinnt. Ist auch hier angepinnt. Der Link für die... Ah ne, ist doch nicht angepinnt. Aber erster Link in der Beschreibung. Ferre... Ferre... mit 2 Schweizer Franken. Danke dir für deinen Support. Meine Family ist arm. Can you buy me a Skin? Bruder, ich glaube mit 2 Schweizer Franken kannst du dir einen Skin kaufen, Bruder. Aber danke dir. Der Link für den Sport. Danach Duo Cup. Danach schauen wir mal. Oh, Ziegenzüchter ist da. Oh mein Gott, ich sehe es hier unten. Oh mein Gott, Leute. Ziegenzüchter Ali hat sich reingesneakt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ohne bauen diesmal, Bruder. Oh shit. Vielleicht danach nochmal mitbauen. Wir gucken mal. Oh, Travis Skin, Wilder Skin, Bruder. Zwei Kills der Bruder. Ja man, das ist nice. Ich schwöre, bekommt der immer rein, Alter. Heftig. Ich habe ihm nicht den Code gegeben, sonst was. Der ist fair reingekommen. LaFamilia leider dead. GGs, Bro. GGs. Noch ein Travis, Alter. Noch ein Travis. 36 Spieler nur noch. Das ist echt wenig, ne? Also viele wurden hart rasiert. Ja man, also geht gut ab. Mokro auch dead. Oh, hier. Der Bruder ist am Start. Der hat ja eben. Krass. Drei Kills jetzt. Der Travis, den gucke ich mal weiter zu. Ben mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Wir machen erstmal Duo Cup danach. Und danach gucken wir, was wir machen. Dann machen wir nochmal eine Abstimmung im Chat. Für deinen Support, Ben. Du bist verrückt. Oh. Ach, das ist ein NPC. Okay. Es gibt sogar welche mit dem Skin einfach. Ja, ja. Der Bruder sneekt sich da rein. Oh, Albin ist am Start. Albin, Bro. Albin. Da drin ist jemand. Da drin ist jemand. Albin, nimm dich nach. Pass auf, Bro. Okay, ich will jetzt keinen Nachteil hier verschaffen. Wegen Streamsnipern. Albin, auf. Albin, auf. Albin, auf. Albin, auf. Albin, auf. Albin, auf. What the. Hell, geht's hier ab? Hä? Der war voll in der Wand. Ist das auch wieder ein Team? Hä, da sind wieder diese Zwerge, Bruder. Was geht mit denen ab? Sind das drei Leute? Hä? Ist das ein Dreierteam, oder? Die sind auf Weihnachtsinsel, Bruder. Was geht mit denen ab? Was passiert hier, Leute? Da, das sind drei Leute. Die haben uns zusammengetan. Hier, Bruder. Rick Grimes, Bruder. In diesem Karton, Mann. Und noch ein Zwerg. What the hell? Leute, es kann nur einer gewinnen, ne? Ja, also ihr müsst euch natürlich auch killen, ne? Basti mit 2,50. Fetten Dank, Bruder. Bitte danach noch Skin Conless. Boah. Ich glaube, wir müssen einige V-Bucks heute raushauen. Die sind auch ein Team. Was passiert hier, Leute? Leute, was macht ihr alle Teamarbeit, Mann? Was passiert hier? Ihr fällt Perser mit zwei Schweizer Franken, Bruder. Kannst du mir eine Wohnung kaufen? Wir sind broke. Kein Problem, Bruder. Kein Ding, Bruder. Oder komm, bei mir, Bruder. Gar kein Problem. Bro, die Teamen. What the hell? Oh, kleine Match. Eminem rasiert worden. Wurde von Teamer gekillt. Wurde von Teamer gekillt. Das ist auch ein Teamer. Wir müssen mal gucken, ob wir das nächste Mal disqualifizieren oder nicht. Weil im Endeffekt, guck mal, ist dann ja in der Situation 3 gegen 1, wenn die jetzt zusammenarbeiten. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Eigentlich Manipulation halt, ne? Hm. Hm. Das sind halt diese Dinge, Leute. Wenn wir das zum ersten Mal machen. Ja, ja, das muss man halt. Genau. Hm. Das muss man halt erst mal sehen. Okay, bis jetzt. Okay, viele campen noch. Ganz ehrlich, eigentlich müssen wir sofort wiederholen. Und sagen, das geht nicht. Nein, nein. Es kämpfen ja Leute auch fair. Also, das müssen wir mal vorher klar machen. Der Gewinner hat trotzdem... Gut, wir haben es nicht lange gemacht. Es gibt trotzdem nur einen Gewinner. Im Endeffekt. Okay, das stimmt. Nur ist halt schade, wenn jetzt einer, ne? Da an die Dei gerät. Genau, oder einer von denen ist dann disqualifiziert. Müssen wir mal gucken, aber... Ist halt so... Ja. Haben wir jetzt nicht gesagt, weißt du? Oh. Ja, aber... Der Bruder hat sich auch zur Ruhe gesetzt. Er hat neun Kills gemacht. Chillt seine Eier jetzt. Neun Kills? Passt. Ja. Ich hab Ziegenzüchter gar nicht gesehen. Ist der tot? Der... Bruder, alle campen Bus. Drei Kills. Leute, ihr braucht Minimum drei Kills. Ja. Minimum drei Kills. Alvin, Bro. Drei Kills, Bro. Oh. Okay, jetzt wird das Game ein bisschen langsamer. Auf jeden Fall. Also es werden nicht mehr so viele gekillt. Alle spielen ein bisschen auf safe. Ich glaub Ziegenzüchter ist gar nicht mehr drin. Oh, Alvin wurde getötet, glaub ich grad. Hier, diese Insel, Bruder. Das sind die Themen. GG ist Alvin. Bro. Ich krieg immer die gleichen Spiele angezeigt. Bro. Ich krieg immer die gleichen Spiele. Ey, es sind doch 26 Leute drin. Was geht hier ab? Warum kann ich denen alle nicht zugucken? Ziegenzüchter ist tot. Oh, okay, okay, okay. Oh, oh. Ohne bauen schwer. Ohne bauen schwer. Ich denke, die Leute, die krass bauen können, die ärgern, da fehlt denen was, ne? Ja, safe, safe, safe. Ist nochmal ganz anders dran. Viele am Campen. Viele warten auf Endgame. Er slide durchs ganze Map einfach. Hm. Er slidet durchs ganze Map einfach. Ja, wir gucken danach, ob wir Team haben, disqualifizieren oder nicht. Wir machen da ne Abstimmung, auf jeden Fall. Oder ich mach jetzt ne Abstimmung, komm. Ich hau... Oh, der hat 12 Kills. Ach, Nico Gamer, Bruder, den gucken wir zu. 12 Kills. Der ist gut, Leute. Der ist sehr gut. 12 Kills ist krass. Das passt. Das ist crazy. Teamer disqualifizieren. Ja, nein. Umfrage ist raus. Leute, alle bitte abstimmen, ob Teamer disqualifiziert oder nicht. Niklas Bier mit 2 Euro. Vielen Dank, Bruder. Seid die Besten, mach weiter so. Fetten Dank für deinen Support, Bruder. Teamer disqualifizieren oder nicht, bitte abstimmen einmal im Chat an alle, die zuschauen. Genau, Abstimmung. Okay, krass. 90 Prozent, ja, alles klar. Okay, ab jetzt. Alle Teamer werden disqualifiziert, Leute. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass Leute teamen. Das ist halt eine Null-Nurban. Das ist dumm. Vielleicht wiederholen wir dann, aber der Gewinner kriegt trotzdem seine 1000 V-Bucks. Er kann schon mal welche nachholen, Kelton, auf jeden Fall. In der Zeit. Ja, bin gerade dabei. Perfekt, man. Nochmal neue Codes. Ja, Team, hätte ich jetzt niemals daran gedacht, dass... Ich hoffe, das sind ja die meisten Mitglieder. Meistens sind die ersten Kliniere, ne? Weiß ich nicht, ne? Wir machen es so, wie gesagt, der Gewinner kriegt jetzt trotzdem hier seine 1000 V-Bucks, aber wir haben jetzt daraus gelernt, okay, das ist halt nicht cool. Weil, wenn da einer rumläuft, da kommt 3 auf den drauf, ist halt nix, ne? Okay, Endzone ist komplett im Schnee. Bisschen im Wasser. Locker, wenn ich weggehe, macht er jetzt wieder Kills. Oh, neues Mitglied. Axis. No Scoop. Herzlich willkommen, Bruder. In der Brownie-Gang. Herzlich willkommen, Bruder. Herzlich willkommen, Bruder. Ja, Teamer werden disqualifiziert. Ja. Dann können wir ja direkt eine Squad-Challenge machen oder Trio, weißt du? Ja, Mann. Oh, 1000 Leistenschaft, stark, Leute. Leute, stark. Frexta mit zwei Schweizer Franken, danke dir, Bro. Kann ich dir nicht sagen, Bruder. Können wir nicht vorlesen. Besser zum Arzt, Bruder. Er ist jetzt safe gewonnen, deswegen machst du es mit, Bruder. Mokko. Sehr gut, Albin, dass du den Team da, dass du es gewandt hast, weil das nervt. Ja, Bruder. Alle campen nur noch. Die ganze Lobby-Bahn. Okay, er hat auch, er hat goldene Ska, ne, mythische Ska. Okay. Ich glaube, es ist auch ein Sport-Bahn. Und der Sport-Bewegung. Automatisch-Konto, Salven-Dings. Und ja, Sport-Bewegung. Ich glaube, der Haken ist das Beste. Niklas B wieder mit zwei Euro Dankeschön, Bruder. Koko ist seit sieben Jahren Ehrenmann, oder? O.G, Alter, danke mir dann für Sport, Bruder. Beste Grüße. Isst du Essen oder Flocken? Hm, mein Reis. Ja. Hört man fast? Nö, nö. Oh, 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 oh. Jetzt Stress. Oh, was? Was? Er mit zwölf Kills wurde gekillt, Bruder. Oh, mein Gott. Oh, shit. Und einen wird den zweiten gemacht. Oh, shit. Das ist bitter. Das ist bitter, aber. Das ist bitter. Gut gekampft an den zwölf Kills, Bruder. Ja, ja, ja. Oh, ein mieses Setup jetzt. Dann bist du sie. Für die Gains. Bruder. Habe ich gerade richtig gesehen. Hier chillt eine Medaille. Wie kann das denn sein? Noll. Oh, oh. Oh, shit. So, geht fast ab. Okay, er hat rasiert. Drei Kills, der Bruder. Er hat seinen Soll erfüllt. Wow. Zwerg war, glaube ich, auch einer von den Teamers. Bin ich sicher. Oh, er hat vier Kills. Und du mit Bild? Wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Okay, jetzt wird es ernst mit der Zone. Elf Spieler noch. Für die Gains, Calvin, bin heute auf 200 Gramm Eiweiß gekommen. Sollte eigentlich 180. Aber jetzt drückt sie im Darm, ja, Mann. Bei mir auch. Also, 180 reicht bei mir sonst. Genau. Ihr müsst einfach gucken, dass der ist gut verdaut. Ich habe jetzt auch, obwohl ich vielleicht jetzt, keine Ahnung, 180 würden auch reichen. Habe aber 200. Ein bisschen über 200. Ja, ja. Mal gucken, dass der verdaut. Okay, nur noch zehn Leute. Danach, wir machen eine Abstimmung, ob mit Bild oder ohne. Genau, genau. Oh, oh. Da ist die Ü-Ball-Wege. Ja, Mann, da geht viel ab. Ü-Ball. Tschüss. Oh. Welches Essen hat Eiweiß, Eiersnacken? Ja, Hähnchen, Eier, Rind. Hähnchen, Garnelen, Lachs, Rind, Hähnchenbrust. Oder einfach Eiweißshake dazu trinken. Ja. Proteinlimo oder als Whey-Protein. Genau. So viele Möglichkeiten. Sechs Spieler nur noch. Alle um diese Taschenbocken mit, Alter. Oh, ich hasse diese Taschenbocken. Nein, Mann. Oh. Fünf Leute nur noch. Oh Gott. Endspurt. Oh, ein Snack von hinten. Ich habe es gut, glaube ich, ins Haus sogar. Ah, nee. Zone ist es. Sieg zu Charlie, was? Er lebt doch noch. Er lebt. Hast du ihn gesehen? Wenn er es echt ist, glaube ich schon. Ja, krass. Heute zurückhalten mit drei Kills. Hä? Das ist heute auch safe. So, das Mindeste erfüllen. Vier Leute nur noch. Oh shit. Grappler und Balls. Alles klar. Oh shit. Oh. Oh. Die Frau hat es gemacht, Bruder. Crazy. Herzlichen Glückwunsch. Acht Kills am Start. Sehr, sehr stark. War das Freezy? War das Freezy? Ich muss nochmal gucken. Erstmal ausfindig machen, wer das war und die 1000, die was gewonnen hat. Wer war das? Und Ben mit 2,50. Fetten Dank, Bruder. Da können wir sofort Ben. Oh, Mo Edge. Danke für dein Geschenk. Oh, nice Emote. Nice, nice, nice. Crazy. GG's, 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 GG's. TT Freezy. Ich esse dich einmal. Dann bekommst du deine 1000 W-Bucks. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Bruder. Ich muss sagen, zum Zuschauen ist, glaube ich, Bauen sogar geiler. Ist halt nochmal fürs Auge. Aber wir können auch mal eine Umfrage machen, ne? Ja, wir machen jetzt nochmal eine Umfrage. Ich glaube, es ist ein bisschen spannender sogar. Ja. Rein vom Zugucken war es vielleicht ein bisschen trockener, wenn ich das mal so beschreiben würde. Genau. Weil viele haben gekelnt. Wobei ich... Okay, bei Bauen auch, ne? Aber... Wobei ich sagen muss, natürlich... Genau, wir machen jetzt nochmal eine Umfrage, Leute. Wir machen nochmal eine Umfrage. Auf jeden Fall, äh... Äh, äh... Freezy, Bro. Einmal bitte eine Anfrage schicken, wenn ich es jetzt nicht finde. Perfekt. Alles klar, dann... Einmal deinen Discord-Namen bitte schreiben. Dann kriegst du deinen Code. Discord. Jetzt... Oh! Discord. Lass ich mal das hier aus. Okay, ich add dich und dann kriegst du deine 1000 Vivax Pro. Ich vergesse immer, wo man Leute edit. Ich hab dir schon mal geschickt den WhatsApp. Den Code für den Gewinner. Irgendwie so... Ich fühl das voll zum kompletten Abschied vom Stream immer nochmal so skippt. Ja, Mann. Achso, ja, ja, ganz am Ende können wir nochmal Skin Contests mit ein. Stoppt einfach, ne? Ja. So, machen wir auf jeden Fall, Leute. Genau, genau. Verifiziert euch schon mal in unserem Discord an alle, die Skin Contests nachher mitmachen wollen. Alle verifizieren im Discord. Discord ist angepinnt. Dann könnt ihr nachher mitmachen, auf jeden Fall. Matteo! Und wartet an der Warteschlange. Marvin, ich habe den Mods Beweis geschickt, dass ich Mitglied bin, aber ich bekomme keine Antwort. Aber ich würde gerne beim Duo Cup mitspielen. Easy, bro. Deswegen kommt es auf jeden Fall hin. Ben mit 2,50 Euro, vielen Dank. Ben, kurz Geduld, Bruder. Ben, ein bisschen Maschine, aber ein bisschen Geduld. Danke für deinen Support, bro. Dragan mit 1 Euro, vielen Dank. Der Name geht dort leider nicht. That's not good. That's absolutely not good. Dragan für Covid, YouTube, 1 Euro. Danke für deinen Support. Heute im Gym waren so viele Leute, es war so voll. Also bei uns auch heute so einmal so voll, dann auf einmal leer. Eigentlich richtig leer war das heute. Es war so undefinierbar random. Heute war richtig leer bei uns. Das war komisch. Erst war aber ein bisschen voll. Ja. Voll random. Also manche haben wahrscheinlich ihre Karte ausgeschlafen, dann manche haben durchgezogen. Dies, das. Und Adrian mit 2,50 Euro. Fetten Dank für deinen Support. Und Matteo mit 2,50 Euro. Fetten für deinen Support. Okay, ich gucke mal auf. Freezy. Das sieht man auch sehr oft. Ja toll, wo sehe ich jetzt die Anfragen? Ah, hier. Ah, perfekt, perfekt. Habtisch, habtisch. Alles klar, ich schicke dir jetzt den Code zu. Und dann viel Spaß mit den V-Bucks. Nice. Ich habe dir auch schon mal den Code für den nächsten Gewinner geschickt. Perfekt. Und werde jetzt erstmal nochmal 10 weitere besorgen. Ja man, heute fließen wieder Codes und Cups. Ja man, wie gesagt, es gibt hier immer Gewinne. Also es ist nie eine Random Challenge. Ihr könnt immer was gewinnen heute. Dass ihr Bescheid wisst. Seid gern immer am Start. Ich muss mal mit Handy einfach. Da kann ich dir ja den Code so schicken als Bild. Weißt du. Also. So, ich kontrolliere noch einmal den Code. Alles klar, Code ist raus. Viel Spaß, Bro. Hast du mit zwei schon mal geschickt, ne? Ja, für den nächsten Gewinner auch schon mal. Okay, wir machen jetzt eine neue Umfrage, Leute. Ihr könnt alle abstimmen im Chat. Ich bin sehr gespannt, ob die Leute bauen oder ohne bauen lieber wollen. Marc Schaber, willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Marc Schaber, willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Bro. So, wir machen jetzt eine Umfrage. Duo Cup mit oder ohne bauen? Ich sehe schon viele schreiben mit. Interessant. Duo Cup. Ohne bauen. Mit bauen. Mit bauen wollen die Leute, krass. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen anschaulicher. Also für viele Mitbewerber hier, die mitmachen, ist es natürlich härter, wegen den Skills. Ja, aber ich glaube, auch viele mögen das so zuzugucken. Ja, ja, ja. Aber für die Spieler könnt ihr mir vorstellen, ohne so. Ich fand es auch spannender eigentlich mit sogar. Genau, wir sind jetzt auch nicht die Baukings, aber so. Genau. Nico mit einem Euro. Vielen Dank für deinen Support, Bruder. Mit zu verschwitzen. Ja, verschwitzt er, aber ich glaube, es ist geiler zum Zuschauen. Ja, aber ich denke mal, wir werden zukünftig beides immer machen, ne? Genau, 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 genau. Damit jeder mitmischen kann. Genau. Sollen wir dann aber erstmal eins ohne bauen machen, du? Um einfach mal zu gucken. Das könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Und jetzt die Regel, keine Teams, ne? Genau. Also halt nur du, ist ja klar. Aber jetzt keine Trios oder Squats. Also Regeln sind immer, keine Teams bilden und minimum drei Kills braucht der Gewinner. Genau. Warte, zehn verschenkte Mitglieder? What, 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 what? Oh, Tom wieder mit zehn verschenkten Brownies-Mitgliedern, Bruder. Ehrenmann, Tom, Bruder. W Tom in den Chat, Leute. Crazy. Crazy Support, Alter. Crazy. Crazy, richtig am Gönnen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, wir machen ein ohne, weil wir es eben angekündigt haben, ein Duo Cup ohne bauen. Und danach nochmal ein Solo Cup mitbauen und ein Duo Cup mitbauen, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Komm, heute mal richtig fit. Wow, 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 Sniper mit 20 Euro. Fetten Dank für Nice Report. Feuer euch. Könnt ihr mich grüßen. Schöne Grüße an Sniper Gear. Sniper Gear, beste Grüße. Und Ben nochmal 2,5 Mark hast du mir beiget. Ben, beruhigt dich. Bruder, Ben. Ben, bro. Account-Idee, nenn dich 2,50 Ben. Ist so, Bruder. Verrückt. Können dir mal mitgehen, Bruder. Können dir mal mitgehen, Bruder. So, Ben, Moment. Hast du echt verdient. Moment, Moment, Moment. Ich komme kurz rein. Okay, Moment. Was geht, was geht, was geht? Was geht? Okay. Seid ihr beim Duo Cup dabei? Ja. Okay, wir machen jetzt erstmal ein Duo Cup ohne Bauen. Dann auch nochmal Solo Cup mitbauen und dann Duo Cup mitbauen. Okay. Du weißt es nicht, von denen bist du? Ist das von euch? Ich habe ihn mal mit der Hand. Okay, jetzt mach den Code ready. Überleg mir schon mal einen Code. Ja, mach das. Ey, wer ist das denn? Okay, Code ist am Start. So, Moment. Machen wir mal einen Fullscreen kurz. Äh, Johannes, kannst du dich kicken? Bruder, was passiert hier? Warum sind hier 100 Leute? Ja, ich verstehe das nicht. Soll ich mich wieder verlassen? Tut mir leid. Ja, tschüss. Tut mir leid, tut mir leid. Bro, ich lade euch ein. Warte, warte. Bruder, da kommt einfach jeder ganze Fortnite-Lobby. Bro, what? Was geht da ab, Digga? Was passiert hier, Bruder? Erstmal No Build, Duo Cup. No Build. XX Sniper Gear, willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Willkommen, Bruder. Eben noch gespendet, jetzt in der Brownie Gang. Verrückt. Wo sind wir jetzt in Lego drin auf einmal? Also, Zero Build. Duo. So, Meister. Eingeladen. Und Johannes einmal. Kommt rein, Briss. Code wird gleich bekannt gegeben. Genau, danach Solo Cup mitbauen. Und Duo Cups mitbauen. Ja man, also heute geht es euch ab. Ja man, heute vier Cups hier. Okay. Ich weiß nicht, was das eben war. Alles gut, alles gut, alles gut. Also. Ich höre mich bei einem wieder doppelt. Einer muss wieder muten. Weil sonst ist der Code exposed. Perfekt. Also nicht nachsagen jetzt. Ich sage euch jetzt den Code, ne? Mhm. Also. Oh, warte, muss ich kurz ziehen. Yes, sir. Warte. Red mal noch. Red mal. Ja. Ja, du bist. Nein? Nein? Ja, warte kurz. Warte kurz. ok haben wir ja 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 welcher gut wo wie geht man noch mal chat ach so hier doch also drei dreimal ja 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 So Leute, so, 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 also, alle Mitglieder, wieder an Quixi und Alvin melden im Discord, dann bekommt ihr den Code, so, ich gebe den Code jetzt weiter an die Mods, an Alvin und Quixi, bitte nur Mitglieder schreiben mit Beweis, die kriegen den Code, Quixi am Start, so, ich muss den eh noch eingeben, was Tom, alter Tom, Tom, das kann nicht wahr sein, bruder, was passiert hier mit 10 verschenken, Mitgliedschaft schon wieder, bruder, Bruder, Ehrenmann, Ehrenmann hier, das ist absolut crazy, absolut crazy, Tom, kein Support, Intank, crazy, also, zero build, no build, ohne bauen, duos, rankt aus, rankt aus, ok, ich mache jetzt den Code fertig, annehmen, so, ich starte, ich gucke, ob es klappt, ok, Mitglieder und Alvin, äh, Mitglieder und Mods, ihr könnt joinen, gucken, ob es klappt, Ben, Johannes auch joinen, und ja, ja, herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder, auf jeden Fall, ja, man, willkommen, herzlich willkommen, stream, like, nicht vergessen, Leute, genau, duo, no build, duos, ohne bauen, und Leute, wir machen ja auch immer spontane Gewinne, auch die Anzahl der ganzen Challenges und Turniere immer spontan, hab jetzt gerade nochmal, wie gesagt, 10.000 V-Bucks besorgt für fette Gewinne, also, bleibt immer dran, hier gibt es immer was zu gewinnen, abzuräumen, deswegen, abonnieren, Glock aktivieren, ganz wichtig, ja, man, genau, äh, genau, ich gehe kurz auf Toilette, dann kriegen die Mitglieder in der Zeit den Code, und gleich mache ich den öffentlich, wenn ich wieder da bin, irgendwann, mache ich den öffentlich, deswegen joint jetzt, und ja, man, bis gleich, bis gleich. Versuchen und Verstecken wird auch wieder kommen, hab ich richtig Bock drauf, jetzt wo das hier einer geschrieben hat, und zwar, jetzt geschrieben, The Amigas, machen wir auf jeden Fall, eigentlich ist es eine völlig gute Idee, also Skin Contest wird auch noch kommen, neben den Turnieren, und Suchen und Verstecken bockt auch richtig, xxSniperGear, danke für deinen Support, Bruder, danke schön. Leute, der Code kommt gleich, bleibt am Start. Safe kommt noch Skin Contest, also wir machen jetzt Turniere, wir gucken, ob wir jetzt, wir wollten eigentlich erst sogar nur zwei Turniere heute machen, jetzt würden es wahrscheinlich vier, dann wird noch Skin Contest kommen, und Suchen und Verstecken habe ich persönlich auch sehr Bock drauf, also, wird noch wild werden, also, ihr merkt, wir machen es immer spontan, V-Bucks sind am Start, viele Gewinne, und wir machen so einen Freestyle, wir machen auch oft eine Abstimmung, dann könnt ihr einfach abstimmen, und das wird es dann immer. Dankeschön, Kevin, dir auch frohes neues Jahr, zieht alle durch, immer schön gesund ernähren, Sport treiben, wichtig, wichtig, wichtig. Meiner, der Code kommt gleich. Wie viel Gramm Eiweiß am Tag? Ähm, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn du zum Beispiel 80 Kilo wiegst, 160 Gramm Eiweiß, jeden Tag einhalten, oh glaub mir, der Rest dann über saubere Kohlenhydrate, gesunde Fette, und dein Körper schmeißt Fett ab und baut Muskeln auf. So, habt ihr verteilt, Albin und Quixi? Ich melde mich jetzt mal beim Handy ein, Discord, damit ich den Code besser verschicken kann. Perfekt, man. Okay, achso, der Code geht immer nur in Deutschland, ah, okay, einer hat gerade geschrieben, geht wegen Österreich nicht, aber schicke einen Code, also der letzte Gewinner, schade. Ah. Aber wissen wir Bescheid. So, 32 Leute sind schon. Okay, ich hau den Code jetzt raus für alle. Ich hau den Code raus. Boah, Tom. Oh mein Gott, Bruder, wieder. Tom und Marcel, davor war noch jemand. Tom, Bruder, chill. Bruder, zehn verschenkte Mitglieder. Bro, das ist crazy. Das ist crazy. Wir werden größer. Fetten Dank für deinen heftigen Support. Und Glückwunsch an alle neuen Mitglieder. Und Marcel mit 1,20 Euro und davor war Snipergär wieder mit 2 Euro. Alle abonnieren. Ja, Mann, Glock akzeptieren. Okay, ich schreibe den Code jetzt hier auf, damit alle beim Duo Cup mitmachen können. Duo Cup, no build. Der Code wird jetzt hier aufgeschrieben. Und zwar ist der Code, also ihr müsst du auswählen, nicht bauen. Also, ich muss gerade selber nochmal nachgucken. Also, Code ist LOL222. Let's go. Alle joinen. Rein mit euch. Let's go. Schon mal viel Glück. Let's go. Es sind zwei Infills schon am Start. Let's go. Das ist der Code. Let's go. Creator Code, Prankbus, nicht vergessen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Danke an jeden Supporter. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Okay, er muss gehen. 103 Leute am Start. Alles klar. Okay. No build Cup. Diesmal du's. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Wir starten rein, Leute. Wir starten rein. FC Bayern. Ich wiege 60, also muss ich jetzt 120 zu mir nehmen. Richtig. Ja, Mann. Viel Glück an alle auf jeden Fall. Nice. Das war ein Intro. Beide Gewinner bekommen jeweils 1000 V-Bucks. Achso, Intro. Stimmt, es ist Duo. Also jeder bekommt natürlich 1000. Ja. Ich mache einfach in der Lobby hier. Mache mit Quicksy Duo. Es ist easy. Viel Glück euch. 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 Okay. Ich mache kurz Intro. Mitglieder-Chats an, ne? Perfekt. Drei, zwei, eins. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Calvin. Und heute Duo Cup. Und zwar No Build. Ohne Bauen. Duos. Ich bin sehr gespannt, was jetzt abgeht. Daumen hoch für mehr Community Challenges. Der Gewinner bekommt... Jeder bekommt 1000 V-Bucks zu gewinnen. Und ich würde sagen, let go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You are boring. Hier kannst du mehr Kult V-Bucks mit. Haut 100 Schweizer Franken aus. Hier kannst du mehr V-Bucks verschenken. Bruder. Alter. Ey, wie sollen wir gleich beim Cup? Boah, 2000 verschenken oder so? Oh mein Gott, bro. Alter. Bro, die Garten sind crazy, ey. Fetten Dank für deinen Support. Wir machen so viele Turniere. Ey, das ist crazy. Das wird eh alles in V-Bucks investiert für die Community. You are boring, krank. Danke dir, Ehren-Mod. Ehren-Mod. Plus Support als... Crazy. Immer am Start. Crazy, crazy, man. Crazy, danke für deinen Support. Fett, danke, Bruder. Okay, viel Glück an alle. Viel Glück an alle. Ich bin gespannt. Viel Glück an alle. Mehr abgeht. Team ist verboten und ihr braucht minimum drei Kills als Team. Um zu gewinnen. Ich vergesse es immer zu sagen. Ja. Das sind die Bedingungen. Yes. Viel Glück. Yes, yes, yes. Und selbstverständlich keine Gruppen machen. Keine Vierergruppe oder so. Genau, genau. Keine Gruppen. Oh, wird das ein Free-Kill oder nicht? Hat der den Kill jetzt bekommen? Ich weiß es. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Hayat Niklas mit 2,50. Okay. Hab auf jeden Fall, Matteo. Ja, Mann. Checken wir gleich ab. Klar, die Mods sind auch gerade, ich glaube, deren Köpfe mühen. Ja, ich glaube, die werden auch hart vorangeschrieben. Also, das ist schon ein harter Job gerade. Viele Bluffen. Aber macht euch keinen Sorgen, wir machen genug Cups. Wir machen ja echt so viel. Vor allem für die Mitglieder. Ihr werdet immer bevorzugt natürlich. Vielleicht machen wir auch irgendwann einen kompletten Mitglieder-Cup einfach nur. Ja, weil das sind halt echt Supporter. Genau. Natürlich alle, aber man muss ja auch irgendwie das unter einen Hut bekommen und die Mitglieder sind halt nochmal voll am Start. So, bin mal gespannt, ob wir jetzt hier schnell den Pro ausfindig machen, beziehungsweise das Du, was hier richtig abräumt. Ja, Mann. Mindestens drei Kills und den epischen Roll. Genau, genau. Marcel wieder mit 1,20. Vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Danke für deinen Support. Und Matteo mit zwei Schweizer Franken. Danke für deinen Support. Komm, Matteo, ich älte dich einfach jetzt. Aber Matteo, bist du? Dann kriegst du den Code gleich persönlich von mir. Ja, Mann. Überreicht, Bro. Und natürlich danke für deinen Support mal wieder. Ja, Mann. So. Ah, ja, Niklas. Danke für deinen Euro. Vielen Dank, Bruder. Perfekt. Am Start. Schick dir gleich den Code. Und Marcel mit 6 Euro auf ganz trocken, Bruder. Danke für deinen Support. Ohne die einfach ohne Support. Crazy. Danke für deinen Support, Bruder. Okay, Minimum drei Kills. Bin gespannt. Bin gespannt, wer hier abreißt. Abreißt. Feiert Niklas mit einem Euro. Danke dir, Bruder. Okay, die haben auch schon einen Kill. Einfach Rocky Fitti. Einfach Rocky spielt. Rocky ist auch am Start. Ja, Mann. Rocky, boy. Crazy, ey. Oh, der ist auch mies rasiert. Oh, Travis gestorben. Was ist das für ein Skin, Bruder? Krass, das hat er auch noch nie gesehen. Das Weltkland kommt hier. Halb Deutsch, halb Ost-Nigeria. Yes. Halb, halb. Okay, okay, okay. Schönes Tänzchen. Sie verfolgt auf jeden Fall den Stream noch. Ja. Oh. Oh. Die macht einen Abgang. Hat die mythische Waffe und die Medaille, glaube ich, geklärt. Krass. Da geht man erst mal schnell beiseite, um sich... ...erst mal mit Blutleib zu versorgen. Ist sie aber solo? Ich glaube, manche sind auch solo im Duo Cup. Unterwegs. Ja, wenn die keinen Partner haben, ne? Ja, Mann. Marcel mit 250, vielen Dank, Bruder. Dann können wir sie nach dem Kämpfer. Bin solo. Okay, manche sind solo. Geht natürlich auch. Geht auch, geht auch. Und ich denke mal, die meisten, die random zusammengewürfelt wurden, die landen hier unbedingt beim Partner. Ah, solo. Darin ist, glaube ich, Mitglied sogar. Apple's Shadow, kann auch sein. Ja. Oh, Freezy mit Ziegenzüchter zusammen. Freezy hat eben gewonnen. Das wird spannend. Die haben sich zusammengetan, Bruder. Krass. Die haben sich zusammengetan. Krass. Die sind ein Duo, Leute. Es wird hart. Spannend, spannend. Es wird hart. Der zwingt sich das Back plus Freezy. Freezy. Ohne Bauen Cup. 4 Kills haben die schon. Also Ziel schon erreicht. Hast du deine Skin schon mal gesehen? Sieht man auch nicht so oft jetzt, ne? Diese Latex Skins gibt es. Ich weiß nicht, wann die die bekommen haben. Wann er im Shop war. Nein, Mann. Es gibt so einen schwarzen auf jeden Fall. Ich glaube, weiß auch. Aber den noch nicht gesehen. Die sind so geworden. Marcel wieder mit 2,50. Vielen Dank für deinen Support. Marcel, danke für deinen Support, Bro. Super Hilden Skins. Kann man selber gestalten. Es gab ja auch mal so einen grünen, der sich auf Baum versteckt hat. Das weiß ich noch. Ja, genau. Ganz grün. Wie so ein Grashipfer. You are boarding mit 5 Schweizer Franken. Yo, Calvin. Wie findest du meine Zeichnung, wo ich dir gesendet habe? Ich fand die krass. Er hat einmal eine Zeichnung von uns beiden gemacht. Und dann von der Faust. Also der kann gut zeichnen. Respekt. Richtig. Props dafür nochmal. Also krasse Leistung. Ja, Mann. Okay, die chillen ein bisschen außerhalb der Zone. Entspannend. Bisschen am Strand chillen. Ich bin der verlorene Nugget von eurem Video. Und heiß auch Mr. Nugget. Wild, Digga. Oh, la Familie am Start. Ah si, ah si, ah si. Viel Glück, viel Glück. Viel Glück. Geh nochmal zurück. Zu dem Favourite Duo. Ziegenzüchter und Freezy, der eben gewonnen hat. Bin dead. War Solo. Okay, okay, okay. Ja, Solo ist schwer. Aber allein gegen die Welt. Deox ist auch Solo-Ghost. Ah, you are born with Hyso of Insta. Ah, you are born with Hyso of Insta. Ja, nächste, nächste Dings ist Bild auf jeden Fall. Also mitbauen danach, Solo. Ja, auch danach mitbauen. Genau. Schön Solo. Und da bei Solo natürlich die Regeln. Auf keinen Fall Teamarbeit. Also wir können das kontrollieren. Jeder ist sofort disqualifiziert, wer Teamarbeit macht. Ich schaue euch schon seit sieben Jahren noch weiter. So, danke dir, Kevin. Danke, Bro. OG. Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Die Kevin, ganz dreist, Bruder. La Familie. Was ist da los, Bruder? Ja, der will den Entscheid haben. Ihr braucht drei Kills, ne? Ja, der braucht drei Kills, Jungs, ne? Drei Kills, Bruder. Keine Winn. Oh, die haben... Achso, hä? Ziegenzüchter. Okay. Ach, schon wieder die. Okay, die sind aufgerückt. Die sind aufgerückt. Genau, Mitglieder zum Beweis. Müsst ihr ein Foto von eurem YouTube-Account schicken. An die Mods. Und dann wisst ihr Bescheid, dass ihr Mitglieder seid. Wow, wow, wow. Marcel mit 6 Euro. Fetten Dank für deinen Support. Marius, Marc, Marius, ich gucke euch seit fünf Jahren. Danke dir, Bruder. Krass. Danke, Bro, für deinen Support. Was sind das für Sounds hier im Hintergrund, Alter? Ben ist auch drin. Hashtag. Glück an Ben. Ja, Mann. Für Glück. Die ganze Zeit so ein komisches Sound. Oder in Discord, oder? Ja, so ein Schleichen, wenn ich einem zugucke. Achso. Hört ihr das? Warte, ich mach mal nicht zu laut. Was ist, ob einer so an der Wiese lang geht, ne? Ja, so komisch. Okay, viele spielen jetzt vorsichtiger. Als du? Sehr vorsichtig. Es leben noch über 50 Leute. Hä, Miles wurde neu gestartet. Was ist das denn? Oh, wir können auch zwei Kills. Marcel wieder mit 250. Bro, danke dir. Marcel, danke dir. Verrückt. John Wick wird komplett rasiert von hinten. Oh, acht Kills. Wow, 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 wow. Nico, Gamer, der war doch auch eben wild. Oder? Oh. Wenn du mich richtig erinnern. Oh, hat einen miesen Hit bekommen. Sniper-Hit auf Neck. Ach, Kills ist schon eine Ansage, ne? Ist er alleine? Ja, Kills ist wild als Team. Ist gut. Sehr gut. Ich glaube, der war eben auch Solo am Start. Er hatte auch viele Kills. Der wurde, glaube ich, am Ende wegrasiert. Von einem mit weniger Kills. Wir haben einen Gehilfen. Ja, Mann. Oh, die Snipen. Oh, direkt Antwort bekommen. Ben mit 250 sind Tors. Schade, Bruder. GG's. Schade, 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 Bro. Und Marcel mit 250. Oh, da danke dir. Bruder, verrückt. Ich denke, ich mein Subot. Ach, schade, Ben. Beim nächsten Mal. Ja, Mann. Das finde ich noch das Prinzip. In die Lobby. Crazy, die sind auch gut. Die haben 10 Kills zusammen. Sehr gut. Da will man den Entfalt machen. Mentos bin dead. Recipe, Bro. Johannes mit 250. Danke dir, Bruder. Mal mich geoffen, bis die Tage. Gute Nacht. Schöne Nacht dir, Bruder. Schöne Nacht dir, Bro. Schade, schön und danke für deinen Support, Bruder. Ja, Mann. Danke für deinen Support. Wir sehen uns. Okay, Sniper-Duell hier. Irgendwie werde ich mit diesem Scope nicht warm. Ich mag nur dieses ganz lange Scope irgendwie. Das war der, der Travis Scott rasiert das stark, stark, stark. Krass, die Brüder haben 10 Kills. Ich glaube, die sind auch sehr stark. Ich meine, der war eben bei Solo dabei. Krass, Lewe noch 46. Also alle spielen sehr vorsichtig. Ja, das sind echt richtig. Keiner will sterben, Alter. Jeder will das Ding ja machen. Und neues Mitglied Marcel, willkommen in der Brony Gang. Herzlich willkommen. Marcel, willkommen, Bro. Auch wieder hier schön Fortbewegungs-Equipment. Ja, das ist echt Standard. Also ist richtig. Allein wie die sich da aus Haus gezogen hat. Also macht schon Sinn. Ja, Scar, Pumpe, Sniper. So habe ich auch. Fortbewegungsmittel. Okay, dann muss man die Medis halt weglassen. Also so. Ben mit 250. Marvin, machen wir danach Skin Contest. Danach erstmal Solo Cup mitbauen. Mitbauen, genau. Ja, guck mal weiter. Ja, mal gucken, guck mal weiter. Der trifft auch miese Hits. Boah, der trifft echt. Der ist echt gut. Ah, ja stimmt. Du bist ja in der Mod. Easy, ich schreib dir kurz. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, einer P. Einer P. Oh, oh, oh. Er hat einer P. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Er hat mal fett. Oh, der hat kein Medi, ne? Ach, krass. Nice, gezeichnet, bro. Hör mal, jetzt drauf, ne? Du bist ja auch boring Ehren, Mann. Edge mit 5 Euro. Fetten Dank, Bruder, für deinen Support. Seid die besten YouTubers. Ich gucke euch schon seit sieben Jahren heftig. Oh, crazy OG. Dank für deinen Support, Bruder. Na ja, Mann. Die haben 13 Kills mit... Huh? Die stalken die einfach. Ja, Mann. Dick Aus, jetzt. Ob das ein Fehler war? Ob die nicht... Rührt drauf. Ob das zu arrogant war oder nicht? Ja, Mann, so nach Motto. Ey, ich mach euch platt. Ja, wo ist sein Mate? Ich glaube aber, die schaffen es ins Finale. Aber der Bruder braucht auf jeden Fall Leben. Deswegen lebe ich immer Medi mit, ne? Ärmer. Richtig. Das ist das Ding. Man muss halt einbüßen, wenn man... Äh, Dings mit will. Alter, der trifft jeden Sniper-Schuss gefühlt. Boah, Alter. Echt krass. Der ist krass. Okay, die jagen den aber jetzt, den Bruder. Ja, mit dem Haken kommst du eigentlich gut weg. Oh, shit. Okay, sein Mate ist down. Oh, 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 oh. Kann ich zu seinem Mate wechseln? Fällt mir allen Seiten, hat er das bekommen. Schade, war sehr gut. Aber... Game Master. Oh mein Gott, der Game Master ist ja in der Lobby, Leute. Game Master, oh mein Gott. Mit Thomas Müller. Mal gucken, ob der Game Master drauf hat. Mein Schwanz. Der Bruder macht einen miesen Abgang. Auch wieder schöne Fortbewegungsmittel. Muss, muss, muss. Ja, jeder hat das, ne? Ja, aber es ist jetzt lange gemacht. Ja, Mann. Okay. Game Master's Kollege ist down. Game Master macht Abgang. Okay, er wurde gefinished von diesem Duo hier. Ente mit Ruben. Oh, auch. Die Kills, nicht schlecht, nicht schlecht. Gleich ein Skin, auch nice. Irgendwie sieht das nice aus, wenn man gleich ein Skin hat, ne? Ja, Mann. Guck. Das wahre Duo, irgendwie. Okay, diesen grün, meinst du? Ja, genau, genau. Und den haben die ja wahrscheinlich irgendwie in anderen Farben. Irgendwie so Pro-Vibes, ne? Ja, Mann. Der Skin, ne? Ja, Mann. Oh, er struggelt mit Zone. Die chillen hier im Busch. Viele chillen im Busch, hat es mir auch gut gefallen. Die Spiele sind echt Busch-Chiller. Der struggelt immer noch mit Zone. Apropos Busch, gibt es doch diesen goldenen Busch? Ich sehe den gar nicht mehr. Nee, nee. Gibt es nicht mehr, ne? Viele OG-Sachen gibt es gar nicht. Hä, Mann, krass. Guck, ich kriege immer die gleichen Spiele, irgendwie. Obwohl ich weiter drücke. Was komisch? Ist man wieder? Aber muss, muss zurück. Auf, Kampf mit der E-Klasse. Oh, sieben Kills, der Bruder? Oder die zusammen als Team, aber sein Maid is down. Sehe ich gerade. Klärt sich die Medaille? Oh, die Zone. Die kommt nicht hoch. Aber doch, der mehr Haken. Okay, 15 Leute nur noch, ist es wieder ernst? Ärmer. Ein Spurt. Sieht nicht gut aus. Oder geht's ab? Die wird von der Zone gekillt. Sieben Kills. Hölze Leute noch. Oh, der Skin ist auch nice. Ja, Mann, der sieht auch nice aus. Der Bruder war auch ein miesen Abgang. Okay, Reckless ist die Endzone, oder? Kann ich mal weiterklicken. Okay, er spielt mit Schild. Sniper, Pumpe und Schild, Alter. Wildes Setup. Mhm. Wird mies gepusht. Gucken, was das Schild bringt. Boah, das ist manchmal echt nervig, wenn jemand chillt hat. Also du kannst ja mit gut verteidigen. Boah, was der Sniper hat. Er hätte sitzen müssen. Boah, der gesitzen hätte. Jetzt weiß er, jetzt kennt er seine Posi. Äh, jetzt wird er nicht mehr auftauchen. Das ist das beste Scope. Die Zone wird immer enger, nur noch neun Leute, Leute. Nadine, mit einem Euro, vielen Dank. Nadine, dann vielleicht zu kurz. Sieben Leute nur noch. Der Bruder rasiert ohne seinen Mate alleine. Acht Kills. Ja, Mann, er macht sein Ding. Wird chillt. Auch trocken. Oh. Green Man und sein Bruder. Oh, 300 Schaden, Bruder. Miesen hätte ich gedrückt. Kuscht voran. Crazy. Jag den Bruder. Down. Dein Mate lebt, glaube ich, noch. Oh, schade. Wurde von der Seite bearbeitet. Alter, wir haben hier Miles anonym. Wow, 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 wow. Tom mit 10. Verschenken. Mitgliederschaften. Alter, Tom. Bruder, Tom dreht komplett durch heute. Was ist so los? Tom, krank. Feierabend, Bruder. Okay, für deinen Support, Bruder. Verrückt. Wo macht der Schneemann es? Er rasiert alle von seiner Burg aus. Boah, der rasiert alle von der Burg. Der hat eine geile Position, ne? Bruder. Herzlich willkommen an alle neuen Mitgliedern. Fettnagger Tom. W's Tom. In die Kommis, Leute. In die Kommis. Bam. Der Schneemann macht's, Bruder. Das ist krass. Random. Mit Ruhe und Gemütlichkeit hat er's gemacht. Herzlichen Glückwunsch an euer Team. Ihr habt beide 1000 V-Bucks gewonnen. 1000 V-Bucks. Marcel mit 2,50. Fetten Dank für deinen Spot. Und Ben wieder mit 2,50. Danke dir, Bruder. Kannst du mir beitreten? Easy, 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 bro. Oh, it's crazy. Jetzt gibt's erstmal Belohnung. Okay, beenden die Brüder erstmal. Ja, man. Ähm. Albi, hast du den Namen gemerkt? Motz? Habt ihr den Namen von den Gewinnern? Nett. Ritzi. Oh, Basti. Danke fürs Geschenk, Bruder. Was haben wir am Start? Knacks. Thanks, Bro. Oh, noch ein Geschenk von Pray4OGs. Sweet Bauernfrau. Danke dir, Bruder. Auf süß. So, jetzt gleich erstmal einen Solo Cup mitbauen, würde ich sagen. Ist so. Aber erstmal die Gewinner küren. Ähm. Albin. Quixi, wisst ihr die Namen? Von den Gewinnern gerade? Oder muss ich nachgucken? Albin, Bro? Mods? Achso, Nett Breeze. Alles klar. So, ist ein Account. Ich dachte, Nett. Achso, Bray. Ah, sie. Und Janu. Einfach Janu. Als ob der jetzt einfach so hieß. Aber mit komischen N. Also. Ah. So, Briezy einmal rein. Dann schreibt mir einfach von beiden die Discord-Namen. Dann schicke ich euch beiden. Kopfereinladen. Ah, das sind die. Perfekt. Schreibt Discord, dann schicke ich euch den Code zu. Und ja, man. Viel Glück und... Was für viel Glück? Viel Spaß mit den Codes. Und... Viel Spaß. Stark gespielt auf jeden Fall. Oh, ein Glückwunsch. Wer hat so mit 2,50? Fetten Dank. Hat mich geteamt. War ein Bot. Achso. Wer hat so doch. Hab gesehen. Okay, okay, okay. So. Ich adde euch kurz auf Discord. Und schicke ich euch direkt den Code. Ich habe mich jetzt am Handy angemeldet. Dann geht das schneller. So, Janu7, Bro. Hast du mir die Codes geschickt? Yes. Das ist die beiden letzten... Also... Der Allerz ist schon von der Neuen... Also, einfach die beiden letzten. Okay, okay. Und auf der Reihenfolge gehen. Jeweils 1000 V-Bucks. Oh... Kannst du hier nicht schicken. Okay, wir schicken kurz den Codes an die Gewinner. Ja, und dann machen wir kurz noch mal eine Abstimmung. Yes, sir. Und was für einen Cup ihr sehen wollt. Discord. Montclair-Typ kommt gleich, Bruder. Ich hoffe, wenn das zu Angst wird. Ich hoffe, dass wir hier noch mal ein bisschen schicken. Ned Breezy auch einmal bitte Discord-Norm schreiben. Hier den Fortnite-Chat. Viele waren Skin-Contest. Wäre auch eine coole Abwechslung, natürlich. Ja, wir machen jetzt erstmal eine Abstimmung. Checken das ab. Ja, du hast mir zwei geschickt jetzt. Genau, das kann es nach der Reihenfolge gehen. Jeweils 1000 V-Bucks. Den einen hat es schon verschickt, ne? Genau. Alles klar. Ein Code ist schon mal raus. An Janu. Und an Breezy noch. So, viel Spaß mit den V-Bucks. Und Glückwunsch zum Win. GGs. Amen, Glückwunsch. Und durch. GGs. Nice. Okay, wir machen jetzt erstmal eine fette Abstimmung. Was die Sache ist. Ben mit 2.50 Euro. Thanks, bro. Wow, trittst du bei mir für Cup? Bro, bro, chill, 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 Ben. Ben, chill, 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 chill. Chill, 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 chill. So. Was wollt ihr sehen, Leute? Also, was steht zur Auswahl? Also, ich würde sagen, komm. Skin Contest oder Turnier mit, im Solo-Turnier mit Bauen oder Suche und Verstecken. Contest. Solo Cup bauen oder Duo Cup bauen? Solo Cup bauen. Oder Duo Cup. Wenn jeder wieder ums nackte Überleben kämpft. Duo Cup bauen. Leute, ihr schnitt ab. An alle Zufall, bitte abstimmen. Und was? Suchen und Verstecken. Weiß nicht so oft, aber einige haben es schon geschrieben. Okay, ich schreibe einfach mal dazu. Ich habe es auch gefühlt. Suchen und Verstecken. Was wollt ihr sehen, Leute? Jetzt abstimmen. Einmal im Chat bitte abstimmen. What you wanna see, bro? Brof. Oh, Alter. Skin Contest. Kommt ja richtig krass an. Abstimmen, Leute. Abstimmen, abstimmen, abstimmen. Oh, Solo bauen. Auch nicht schlecht. Auf was habt ihr Bock? Also Skin Contest oder Solo bauen wird es, glaube ich. Oh, sehr, sehr ausgeglichen alles irgendwie. Super, Stecken kackt ab. Ah, nee, geht's. Das kackt am meisten mal. Also entweder Solo Cup bauen oder Skin Contest. Ja, Mann. Stimmt ab, Leute. Alle abstimmen. Aber Skin Contest wäre jetzt eine coole Abwechslung. Aber stimmt alle. Ja, gut wie Abwechslung übrigens. Ja. Und auch da wieder ein saftiger V-Bucks gewinnen. Bis jetzt Skin Contest führt mit 30%. Oh, 29, 29% Solo Cup. Leute, alle abstimmen. Was wollt ihr sehen? Bin sehr gespannt. Im Chat abstimmen, Leute. Eben war sogar 30, es ist wieder 29. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Oh, 30, 30. Sehr spannend. Oh, shit. Oh, shit. Leute, wir müssen alle nochmal kräftig abstimmen. Leute, kräftig abstimmen. 30% Skin Contest, 30% bauen. Oder wir machen beides. Solo Cup und dann Skin Contest. Eigentlich passt das auch einfach beides. Komm, 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 komm. Okay, ihr habt abgeschrieben 30%, 30%, crazy. Oh, Solo Cup. Warte, warte, warte. Ich habe jetzt gehandelt. Wir machen beides, wir machen beides. Okay, was soll man denn für die Abwechslung jetzt nur Skin Contest machen oder jetzt Solo Cup, weil es gewonnen hat? Ich würde sagen Solo Cup noch. Reinklatschen und dann Skin Contest für den Abgang. Das ist perfekt. Zum Abgang, Leute. Machen wir genau so. Ja, man. Boah, heute 100 neue Mitglieder, mach, Leute. Ehemann Tom hat heute richtig reingegönnt. Und ja, man. Geil, dass viele neue Mitglieder am Start sind auf jeden Fall. Okay, wir machen erst mal Solo Cup, Leute. Solo, 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 Solo. So. So, 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 so. Also, also, also. Wir machen. Mitbauen diesmal. Solo. Ja. Ärmer. Code müsst ihr hier eingeben. Es gibt wieder an die Mods weiter. Und danach kommt der Skin Contest. Also. Okay. Kurz parat. Ich check erstmal, ob der funktioniert. Was wird das? Ich hab ihn jetzt schon wieder vergessen. Gefühlt, Alter. Okay. Code geht schon mal. So, Meister, Bro, Meister. Meister, 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 Meister. Meister Miyagi. Ich geb den Code an die Mods. Und an Mitglieder. Äh, Mitglieder bei den Mods melden im Discord. Guck mal, Fehlgeschlag. Quicksie und Albin bitte einmal kurz anschreiben. Ach, ich bin, ich bin Solo, deswegen. Marvin. Jo, jo, jo. Okay, ich geb dir kurz den Code, ne? Ja, hast du auf Stimme geschaltet? Ne, 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 warte, warte. So, Leute. Ich mach den Code jetzt rein. Solo mitbauen. Solo mitbauen. So, Mods einmal. Schreib, schreib. Schreib. Let's go. Albin. So, Code ist an die Mods versendet. Alle Mitglieder bitte an die Mods wenden im Discord. Ihr müsst ein Fotobeweis schicken, dass ihr Mitglied seid. Einfach ein Foto machen von eurem Namen, dass ihr Mitglied seid. Genau. So, dass man klar erkennt, okay, das seid nur ihr. Und dann schicken euch die Mods den Code zu. Und ja, für alle Zuschauer, die mitmachen wollen, Solo Cup. Ich werde ihn jetzt gleich hier veröffentlichen. Den Code für alle, dass ihr joinen könnt. Aber erstmal kriegen Mods und Mitglieder den. Marcel wieder mit einem Euro. Danke dir, Bruder. Vielen Dank. So, einer ist schon mal drin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also, ich mach's schon mal. Also, hier werde ich gleich den Code hinschreiben. Für alle zum Joinen. Yes, 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 yes. So, Mods und Mitglieder bitte einmal reinkommen. Matteo mit zwei Schweizer Franken. Fetten Dank. Ah ja, stimmt, 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 Bro. Bruder, sorry. Dick vergessen. Matteo, einen Moment. Schick dir sofort den Code. So, also bauen und Solo, ne? Oh, neues Mitglied, Xoxo. Herzlich willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Herzlich willkommen. So, Matteo, habt ihr geschickt? Komm rein. Kommt am besten schnell rein, Leute, bevor hier alles, irgendwas geleakt wird. Gleich hau ich den dann öffentlich raus. So, 15 Leute drin. Nice, nice, nice. 22. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Easy, Bro, easy. La Familia ist drin. Nice. Viel Glück an alle. Auf jeden Fall Solo mit Bauen. Ich bin sehr gespannt, welche Crackies wir hier wieder am Start haben, Alter. Ben mit 2,50. Ich bin drin, ich hab's geschafft. Alles klar, viel Glück dir, Ben. Und Marcel mit 2,50, Bruder. Wie komme ich in den Mitglied? Bist du Mitglied? Ich glaub noch nicht, ne? Gönn dir Mitglied, Bruder. Erster Link in der Beschreibung. Kommst du zum Link, wo du Mitglied werden kannst. You are boring auch drin. Nice. Mokro drin. Nice. Code Club, Bro. Nice. Daryl ist auch am Start. Code geht nicht, muss funktionieren. Oh, 41 schon, Alter. Wir sind so viele Mitglieder. Wenn 50 Leute drin sind, hau ich den für alle raus. Mit noch 50 normale Zuschauer reinkommen. Slizzy mit 2 Schweizer Franken. Fetten Dank, Bruder. Marvin, ich bin die OG. Funkelspezialisten. Funkelspezialisten. Merk mich. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Okay, 56 Leute. Ich hau den Code jetzt gleich raus, Leute. 47. 47. Danach Skin Contest. Nach dem Cup. Streamlike nicht vergessen. Creator Prank Post. Ihr wisst Bescheid. Okay. Sind jetzt gleich 50 Leute. Also, an alle Zuschauer. Der Code. Solo 5,5. Let's go. Basti drinnen. Nice. Also, krass. 50 Leute sind allein schon Mitglieder drin. Heavy, heavy, heavy. Solo 5,5. Alles kleingeschrieben. Alles kleingeschrieben. Viel Glück an alle auf jeden Fall. Skin ist 6 Jahre alt. Heftig, heftig. Muss ich mir gleich mal angucken. Uff, 200 Leute. Alter, crazy. Okay, wir starten. Solo Cup. Ich mach nochmal ein Intro gleich. Let's go, Leute. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Viel Glück, Leute. Viel Glück. Es gibt nur einen Gewinner. Ihr braucht Minimum 3 Kills. Minimum 3 Kills. Ihr dürft nicht teamen. Wer teamt, ist disqualifiziert. Jetzt, schau mal. 3 Kills. Wer teamt, disqualifiziert. Also, der Gewinner braucht Minimum 3 Kills. Wieder 1000 V-Bucks. zu gewinnen. Ja, normal. Man kann nicht auf alle antworten. Geht leider nicht. Man kann nicht alle Leute rein. Es gibt leider kein Server mit 300 Leuten. Deswegen, Leute. Aber wir machen noch oft genug Cups und dies, das. In einem werdet ihr schon teilnehmen können. Let's go. Let's go, man. Let's go. Wir haben eine Intro gemacht. Sie wird gewinnen. Sie wird gewinnen. Intro gemacht? Nein, noch nicht. Okay, ich mache jetzt eine Intro. Ready? Ja, wir machen. Drei, zwei, eins. Peace, Leute. Basket up. Ich bin's Marvin. Und es gibt einen neuen Solo Cup mit Bound diesmal. Wir haben wahrscheinlich wieder heftige Leute am Start. Ich bin sehr gespannt, was abgeht. Leute, Daumen hoch für mehr Community Challenges. Ich werde mich jetzt töten, dann werde ich zugucken. Bin sehr, sehr gespannt, was wir hier am Start haben in der Community. Und ich würde sagen, let's go. Go. Genau. Ach so, die Leute brauchen minimum drei Kills und dürfen nicht teamen, sonst sind sie disqualifiziert. Genau. Kein Teamwork, ganz klar. Und mindestens drei Kills, um hier die tausend V-Bucks zu gewinnen. Viel Glück an alle. Let's go. So, ich stürze mich jeder in den Tod. Sonst würde ich natürlich das ganze Lobby rasieren. Mark mit 5 Euro. Vielen Dank für deinen Support. Wo ist euer Discord-Link? Ist hier angepinnt, aber wir werden den bald auch noch in die Beschreibung klatschen. Aber ist angepinnt hier im Live-Chat. Yes, Sir. Da kann ich gestorben, Bro. Einfach nicht gestorben. Nochmal, Bro. Armsack. Für extra mit zwei Schweizer Franken. Danke dir, Bro. Ich bin enttäuscht. Ich spende dir, aber komme nie rein. Wo bist du denn reingegangen? Leider, also 300 Leute kommen rein, Bruder. Man kann leider nicht alle rein. Der Typ war doch eben auch drin. Den Skin kenne ich doch. Bin tot, Basti. Okay, krass. Krass. Wir machen noch genug Cups, Leute. Also ihr werdet noch. Also echt nicht ärgern, wenn ihr mal nicht reinkommt, weil viele sind immer schnell. Es ist immer schwer, allen Kau zu geben. Die Stars, der fragt, der fragt, der, 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 Bruder. Mein Kopf platzt. Auch die Mods. Mods auch werden von 100 Millionen Leuten angestiegen. Wir haben jetzt richtig viele Mitglieder am Start. Dann ist das ein bisschen schwerer, leider. Ja. Genau. Mods werden auch zugestimmt. Aber wir geben unser Bestes. Genau. Wir geben unser Bestes, das so fair wie möglich zu gestalten. Natürlich. Genau. Kann nicht jeder da mitmachen, leider. Marcel mit einem Euro. Vielen Dank, Bruder. Danke für den Support, Marcel. Oh, der Bruder geht stramm nach Reckless. Hm. Der Ansatz ist so was. Marc Schaber mit 2 Euro. Vielen Dank, Bruder. Hier bekomm ich den Code von den Mods. Wenn du Mitglied bist, Mitglied, Beweis schicken bei Discord. Und genau, werden wir dir dann zusenden. Matteo tot. Schade, Bruder. Schade, schade. Ah, das ist Sleazy. Ah, die Funkelfrau. Sleazy, Bruder. I see, I see, I see. I see you, Bruder. Sleazy, Misty. Viel Glück, Bruder. Viel Glück. Er laggt einfach. Wieder dieser Skin, ne? Viele haben den irgendwie. Ben, bin tot. GG's, Bro. Wenn ein Update. Ben, er ist tot. GG's. Schade, Bro. Beim nächsten Mal wird's was. Trotzdem, danke, wie immer für deinen Support. Ja, Mann. Genau, Mitglieder, um euch zu verifizieren, schreibt euren Discord-Namen hier rein. Macht ein Screenshot oder Foto. Genau, weil da ist ja auch da die Faust drauf und so, ne? Genau, genau. Aber genau, ihr könnt euch schon mal auch verifizieren im Discord für den Skin-Contest gleich. An alle, die mitwachen wollt, in Discord gehen. Ist hier angepinnt. Dort verifizieren lassen und dann in der Warteschlange warten. Dann werdet ihr in den... 20 Leute können mitmachen. Dann seid ihr qualifiziert für den Skin-Contest gleich. Thema Skin-Contest. Ben, 250, vielen Dank. Genau, welches Thema nehmen wir? Boah, da können wir mal überlegen. Ey, ganz ehrlich, wie findest du das Thema? Den hässlichsten Skin? Hätte ich jetzt einmal, so spontan. Okay, okay. Also einfach irgendwie so... Ja, was grobes, was richtig düsteres. Seid kreativ, ich find das eigentlich witzig. Aber man kann auch... Aber jetzt so auf Horror oder einfach... Einfach ein hässlicher Skin. Das ist halt die Frage, man muss das ein bisschen mehr definieren. Ja, ich würde sagen, klares Thema. Leute, schreibt mal Themenvorschläge für Skin-Contest gleich in die Comments. Ganz viele Ideen und dann gucken wir uns das Coolste an. Genau. Und das suchen wir dann aus. Deswegen seid kreativ. Horror hatten wir schon. Ja. Party hatten wir auch tatsächlich schon. So Silvester-Party. Ja, langsam gehen die Themen aus, ne? Ja, Mann. Deswegen seid ihr sehr kreativ. Horror hatten wir schon. Silvester-Party hatten wir schon. Ja. Sommer. Helden-Schur. Okay. Sommer. Das ist schon mal. Genau, wir hatten auch schon Winter. Jetzt kann man mal Sommer theoretisch. Ben, das war 50. Man muss mit Discord, weil ich bin nicht. Danke dir, Bruder. Ja, man muss im Discord verifiziert sein, damit wir sehen, keiner macht Paxen. Genau. Thema böse Schurken. Thema Essen. Essen. Peter Griffin, viel Essen im Markt. Oh, shit. Wiese Bau-Fights hier. Oh, da geht's ab. Das ist wieder dieses Wilde, wenn man so sieht, wie die bauen, das ist schon sehr spannend für die Augen. Jetzt gibt's hier wieder Unterhaltung. Boah, das war eben der Winner, Janu. Er hat eben gewonnen. Alter, und jetzt mal seine Baukürze angucken. Stimmt. Sogar bauen kann der Bruder auch. Aber bauen kann er Bruder auch. Crazy. Der ist ein Alwanda. Ich glaube, zwei Leute sind da am Start. Wenn er die handelt, ist es wild. Er kann auf jeden Fall gut bauen. Er kann auch editieren richtig schnell. Krass. Jahrelange Investition. Der Kopf hat mal ein Tor eben gebaut. Militär. Thema Essen. Thema Süß. Off-Suite. Da wurde jemand gesnackt. Wer macht das Duell 1? Da hat jeder die normale Pumpe bei Bauen-Modus. Ja, Mann. Boah, jeder Hit zählt da, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, da kommen immer mehr Leute. Boah. Okay. Kann das auch sein, weil du zuguckst, ne? Das heißt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall von jeder Seite, Leute. Aber... Vielleicht motiviert's ihn auch, der Kopf. Äh, der chillt einfach ein Bot aus dem Nix, Bruder. Alter. Wer merkt der richtig jetzt? Einfach Bot, Bruder. Ne. Okay, macht er erstmal die Biege. Ah, die Fields sind das. Die Fields. Jetzt danach kommt Skin Contest. Oh, leider wurde er geholt. Oh. Alter, er wurde geholt. Von Ziegenzüchter Ali. Keinem geringeren Nix. Ziegenzüchter Ali, Bruder. Der wollte es machen. Der hat's gut. Lacht sich erstmal schlapp. Ziegenzüchter Ali is back. Wie schafft er es immer rein, Bruder? Crazy. Oh, mein Gott. Leute, macht euch auf miese Fights gefasst. Ja, Mann. Das würde jetzt interessant werden. Alle warm anziehen, die in der Lobby sind. Er hat zweimal schon gewonnen, Alter. Einmal du. Und einmal Solo. Ja. Schade, wurde geholt. Aber hast du mich gesehen? Ja, Mann. Wir haben gesehen. Wir haben gesehen. Ja, Mann. Wir haben gesehen. Thema. Vielleicht Schurke oder so? Schurke, Gangster. Hört sich eigentlich gut an. Gangster ist auch wieder ein bisschen gezielt. So ein Schurke. Oder Held. Sammel mal weiter Ideen. Genau. Schreibt Ideen ein, wenn ihr welche habt in den Chat. Okay, der will die Medaille auf jeden Fall noch klären. Oh, mich laden. Willkommen in der Brownie Gang, Bruder. Herzlich willkommen. In der Brownie Gang, neues Mitglied am Start. Sehr cool, Mann. Geschäftsmann. Der Essen ist auch irgendwie interessant. Kann ich mir gerade nichts darunter vorstellen, aber könnte auch mal interessant werden. Das ist auch cool, den Leuten, dass wir mitteilen, hey, Essen und sie müssen ja einfach kreativ und dann zum Staunen bringen, ne? Ohne Thema. Einfach so, weil ich das Kind ja dann weiß. Ja, Mann. Vielleicht Essen oder so. Würde mich mal interessieren. Ja, Mann. Ich auch. Vielleicht Essen einfach machen. So, was würdest du so machen. Ist so Alvin noch drin, oder was? Okay, Medaille ist gesaved. Was hat er für Setup? Er hat, ja, Ska, normale Pumpe und blauen Heel. Leute scheißen auf normalen Heel, ne? Fällt mir auf. Also die bevorzugen blauen Heel, obwohl er die Medaille eigentlich braucht, hat er keine Minis. Oder er hatte sie noch gehabt und hat sie dann eingesammelt. Alvin ist drin und schreibt in den Chat, Bruder, konzentriere dich mal, Bruder. Ja, Mann. Hau mal 70 da weg, hier. Muss ich da ausfügen. Okay, wie viele Leute leben noch? 34 Leute. Krass, bei Solo geht es immer relativ schnell. Ja, Mann, da geht es echt schnell. Switch mal immer weiter. Wer zu mit 2,50 Euro. Vielen Dank, Bruder. Link geht nicht vom Discord. Alvin? Ne, Quixi, check mal ab. Ob der Link geht. Busch. Alvin ist gerade am Zocken, deswegen. Am Campen in so einer Box. Okay, Alvin am Campen. Wie der Link geht nicht, Bruder. Warte, ich check mal. Da kommt, möchtest du YouTube wirklich verlassen? Musst du, ja, verlassen drücken. Und dann, eigentlich müsste gehen, doch. Abgelaufen. Ich pinne den nochmal an, jetzt. Hä? Ach, das ist ein Mate, ne? So ein Bot-Glaus. Ach so. Ich dachte, das ist auch schön. Ich dachte, der war im Team. Wahrscheinlich war der Teamarbeiter, oder was? Okay, wir switchen. Oh, Ali wieder im Fight hier. Und da geht es wieder ab. Knallt den kurz weg. Eine andere Medaille, der hat zwei Medaillen am Start. Ziere. Dritter. Also Mittelalter können wir machen. Ja, auch cool. Bell drauf. Thema Liebe. Oh shit, schon der nächste Fight. Miese Bau-Fights hier am Start. Oh, er baut die mit Dach einfach zu, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Also, Bruder, der Typ ist Künstler auf jeden Fall. Armer. Bei Bauen dreht der komplett durch. Der Leben ist Fortnite verschrieben für diese Skills. Bleron mit einem Euro, danke dir, Bruder. Ja, der ist crazy, der ist echt. Bis jetzt aus der Community, glaube ich, ist der beste. Welcher Rang ist der eigentlich? Boah, safe diese Unreal. Armer. Wissen Rang. Irgendwann ist er halt vorbei. Er ist mit dem Auto einfach gestorben. Alter, kein Platz. Der Auto explodiert direkt tot, einfach. Oh, neues Mittel Punisher. Herzlich willkommen in der Browning Gang. Willkommen in der Browning Gang, Bro. Thema Marvel. Wir kennen jetzt nicht so krass mit Marvel aus. Militär oder Essen. Essen würde mich mal interessieren, was da kommt. Wir machen einfach mal Essen auf Lust. Einfach Essen. Was machen die Leute da raus? Auch mal cool, was allgemeines reinzuwerfen. Und die Leute müssen was cooles draus machen. Einfach Thema, Essen, Bro. Oh, gleicher Skin gegen gleicher Skin. Oh. Ob die Kräfte gleich verteilt sind? Das sehen wir dann. Spannend, ob es beide Schwitzer sind oder nicht. Wir werden sehen. Beide bauen wild auf jeden Fall. Marc Schaber mit 5 Euro. Kein Dank, Bruder. Marc Schaber, Schaber, danke für deinen Support, Bro. Genau. Bitte einmal Marc verifizieren, QuickSee. Boah, die bauen sich hart zu die ganze Zeit. Keiner trifft ein. Also die können beide krass bauen. Da will keiner sich anschießen lassen. Ein Hit gedrückt bekommen. Der hat gesessen. Noch den Abgang. Ali macht die Biege. Rückzug, wenig Hills. Erstmal Puffigun. Erstmal Stärken. Der andere lässt sich locker. Der andere hat auch was auf dem Kasten. Ja, safe, safe, safe. Beide. Und vom Bauen her ist er gut. Okay, Ali lässt ihn erstmal in Ruhe. Ja. Einfach Material sammeln, um Wild zu bauen. Stimmt, Material ist ja auch so ein Ding. Man denkt ja, die haben unendlich, aber... Eben. Und am besten auch stabiles Material, so wie Metall und so, dass nicht gleich kaputt ist, weil es wie jetzt Holz. Ja, ich denke, so schnell wir die bauen, ist das sogar eigentlich fast schon egal. Außer im Endgame vielleicht, wenn man jetzt in der Burg kämmt. Ja. Aber er hat eigentlich noch gut Metz. 500 Metz. Ja, mir läuft. 200, 200. 200. Und dann noch ein Köln. Okay, nur noch 20 Leute. Die Zone geht noch. Einfach komplett rechts. Diese Berge. Oh, alles im Schnee. Ja. Geil, offener Fight. Es wird doch viel gebauter. Ja, ja, ja. Okay, da kommt der Haken richtig gut. Der kommt egal. Da kommt der sehr wild, Alter. Wow, wow, wow. Iseal Molly mit 250. Danke für deinen Support. Danke für deinen Support. Oh, da oben ist schon jemand. Oh, da wird... Da hat einer eine wilde Pose oben. Die Burg eingenommen oben. Muss er erstmal zubauen. Um nicht weggehäutet zu werden. Okay, wir machen Skin Contest gleich Thema Essen. Einfach Thema Essen. Uff, da ist wieder sein... Oh. Was? Ali wird weggauen von Ben, Bruder. Mit dem gleichen Skin. Oh mein Gott. Ben, Bro. Oh mein Gott. Ali ist down. Alles klar. Alter, der ist gut. Ben. Der war auch die ganze Zeit am Bowfighter. Also, der ist gut. Also, sehr krass. Hat noch nicht viele Kills, aber ist trotzdem. Der hat seine Soll-Kills erreicht. Ach, die Medaille noch mal auf Peter Griffin drauf. Sehe ich gerade so. Guck mal, sein Face. Sein Doppelcamp. Crazy. Ben, Bruder. Krass, Ben. Krass, ja. Wird aber umso spannender, dass wir mehr Talente haben. Ja, ja, komplett, komplett, komplett. Okay, alles was man braucht. Gleiches Setup eigentlich. Gleiches Setup. Blue Life würde auch noch schmecken. Thema Essen, Leute. Skin Contest gleich Thema Essen. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was Leute das machen. Slunch Leute können mitmachen. Verifiziert euch im Discord. Um mitmachen zu können. Genau. Discord Join ist angepinnt im Live-Chat. Okay, der Bruder bleibt in seiner Box. Wir switchen mal weiter. Der hat immer noch einen Kill, der Bruder. Ich glaube, der noch Konkurrenz hat. Ja, wir gucken mal nach Kills. Oh, hier Bau-Fights. Wurde genockt. Oh, der Bruder. Spike hat sieben Kills. Alles klar, alles klar, alles klar. War nicht schlecht. Mieser. Kann ich sehen lassen. Muss erst mal einen Abgang machen. Sich heilen, glaube ich. Diese Berge perfekt für Bau-Fights eigentlich. Ja, alles perfekt. Denkst du auch, mit Bauen kommen auch mehr die Zone in ländliche Sachen? Wo man einen R mit Bauen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich glaube, es ist random. Das Stream-Like nicht vergessen. Es wird spannend, es wird spannend. Neue Talente am Start. Ja, Mann. Oh, da kommt dieser Skin, den Ali da gekillt hat. Jetzt geht's zur Sache. Das ist der Frauen-Skin. Aber der Bruder hat sieben Kills. Macht erst mal die Biegel, der Bruder. Und auch, wie immer, das Fortbewegungsmittel. Also niemand... Ja, Mann, der Haken ist zu wild. Ich glaube, das rafft jetzt auch lange jeder, dass das muss ist. Bei Grabler hast du nur 10 Schuss. Haken lädt sich immer wieder auf. Ja. Du kannst wirklich überall hin damit. High Perfekt. Ja. Ich glaube, die suchen auch sofort gezielt danach. Isaiah mit 2,50. Fetten Dank für deinen Support. Ihr seid die Besten. Bleibt so, wie ihr seid. Danke dir, Bruder. Bleiben wir. Danke für deinen Support. Oh, hier nur Medaillen sehe ich auf der Karte oben. Oh. Alle fullen Medaillen. Okay, es wird jetzt richtig spannend, Leute. Jetzt geht's richtig ab, ey. Nur noch zwölf Leute am Start. Okay, er verteilt die Hits. Oh, hat Mies kassiert aber auch. Wegen John Wick. Ein Hit. Oh, John Wick ist down. Alter, Alter. Mit 11 HP überlebt. Ben mit 2,50. Ich kann nicht über Discord. Hast du keinen Discord, Ben? Schreib mir deinen Discord-Namen, dann add ich dich. Also wir müssen das mit Discord machen. Sorry, Bro. Oh, shit. Oh, shit. Der Bruder pusht den. Lässt keine Ruhe, der... Oh, ne. Man, der wird richtig bedrängt. Hat ein Handy kassiert, 6 HP noch. Macht erstmal die Biegel, der Bruder. Aber er lässt nicht locker, der Typ. Ein Medium-Start. Genau, Blue-Life. Blue-Life-Start. Der hat gar keine Medaille, glaube ich. Acht Leute nur noch. Oh, mein Gott. Acht Leute. Wir gucken mal, wie es bei den anderen so aussieht. Zwei Kills, vier Kills, drei Kills. Er ist auch nicht schlecht. Drei, vier. Okay, wir gucken. Hä, zwei an diesem Mädchen skinnen. Okay, er hat sechs Kills. Was? Er hat sechs Kills. Wir gucken dem zu mit den meisten Kills. Acht Kills, der Bruder. Marc Schaber mit zwei Euro. Vielen Dank für deinen Support. Quixi, habe dir geschrieben, heiße MS27. Genau, Quixi. Schau mal. Quixi, schaut. Gerne. Oh, mein Gott. Sieben Leute nur noch. Krass. Ist Albin noch am Start? Ich hab gar nicht auf den Namen. Ich muss auf den Namen gucken. Oh, Albin, Bro. Albin. Er ist am Start, Bruder. Ich würd's dir gerne. Ich würd's dir gerne. Viel Glück. Er schreibt doch noch, Alter. Ich lebe noch. Crazy. Crazy, man. Crazy. Viel Glück, Bruder. Okay, die meisten campen jetzt ein bisschen. Er ist einfach ganz im freien Schild da. Beobachtet alles. Hat eine geile Pose. Man muss hier oben. Acht Kills sehr stark. Die brauchen Minimum drei Kills, ne? Um zu gewinnen. Wow, er holt den aus seiner Burg da raus. Crazy, crazy, crazy. Spite Day durch. Pass. Sechs Leute nur noch. Streamlike nicht vergessen, Leute. Wir haben die Kronen-Fact. Der Essens-Kombo. Bin gespannt, bin gespannt. Oh, interessant. Freue ich schon mal, wenn jemand das schreibt. Teddy mit 3,50 Euro auf trocken, Bruder. Danke dir wieder. Oh, Teddy. Danke für das Wort, Bro. Switchband sechs Leute nur noch. Die Zone wird immer kleiner. Ärmer. Ist das Alvin da hinten? Kriegt Alvin Shorts auf Nacken? Leute gerade dick beschossen. Oh, von jeder Seite. Oh, der wäre ein Frauen-Scan, ne? Ja. Oh, hält Alvin den Stand. Oh, ein Hit. Er ist am Essen. Oh, Zone kommt auch noch hart. Oh, 20 Schaden durch Zone, Bruder. Oh, shit. Okay, macht den Abgang komplett in die Zone. Klärt sich die Posi. Sechs Leute noch. Ben mit 2,50 Euro. Vielen Dank, Bruder. Stefan ist gut, das ist edel für mich. Okay, okay, okay. Aber danke dir, Bruder. Danke für das Wort, Bro. Sechs Leute in dieser Mini-Zone, Bruder. Das ist so krass, wie sich alle wegbauen. Ja, das ist crazy. Jeder hängt in irgendeiner Crip. Ja, Mann. Jeder kennt. Jeden Plot. Du hast dem Nix einen Shot. Oh, die Zone kommt so hardcore. Oh, 4 Leute nur noch. Guck mal. Oh, das ist so. Oh, das ist net breezy. Oh, oh, oh. Net breezy auch nicht schlecht. Alvin immer noch am Start. Aber Alvin muss man respektieren. 2 Kills, er braucht nur 1 Kill. Bin stolz auf unsere Ratschen. 3 Leute nur noch. Nur noch diese 3 Leute. Oh, alles klar. Alter, mein Ehreswollz. Okay, die 2 Frauen... Weil, dieser Skin bringt, glaube ich, Glück, dieser Frauen-Scan. Ja, Mann. 3 Frauen hier am Start. Ich wüsste immer Frauen-Scan, diese Pros sind, ne? Danny, neues Mitglied. Herzlich willkommen, Bruder. Herzlich willkommen in der Brownie-Game, Bruder. Danke für den Support. Willkommen in der Game. Okay. 1 vs. 1 vs. 1. Oh. Krass. Okay, okay, okay. Wir gucken dem Bruder mit 10 Kills zu. Er hat Highgrounds. Ja, Mann, er ist oben. Dominiert ein bisschen. Ja, Mann. Dominiert den Highgrounds. Ah. Aber die Zone drängt. Die Zone drängt auf jeden Fall für alle. Oh, shit. Oh, shit. Die Zone, Bruder. Okay, wird nicht mehr angezeigt, wo die hingeht. Okay. Auf engstem Raum hier, Alter. Boah, jetzt einfach nur auf engstem Raum. Ich weiß, wie viel Schaden die Zone macht, aber... Oh. Miese Hits gedrückt. Oh. Saftige Hits gedrückt. Oh. Mein Gott, der ist so aggressiv. Sehr breezy. Ich glaube, gegen Alvin, Bruder. 1 gegen 1 gegen Alvin. Alvin, Junge. Oh, schade, Alvin. GG's, Bruder. Aber herzlichen Glückwunsch an Spike. Verdienst gewonnen. Krank gespielt. Krank gespielt. Krank gespielt. Heftig gespielt, Bruder. Wirklich Entertainment. Ja, Mann. Sehr, sehr nice. 12 Kills, auch sehr starke Kills. Das freut mich auch immer. Ja, Mann. 1.000 V-Bucks gehen jetzt an dich, Mann. Ja, Mann. Die kriegst du jetzt. Und, Leute, Daumen hoch für mehr Community Challenges. Bis zu deinem Video. Peace. Peace. Crazy, crazy, crazy. Okay, der Bruder ist... Crazy, Punkt. Alvin, GG's, schade, schade, Alvin. Aber Alvin, krass gemacht. Ja, Mann. Hey, Zosu mit 2,50 Euro. Wo kommt der Code im Discord? 20 Leute bekommen den. Wir wählen 20 Leute aus dem Discord. Und Ben mit 2,50. Vielen Dank. Kann man nicht ohne Discord. Ist schwer, wegen Faxen machen. Aber wir können dich als Ehrenmitglied natürlich... Können dir einen Code überlassen. So. Ah ja, Bodyguards können wir auch wieder nehmen, ne? Zwei. Genau. Okay, warte, wir klären erstmal den Gewinner. Wie hieß der? Spike, Punkt, glaube ich. Ah ja, perfekt. Genau. Fückt, perfekt, perfekt. Ich denke mal er, oder? War das er? Ne, war noch ein Komma dazwischen. Bruder. Gibt es diesen Namen? Ah, der war das, glaube ich. Ich hoffe, er war es. Crazy. Crazy. I'm not crazy, man. Okay. So. Einmal bitte joinen. Wenn mit 2,50 Bro, thanks Bro, easy Ben, ich geb dir den Code dann, easy Ben, easy, easy, Einmal deinen Discord Namen bitte in den Chat. Dann bekommst du deine V-Box. Hast du mir den Code geschickt? Habe ich mir gerade zukommen lassen. Perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt schick dir den Code zu und dann viel Spaß mit den V-Box. Und Glückwunsch nochmal. Ja man verdient gewonnen Bruder. Krass, also 2 Top-Talente bis jetzt. Ja man. Aber Alvin war auch krass, also viele waren krass. Ich weiß nicht ob er eher den Camper gemacht hat, aber er ist bis zum Ende gekommen auf jeden Fall. Allein vom Bauen her stark. Brutaler Bauexpert. Genau, am Ende muss er was bauen können wegen Zonen und so. Easy Bro. Nice. So, jetzt Skin Contest. Oh, neues Mitglied und zwar The Freestyler. Herzlich willkommen in der Brownie Gang. Willkommen Bro. Ben, das Thema ist Essen. Skin Contest, Thema Essen. Einfach mal essen und ihr müsst das Beste draus machen. Genau, genau, genau. Sehr gespannt. Edge mit 2 Euro. Vielen Dank für deinen Support, Bro. Kann ich mitmachen, Mo Edge. Natürlich, natürlich. Bis zum Discord am Start. So. Skin Contest, Thema Essen. Ich bin krank gespannt. El Shop. Oh, wir checken noch kurz den Shop ab. Oh, El Shop. Gibt's dort was Relevantes. Wir werden sehen. Boah, diese Star Wars die ganze Zeit, oder? Hat die Frau euch mal gesehen? Digga, das habe ich auch nie geguckt. Das war mir einfach zu langweilig. Ja, ich habe mir auch Star Wars nie geguckt. Elvin, du bist ein Hardcore Fan oder du Krant, damit gar nichts anfangen. Ist so, ist so. Bei mir war ich null. Bei mir auch. Basti mit 2,50. Vielen Dank. Basti. Wals. Alles klar, alles klar, Bruder. Alles klar. Mods einmal merken. Ja, man. Check's ab. Was ist mit den Shops in letzter Zeit los, Alter? Aber irgendwie, ich meine, Albin ist Winterpause oder so. Bei denen. Das merkt man auch. Ja, aber Bruder ist jetzt Neujahr, Alter. Sollen wir jetzt... Aber Neujahr, komm oder was will ich jetzt? Was will ich denn jetzt? Die Beine stellen, ne? Ach, ich war gerade gar nicht. Sorry. El Shop, Leute. Kompletten Müll. Braucht gar nichts gucken. Alles klar. Mokro war da mit 2,50. Vielen Dank. Maren kann ich Bodyguard auf süß. Normal, Bro. Wie heißt du nochmal mit Fortnite? Auch Mokro oder? Überall andere Name, Bro. Mokro, wie heißt du? So, Thema Essen. Ihr müsst euch in den Discord verifizieren lassen. Und ja, man. Wir machen mit... Vielleicht machen wir mal mit 30 Leuten wieder. Ja, man. Bisschen mehr. Ich guck mal, wie viele im Discord sind. Dann machen wir halt radikaler. Oh, sind viele. Okay, wir machen mit 30 Leuten Skin Contest. Okay, safe. 30 Leute, Bro. Mach nochmal eine Anfrage. Okay, willkommen auch ein. Mhm, Gott abgeschickt. Nice. Oh mein Gott. Tom, Bruder. Tom, Bro. Als hätte er dich heute schon genug gegiftet. Er giftet nochmal 10 verschenkte Mitgliedschaften. Ehrenmann des Monats. Ehrenmann, Tom. Wow. Crazy. Er ist einfach ein stiller Genießer. Er kommt ins Film. Ja, Mann. Und er verschenkt und gönnt einfach. Und krass. Fetten Dank für deinen Support heute. Handlas heftig. Fetten Dank. Alles am Abreißenden Jahr 2024. Bro, das ist crazy. Er ist schon in den Geschichtsbüchern für 2024 drin. Ja, wir müssen das mal aufstellen. Stell das mal aus kurz. Sollen wir es beide jeweils ausstellen? Ja, kannst du ausstellen. Ja. Das ist aus jetzt bei mir, ne? Ja. Genau, stell das auch einmal aus. Ben mit 6 Euro. Vielen Dank, Bruder. Willkommen an alle neuen Mitglieder auf jeden Fall. Ben, warte. Wir klären das kurz. Wir klären das. Sprachchat auf. Einfach aus. Aus, ne? Alles andere Sprachmethode auch aus, ne? Genau, 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 genau. Ben hat Mitglied. Echt? Alles geschafft? Ah, nice. Ben, dann schreib mal hier im YouTube-Chat, im normalen Chat. Wurde ihm gegönnt von dem Tom? Ah, endlich, ja. Ach, witzig. Ben, du kannst jetzt bei YouTube schreiben, einfach. Hat er verdient. Glückwunsch. Korrekt, ja? Tom den Ehren, Mann. Okay, Mods, ja, Mann. Chillt. Wir gehen schon mal Stage rein, ne? Wir machen schon mal eine auf. Calvin, kommst du Stage dann? So. So. Skin Contest. Thema Essen. Ben, du kannst schreiben. Du bist Mitglied. Du hast geschenkt bekommen. Und danke für deine 6 Euro, Bruder. So. Benny Boy, Benny Boy, Benny Boy, Bro. Komm mal rein hier. Basti mit 2,50. Danke dir, Bruder. Basti Worlds. Wir wissen, wir wissen, wir wissen. Wir wissen Bescheid. Sie. Keine Support, Bro. Okay. Ich mach jetzt den Code fertig. Hallo? 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 Moment, Moment, Moment. Hallo? Tom meldet euch zum ersten Mal im Chat. Verrückt. Hä? Tom, hier. Tom. Die Legende meldet sich zum ersten Mal im Chat. Zum ersten Mal, dass ihr den Nagelspielen sehen. Da unten. Unter Basti. Ah, Tom. Ben, reißt du jetzt? Ben, reißt du jetzt? Muss anfangen. Muss ich auch noch mal. Crazy, ja. Ehre, Mann. Ehre, Mann, Tom. Ehre, Mann. Ehre, Mann, Tom. Ganz kranker Support von dir. Danke, Mann. Genau, wir können gleich noch zwei Helfer annehmen. Kurz Geduld, Leute. Kurz Geduld. Hallo? Äh, Moment, Moment. Wir klären das hier kurz mit Benni. Neues Mitglied Sam. Herzlich willkommen in der Brownie Gang, oder? Okay, ich mach jetzt den Code bereit. Sam, was geht ab? Sam, willkommen in der Brownie Gang. Sam, Bro. Wow. Chelsea forever. Yo, 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 yo. Schelz. Oh, no joke. Wenn einer von uns anfängt, dann werden hier Clips gesammelt. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber hey, das kann alles kommen. Wir machen hier wieder Pranks, ihr wisst ja. 100%. Danke dir für deinen Support, Bruder. Schelz. Hey, danke für deinen Support, Bro. Danke für deinen Support. Pom, was auch immer du da vorhast. Alles gut, Bro. Du hast dich so supportet. Bro. Alles bestens. Okay, Ben. Hast du gelesen im Chat? Wärtsum mit 2,50. Danke für deinen Support. Hab keinen Discord. Kann ich bei dir rein. Boah, das ist jetzt schwer wegen Eden. Es wurden so viele Leute. Ben schlägt wieder zu. Ben, ich hab dir den Code hier in den Chat geschrieben, Bruder. Und Ben, du kannst auch normal schreiben. Aber danke dir für dein sexuelles Programm. Danke für deinen Support. Du bist Mitglied, Bruder. Du kannst hier schreiben im YouTube-Chat. Du kannst jetzt hier schreiben, Bro. Also kranker Support, aber du kannst auch normal schreiben. Verrückt, Alter. Ey, ganz verrückte Dinge, die hier heute wieder passiert. Ich schwör, heute crazy, Alter. Das ist absolut krank. Was heute hier abgeht. Kranke Community am Start, kranker Support. Ich schwör. Fette Mitgliederschaften, alles. Nicht mehr menschlich, ey. Absolut krass. Jetzt schälst du wieder mit einem Euro hinterher, Bruder. Einfach mal trocken, ein Euro hinterher. Ohne Kombi. Einfach auch ganz entspannt. Ja, ja. Krank, krank. Okay. So. Jetzt muss kurz klären, ob Ben den Code bekommen hat. Ehren Ben. Ehren Ben. Wir machen mit 30 Leuten, oder sollen wir sogar mit 40 machen, Bruder? Oh, das ist ein bisschen viel, oder? Ganz ehrlich, ich lasse mal richtig fett gönnen. Ich meine, die sind ja alle verifiziert, oder? Ja, safe, safe, safe. Schälst wieder mit einem Euro. Lade am Start. Boah, jetzt. Danke, danke. Vor allem, guck mal. Wir müssen mal richtig was zurückgeben mit mehr Leuten. Ja, wir müssen. Wir sind so viele Mitglieder mittlerweile. Noah mit einem Euro. Danke, Bruder. Sniper mit einem Euro. Ich, ich, ich. Danke, Bro. Alter. Wir sind sehr mundfusselig. Kommt nicht mehr hinterher, seid zu krass. Ist 40 zu viel, oder? Ja. Ich meine, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, weißt du. Ich glaub nicht, weißt du. Ja, ja. Ja, und wegen Saun und so. Da müssen wir halt hart aussortieren, weißt du? Ja, ja. Da müssen wir härter sein. Natürlich Schadenfrohheit, ne? Ein bisschen rumknallen, ich weiß. Ja. Aber wir müssen härter sein. Boah, Ben. Soll ich verlassen? Für Code eingeben? Soll ich verlassen? Ja, ja. Genau. Ich hab Code hier geschrieben. Wenn du den hast, verlass dir und gib den ein. Genau. Danke für deine 6 Euro. Nochmal, Bruder. Ben, du kannst normal schreiben im Chat. Du bist Mitglied. Und Werzu mit 2,50. Danke dir, Bruder. Danke für das Sport, Bro. Ah ja, stimmt. Ich wollte dich vorher adden. Das mach ich nochmal schnell. Willst du Bodyguard sein, Werzu? Oder willst du mitmachen? So. Oh, 4 und 4 Leute sind genau verinfiziert. Danke fürs Update, Alvin. Interessant. 4 und 4 Leute. Krass. Boah, crazy. Genau. Verifiziert euch alle für Skin Contest Challenges. So sehen wir. Genau. Wenn jemand Faxen macht, wird er dann weggebannt. Okay, wir haben genug Bodyguards am Start. Code ist am Start. Ich geb den jetzt erstmal nochmal ein. Ich mach den erstmal fertig. Neuer Code. Neues Glück. So. Ich hoffe, der klappt. Malik, wir sind voll. Achso, ich mach mal Zero Build. Alter. Wenn. Wenn. Ich komm nicht mehr klar. Ähm. Wenn. Ähm. Wenn. Äh. Null bauen. Null bauen. Team. Moment. Der Server startet jetzt. Null bauen. Team. Macht mal alle bereit. Kelpen kurz bereit. Also Null bauen. Team. Und. Dann den Code angeben. Und Chelsea wieder mit 52. Fetten Dank. Kann ich im nächsten Video gegrüßt werden. Safe wenn wir dann denken. Beziehungsweise jetzt im Skinkodest. Grüßen wir dich. Genau. Du bist ja bei YouTube Video dabei. Wir machen ein YouTube Video. Genau. Kelpen machen wir bereit. Machen wir bereit. Jo. Wir machen mit 30 Leuten. 30 haben wir auch einmal gemacht. Easy. Über 20 Bruder. Dann heult wieder der Rest rum. Okay. Okay. Servers auf. Ben du kannst rein. Code eingeben jetzt. Also. Alle. An alle kurz. Null bauen auswählen. Und. Team auswählen. Und dann. Den Code eingeben. Und join. So. Stage. Wie sieht es aus. Mods. Ihr könnt jetzt. 30 Leute. Macht ihr mit. Mods. Boring. Albin. und Quicksy macht ihr mit. Oder nicht. Okay. Quicksy macht nicht mit. Boring macht mit. Und Albin macht mit. Alles klar. 1, 2, 3 sind ja schon drin. Basti. Albin. Boring. Also 3. Da könnt ihr noch 27 Leute rein tun. Könnt ihr jetzt frei wählen. 27 Leute. Und wenn das gut läuft. Können wir immer 30 machen. Und ja. Wir müssen natürlich bei Skincontes ein bisschen wegen der Zone kräftiger aussortieren. Aber. Dafür haben wir mitgemacht. Ist einfach cooler. Sind hier die Bodyguards in der Lobby gerade? Ja. Nice. Weil die Accounts sind hier anders. Das sind jetzt. Wer genau? Was? Wer sind die jetzt hier in der Lobby? Äh. Mitglieder. Und ja. Supporter. Ah. Mitglieder die jetzt gerade. Ah ok. Das sind keine Mods. Die spielen nämlich selber mit. Genau. Easy. Ah. Schelze mit 2,50. Danke dir Bruder. Hol Calvin Bruder. Äh. Hol Ehrenbruder Calvin Döner mit. Mein Geld. Easy Bro. Oh. Danke für den Support Bro. Crazy. Crazy Support. Gönnen wir uns einen schönen Döner. Boah. Ey. Wir können Dönerwettessen machen für das Wettessen. Alter. Das witzige. Ey Leute. Wir haben heute darüber geredet. Für ein Wettessen wollen wir wahrscheinlich Subwaywettessen machen. Und jetzt. Morgen. Wir können Döner. Ja man. Weil Wettessen ist eigentlich immer cool. Ist auch lange her. Ja. Es ging auch immer gut. Ein Döner. Einfach normalen Döner. So normal. Mit Getränk. Genau. Ey. Das ist witzig eigentlich. Genau. Genau. Eigentlich. Ja man. Ja. Schatzkopfzeiten, Leute, ihr wisst. Die OGs wissen beschöpft. Ja man, fett Dönerwettessen. Dicke Getränk. Und da wird der Eierkopf erst mal auf Ehren in den Chat geknallt. Genau dieser Eierkopf war das früher. Der Ehreneierkopf. Okay, Thema Essen, Skin Contest, bin krank gespannt. Leute, liked den Stream, wenn ihr noch nicht geliked habt. Ja, mal liked den Stream unbedingt. Bin heftig gespannt, was wir jetzt erwarten können. So, wie viele Leute sind in Stage? Oh, 25, nice, 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 nice. Die Mods wählen fleißig aus. Stark Mods, stark. Wer zu kann kein... Kann keinen... Kann keinen mich adden. Bin Blaumütze in Lobby. Wer zu danke, Bro. Du bist doch Bodyguard hier, Bro. Du bist doch... Genau. Äh... Ben... Ja genau, 5 Spieler, also du bist drin, du bist in der Warteschlange, easy Ben. Danke dir für 6 Euro, Bro. Dann bin er sofort und du bist immer drin. Einfach nur Ehren, Ben. Aber wer vergreicht so, wie viel sind wir jetzt gerade? Okay, wie sieht's aus? Okay, noch... Äh, Quixi spielt nicht mit. Ich glaub noch 3 können rein. Mods 3 auswählen noch. Genau. Und dann läuft's. Achso, Calvin wollte, dass du ihn addest. Äh, Pace, ne? Mhm. Ach, ist das... Das wärst du. Ah, okay. Easy. Kann ich machen? Und hier mit der blauen Mütze? Okay, alles klar. So reicht, alles klar, alles klar. So, 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 reicht. Bodyguards, ne? Wir müssen einen guten Job machen. Falls jemand Faxen macht, wir müssen den komplett wegrasieren. Und wenn der Bots in der Nähe sind, die auch wegrasieren. Sollen... Wo sollen wir machen? An... Lisi mit 2 Schwesternfragen. Vielen Dank für den vereinten Spot. Darf ich, Jungs, meine Bärchen? Was meinst du, Bro? Und Ben mit 6 Euro. Ach, Ben, ja. Aber Michel wartet, Spieler. Ja, wir warten alle. Also, wir holen jetzt alle rein. Also, ich geb jetzt den Code an die Stage. An die Stage. Ich bin über. Ich bin über. Ja, wir sind auf der Suche wie auf der Suche. Ich bin über. Ich bin über... �� smaller, mit Well?? 蒼 will ich dar? Ich bin über? Ich bin überleppt... Ihr seore dum, луч... Der ist 4,5 1, alles??? Ich bin über, ich bin über, 宇 부ver praktisch, Ok, krass, schon 27 Spieler, alles klar, alles klar, alles klar. Stark, stark. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, 33, ist schon fast full, nice. Bodyguards, auf was gefasst machen, wenn jemand Faxen macht, rasieren. So, die Regeln jetzt schon mal, ihr dürft nichts aufnehmen, kein Heal, keine Waffen, gar nichts. Sonst seid ihr disqualifiziert für den Skin Contest. Genau, und natürlich, wie gesagt, wir können jeden kontrollieren, seid ihr jetzt alle verifiziert. Bedeutet, keine Faxen machen, nicht tollen, kein Abknallen, keine Granaten. Sonst seid ihr auch gebannt für die nächsten Skin Contests, die wir machen. Komplett. 1000 V-Bucks zu gewinnen. Wir können nochmal Intro machen. Ja, oder im Spiel, im Spiel gleich, weil... Können wir auch nicht aktiv sein. Okay, 35 Leute, ich glaube, es sind alle drin, oder? Ist immer cooler vor den Leuten, wenn alle aufgereiht sind. Sauber, wie gesagt Leute, nicht heilen, nichts looten, einfach ihr mit eurer Spitzsacke. Genau. Ich guck mal, ob ich einen Essence Skin habe. Ich guck auch mal, ob wir auch ein bisschen die Thematik... Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich nehmen soll, ne? Ah doch, ich hab einen Skin. Warte, 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 warte. Ich muss auch ganz, ganz gucken. Ich muss auch ganz, ganz gucken. Ich guck jetzt auch nicht bei dir extra. Gucken, was wir machen könnten, was mit Essen ein bisschen zu tun hat. Ein bisschen Essence... Hast du irgendwas mit Essen, Alter? Ah, ich glaub... Ah, ne, wobei... Okay, ich würde jetzt... Ah, doch, ich weiß was. Ich weiß nicht, warte, warte, was gibt's da noch? Nice, okay, ich komme jetzt. Hast du auch, hast du auch. Ach, sogar mit Essence-Gabeln und so. Bananen auch nicht. Ey, Leute, wir sind ja auch hier krass, wir können direkt mitmachen. Okay, 36 Leute, wo, da geben welche Cores weiter raus? Leak of Knuckles, let's go! Ja, wir starten, wir starten. Scheiße, aber da sind ja ein paar nicht verifiziert, wenn die weitergeben, oder? Ja, deswegen müssen wir jetzt aufpassen, Leute, es startet. Leak! Bodyguards. Bodyguards. Ohren steif. Ohren steif halten. Also, dürft nichts aufnehmen, Mann, alle die Skin Contests mitmachen. Nichts aufnehmen. Ja, Mann. Mitglieder-Chat ist an, perfekt. Und auch, die jetzt vielleicht einfach reingejoint sind, weil ein Kollege jetzt weitergegangen hat, ihr könnt auch 1.000 V-Wax gewinnen. Genau. Können wir das kontrollieren, ob die verifiziert sind, oder wenn es alle benehmen, hat jetzt jeder die gleiche Chance? Dann müssen wir dann die Mods fragen, ob die verifiziert sind. Wir machen Neustart, wurde geleakt. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Ob die Leute sich benehmen. Wenn die Leute sich nicht benehmen, machen wir Neustart. Und wenn die sich jetzt benehmen, haben die trotzdem das Recht zu gewinnen. Müssen wir jetzt auch kurz mal entscheiden. Ja, klar, klar, klar. Aber geht es ja nur um korrekte Leute, dass wir das nicht zum Zweck... Ach so, ja. Ich meine, ne? Kann man nie vermeiden, Urge, dann gibt es immer weiter. Alles klar. So, wo landen wir? Ja. Da stand durch den Code. Geht nicht. Was meinst du? Ja. Bro. Okay, wir landen alle mal. Rune Reels. Alle Rune Reels. Wir gucken kurz, ob ein paar Leute Faxen machen. Ja. Dann sagen, dass Leute Faxen machen. Ich bin nicht reingekommen, ey, wie in das Laufstück. Hä? What the hell? Man konnte im Stream sehen? Okay, wir machen Neustart, wir machen Neustart. Oh man. Scheiße. Was hat man denn jetzt gesehen? Oh man. Der Fail auf Nacken. Wie viel sind wir überhaupt? Man konnte im Stream sehen. Was konnte man sehen? Man konnte den Lippen lesen, was labert ihr? Alter. Mund nicht verdenkt, wo. Als ob jetzt jemand da gelesen hat. Denkst nur deswegen. Oder ja, auf Nacken weitergegeben. Leute, geht alle auf die Treppe. Alle auf die Treppe. Und da mit euch. Alle auf die Treppe. Kontrolle auf einer Faxen macht. Oder alle stabil sind. Und bereit sind. Bis jetzt alle, alle, alles. Strom. Alles Strom, alles Strom. Strom Vesodaten. Alles Strom. Strom wie mein Bizeps. Ben, dann hat man den Cordest gesehen, als ich schon angefangen habe. Ich habe die ganze Zeit Fullscreen gemacht. Bei mir kann man den nicht gesehen haben. Okay, bis jetzt alles gut. Alles gut. Okay. Die Leute sind heiß drauf, die tausend Lizak zu gewinnen. Ja, man, ja, man, ja, man. Wow, 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 wow. Wer wollen wir doch gar nicht? Ist das Lizzy? Oder ja? Die Eisbanane. Boah, alle sind Bananen, ne? Alter. Sehr viele Bananen am Start. Wir gucken einmal. Achso, wir machen kurz Intro, machen kurz Intro. Kommen wir vor die Stage. Komme. Wo bist du? Bist du ready? Bist du ready? Let's go. Okay. 3, 2, 1. Peace, Leute. Was geht ab? Ich und Marvin. Bis Calvin. Und heute Neuer. Wir werden gerade eine Giz beworfen. Wir werden dir angecheckt. Auf jeden Fall neuer Skin Contest. Thema Essen, Leute. Wir haben einfach mal gesagt, Thema Essen. Genau. Für die Leute, die im Stream sind. Ja, Mann. Und ich bin gespannt, was wir alles am Start haben. Wir machen einfach Freestyle. Der Skin, der uns am besten am Ende gefällt. Ja, Mann. Der wird gewinnen. 1000 V-Bucks. Das ist schon lustig. Ja, Mann. Leute, Daumen hoch für mehr Community Challenges. Fetten Daumen hoch. Yes. Und wir checken mal grob ab. Oh, ist das ein Döner, Bruder? Crazy. Alter, den feier ich extrem. Der ist ja der einzige. Keiner hat den. Also sehr einzelartig. Favorit, Favorit. Er ist... Was ist er, Bruder? Pfannkuchen, Bruder. Oh, Pfannkuchen. Bro. Richtig klasse Essenskin. What the hell? Er ist Burger. Alles klar. Die Leute haben coole Sachen, ne? Lebkuchen, okay, okay. Auch Essen. Tomate wie wir. Das war der einzige Essenskin, den wir haben einfach. Ja, Mann. Er ist auch Burger. Hier. Tomate. Boah. Er ist Pukkon. Witzig. Alter, aber witzig. Ach du Heilige. Was gibt es für Skins? Er ist auch dieser Pfannkuchen. Eisbanane. Nice, nice, nice. Äh... Warte. Was ist mit ihm? Er ist Fischkopf einfach. Äh... Sollen wir jetzt schon aussuchen? Ja, normal, normal. Bro, I'm sorry, Bro. Danke trotzdem fürs Windmacht. Wir haben drei Bananen. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. KC Master auch am Start. Chicken. Okay. Aber warte, warte, ist das schon Essen? Das ist nur nicht verarbeitet, das Essen, ne? Ja, Tier, ne? Also, da müsst ihr eigentlich auch Schlafftuch. Ja, Tier, Tier, Tier. Oder? Das tut uns leid. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir haben jetzt wieder einen Fisch. Wir haben jetzt wieder einen Fisch. Leider müssen wir hart aussortieren. Bananen, Lebkuchen. Ganz viele Pancakes hier. Äh... Burger, Bananen, Lebkuchen. Warte, warte, hier? Ist der essbar? Das Chicken? Äh... Essbar oder nicht? Sieht schon wild aus irgendwie, aber... Ist der essbar? Er hat da Flächenhand. Ja, ja, ja. Okay, okay. Gucken wir gleich nochmal. Gucken wir gleich. Und ganz viele Pfannkuchen. Ich würde sagen... Oh... Alle Pfannkuchen-Männern. Einmal... Auf die Tanzfläche. Einmal auf die Tanzfläche, bitte. Alle Pfannkuchen-Männern. Okay, nice. Okay. Was sagst du, Bruder? Ist das Free Skin oder was ist das? Was? Warum machen so viele denn? Ist das zu hart, aber... Alle sollen mal einen Fight machen, Digga. Bis nur noch einer überlebt. Metzl euch einfach an. Metzl euch stumm. Wir müssen... Wir sind sofort. Let's go. Alle Pfannkuchen-Männern. Es darf nur einen von euch geben. Nur einer darf überleben. Es darf nur einen geben. Harte Maßnahmen hier, wenn so viele da sind. Hakt euch, bis nur noch einer von euch überlebt. Basti mit 2.50. Vielen Dank, Bruder. Du kannst mich adden. Basti Worlds. Gucke ich gleich auf jeden Fall. Alle hauen, alle hauen, alle hauen. Pfannkuchen-Männern. Sonst müssen wir nachhelfen. Ja. Jetzt müssen wir euch einmal hitten. Too much Pfannkuchen, Bruder. Alle in die Offensive, bitte. Kann nur einen geben. Hä? Was war das? Achso, das bist du ja du. Ich dachte schon. Ist das überhaupt schon einer da? Geht sich auf jeden Fall, ne? Ja. Keiner ist noch down. Oh, einer down. Jetzt müssen sie eigentlich schnell gehen. Klasse. Komm schon, haut rein. Haut rein. Haut. Das geben. Oh shit. Wer war das denn? Oh shit. Da hat jemand was aufgenommen. Da hat jemand was aufgenommen. Wir müssen auf achten. Bodyguards. Bodyguards kontrolliert, wer was wirft, ne? Der wird direkt. Wir checken am Ende den Replay, ne? Wir checken am Ende den Replay, ne? Wenn jemand das aufgenommen hat. Ja, genau. Einer darf was looten, ne? Sonst wird er direkt raus. Kommt schon, Jungs. Haut drauf hier. Es darf nur einen von euch geben. Oh, 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 oh. Sind die ein Team, alter? Wie lange zieht sich das? Kann sein, dass welche im Team sind. Hey. Musst man einfach nachhelfen? Ne, wo geht die denn? Alle in der Mitte bleiben. Ey, wie lange leben die, Digga? ich weiß es kann sein dass welches im team sind weißt du dass sie das machen können ich glaube die drei sind im team weißt du egal die analysieren gleich also wenn ihr team seid dann alle bleiben alle in der stage bleiben ok die sind ein team glaube ich doch die jagen alle den einen da ok wie sollen wir das regeln kommen alle jetzt hier kommen alle auf den tanzflor antreten alle auf tanzflor jetzt okay es darf nur einen von euch geben also wir suchen jetzt den besten von euch aus so er hat kuchen als spitzhacke okay er hat pfunk und spitzhacke weihnacht okay er hat einen geld rückenbeutel da sind pfunk sogar drin okay er ist full pfunkuchen hat sogar sirup emote er ist wild er ist wild okay er hat fleisch das passt jetzt nicht so als hacke er hat candy links passt jetzt auch nicht so als hacke weil er ist full durch und durch pfunkuchen weißt du er lebt den pfunk ich würde sagen er setzt sich durch ne ja wir müssen einmal kurz nass rasieren sorry es gibt nur einen pfunkuchen einen wahren pfunkuchen danke dass ihr mitgemacht habt so pfunkuchen einmal bitte zu den anderen in die stage so ich würde sagen bananen müssen auch einmal kräftig rasieren alle bananen auf den dance vortreten muss nur kräftig nach rasieren auch eisbananen der bananen gelbe war nicht anders aus soll sie bleiben weil sie anders aus alle bananen alle bananen jede einzelne bananen egal was wenn wir uns gehen wir auf die tanzfläche hier war gerade auch die tanzfläche du auf tanzfläche du auch banane auf tanzfläche sonst seid ihr gleich tot hallo zwei zwei eins okay wir machen keinen spaß pure ernst also also jungs beruhigt euch beruhigt euch wir bewerten einfach nur die skins alle bitte auf die tanzfläche keinem passiert was also heiß bananen welt wird okay wir müssen erst als die andere muss die andere es waren zwei es waren zwei eisbananen als jemand hier versteckt der versteckt ist die andere eisbananen haben wir die gekillt keine sperrenzen her es waren doch zwei ja ich glaube nicht da war noch eine andere aber die hat die war afk zeigt man alle eure hacke ist das eine bananen hacke oder was ist das ich kann das gar nicht identifizieren ich glaube es ist eine bananenschade er hat gar nicht nice hacke kellogg's oh nice kellogg's Fleisch, Fleisch, Eis, Eis passt ein bisschen mehr für mich Eis, nice okay die hacke ist das eine banane bruder sieht schon eher wie eine banane aus okay okay mit schade so okay ich sage hier ist die andere eisbananen okay wir müssen erstmal eisbananen aussortieren jetzt mit 250 vielen dank bruder den bodyguard easy 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 okay rucksack er hat spaghetti ja okay er gefällt mir mehr mit dem eis guck mal sein eis passt zum skin und zum rucksack ja das passt nicht so es gibt nur ein eisbananen alles klar so du bist weiter du einmal bitte zu den anderen hinten aufstellen so jetzt von den anderen bananen wie das so aussieht alter er ist auch sehr auffällig im gegensatz zu den anderen er hat noch mal einen touch er hat noch mal so boah guck mal eine waffel und so krass das bürger auf den kopf okay du bist auch weiter in die stage zu den anderen bitte auf rein wieder in die hauptreihe gehen hier kommen wir hier in die reihe du dahin so die anderen oder die anderen brau müssen noch mal gucken bergteil okay 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 sein bergteil ist ein fischkopf und fleisch in der hand das passt jetzt auch nicht so sorry bro er hat da kein rucksack hier aber doch hat er hat er vergangen wir immer mehr oder der leute ist da wenn wir das stimmeln die ja er zeigt mal was hat das hat okay das fleisch passt leider nicht also ich sage bei den gelben auch geregelt kommt die haben wir noch ein bisschen zeit so und was mit den brüdern hat er eine waffe in der hand oder oder ach so das gehört dazu okay erst alleine okay auch du mit der waffe schlag mal ganz kurz wie das bodyguard okay du auch in die stage einmal so wir müssen alle move in die zone kurz hier die zonen alle zonen ab in die zone let's go alle am rand der zone so hier reicht erst mal auf der straße auf rein hier auf der street oft in der kreuzung alle auf rein auf rein auf rein bro auf rein bro so okay wir haben auch viele lebkuchen da müssen wir auch noch mal kräftig nachrasieren auf jeden fall alle lebkuchen bitte einmal hier nach vorne vor das auto alle lebkuchen alle vor mein lambo du auch bro okay das war's mit lebkuchen also rückenteil einfach stehen bleiben okay er hat ein getränk das passt jetzt nicht zu dem skin er muss schon mal weg so er hat passende rückenteil rückenteil die beiden haben besachtigen lebkuchen oh er hat Pfannkuchen oh sehr lecker das ist er der Pancake-Mann und auch kreativ halt würde ich sagen oder? weil er hat die passende Candy-Hacke zu seinem skin ja kann man auch so sehen habt ihr Emojis? genau Essens-Emojis auch Lebkuchen es gibt auch einen Emojis du auch was? auf was keine Wewax okay alles schön andere wollen mehr okay der andere bitte einmal in die Stage rein okay okay so haben wir noch gleiche Leute Tomato ist am Start Pancake-Bro so okay jetzt wird es immer kreativer also ich bin echt erstaunt über die Skins sind geile Sachen dabei das Chicken gefällt mir irgendwie aber man kann es nicht essen das nervt mich ein bisschen aber er hat passende Chicken das ist halt auch so roh wenn man es so will genau okay irgendjemand der dir gar nicht gefällt also was sagst du schick mal einfach Hotdog-Mann Bruder er hat aber auch alles passend dicke Wurst hier am Start ja No-Homo Rückenteil passt das passt Bruder okay wir müssen einmal kurz in die Zone alle einmal in die Zone drei Burger-Männer okay da gucken wir gleich nochmal 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 ich bin einer da vorne okay ich bin gespannt sehr gespannt ich bin ne Wurst so alle auf die Insel hier alle auf die Insel auf der Insel aufrein einmal aufrein jetzt alle aufrein aufrein nicht im Busch nicht im Busch hier ein bisschen vorne so die Burger-Männer die Burger-Männer die Burger-Männer okay Burger Männer alle bitte einmal nach vorne 1, 2, 3, 4 Bruder okay die müssen wir mal kurz nasser sehen er hat Chicken mit Burger er hat ein Schild als Rücken okay da ist ein Burger drauf er hat Pommes Handcake Hacker aber das passt jetzt nicht so oh Pizza oh okay Pizza okay und er hat Pfannenbänder Pfannenbänder passt am meisten und Rückenteil Cola das passt oh die haben Pommes er hat ein Schild aber Pizza und das Burger Bruder weißt du das passt leider nicht Bruder er hat Pommes Pommes passt mit Burger dann guck mal hier sein Schild zeig mal deine Hacker den Gegner zu den anderen wen meinst du denn jetzt genau das passt leider auch nicht Bruder so er hat Pancakes als Dings das passt leider auch nicht sorry Bruder okay ein Burger-Man hat überlebt die Bananen müssen wir auch nochmal einmal kurz beide ne drei Bananen oder hier die zwei zwei Bananen kommt einmal in die Mitte ihr müsst den Mode-Battle machen welches ist krasser ihr müsst den Modes raushauen ihr müsst alles mit den Modes jetzt raushauen hör mal welche Modes habt ihr am Start zu eurem Skin passen Modes oh Zone kommt wir müssen alle Moven alle Zonen oh mein Gott oh shit oh shit oh shit wer stirbt ist selber schuld ja wer stirbt ist selber schuld wir müssen es aber beeilen wir müssen es beeilen oh mein Gott weiter kann die Zone nicht sein Alter egal easy easy wer stirbt ist leider selber schuld einfach Bots Bruder lass uns Bodyguards Bots rasieren ey ich hab da die Waffe genommen warte ey 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 wer hat den Grappler wer hat den Grappler alles schnell in die Zone Kelpen schaffst du es Hilfe oh shit Alter die nächste Zone ist auch so weit weg Bruder Bro Bro alle in die nächste Zone schon mal Moven alle in die nächste Zone komplett nächste Zone hartes Leben in der Zone was geht mit dem Bruder mit see man egal guck mir einfach zu dann kannst du mitbewerten wie sie alle in die nächste Zone ganz schnell genau auf diese Insel hier auf die Insel auf die Insel nicht killen gegenseitig genau hier warten hier warten hier warten aufreien hier auf der Insel schnell 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 alle aufreien alle aufreien so Bro was sagst du zwei Tomaten haben wir noch hä ok die müssen wir auch kurz auf schnelle auch schnelle Welle analysieren zwei Tomaten Bro da passt alles hinten und vorne nicht irgendwie er hat Lebkuchen ganz random als Backteil ja ich würde mal sagen da hast ja du sogar eine frechere Tomate mit deinem Salat da oben mit Gabel und so da passt hinten und vorne nichts I'm sorry danke für's mitmachen Lebkuchen Bro alles klar Popcorn hat ne Gurke als Backteil ok Outdog gefällt mir auch sehr gut Burger da hat auch alles gepasst was mit ihm er hat aber Pancake Hacke und Bananen Bruder da passt leider auch nicht so zusammen wir müssen jetzt auf alles achten das Skin ist nice aber es muss alles passen maximal passen Chicken Chicken in der Hand Backteil hat er aber Eis wenigstens hat er ein gebratenes Chicken erst die Ruheversion aber mit dem Eis hinten er hat Eis aber das würde jetzt eher zur Banane vielleicht passen ja aber er hat auch ein Eis oh er hat auch ein Eis vom Skin gefällt mir sehr aber nicht die Kombi Bro das Rückenteil stört mich bisschen weißt du die anderen haben glaube ich besser kombiniert das andere Eis hat auch so nach Hause gekommen gemacht die wilde Kombis sorry Bruder wer war das jetzt? muss ich leider sagen das ist schicken ja man ok alle Zonen in die Zone schlau natürlich wagen zwar immer ja schnell wache ich gleich auch down oh shit Zone so Pech Alter Hotdog Main Character schön Egal komm wir klären das kurz wir klären das kurz wir klären das kurz wie viel sind noch am Start äh noch mit dem ohne Mods 4 Leute glaube ich wo ist diese Zone ja oh mein Gott oh oh das Öl ist hart kommst du da hoch jetzt nein berg hoch nein 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 oh mein Gott nein willkommen in die Zone Bruder oh mein Gott ok der erste Fail wir adden euch ich war die Tomate oh schade Ben schade schade Septic Album mit ne neuer Mitgliedschaft herzlich willkommen Bruder herzlich willkommen ok wir adden die restlichen Leute und wir müssen das dann nochmal irgendwie wiederholen wiederholen das mit den restlichen Leuten weißt du genau die sind ja verifiziert die kriegen dann nochmal ein extra Code ja müssen die Runde noch zu Ende bringen so Albin ich schicke dir einen neuen Code gleich und dann schreib dir die restlichen Gewinner jetzt auf genau ich guck die Wiederholung Mods Gewinner notieren und dann machen wir ein extra Code für die Brüder das ja ich glaub mit Bonn ist da besser ok wir gucken nochmal rein wir schauen nochmal rein damit wir den Gewinner küren können wir schauen nochmal rein Bro so so die letzten Leute waren so Mods jetzt aufpassen achso wir können noch wir können den Gewinner hier küren stimmt wer der beste für uns ist weißt du ja einfach in der Lobby genau wir machen jetzt hier einfach komm stimmt wir küren jetzt der Winner jetzt muss alles zählen ah jetzt können wir die Emotes aber nicht checken Emotes obwohl können die auch machen glaube ich ah ne das wird glaube ich nicht wiederholung aber wir gucken nochmal Kombis an Emotes ist schwer jetzt ja wir müssen nochmal ein Code für die die Leute machen komm machen wir vernünftig ich guck mal ich guck mal ich guck mal weil die hatten alle alle hatten sehr gute Kombi eigentlich hab ich drauf geachtet so wir haben den Hot Dog Man jetzt sieht man die Spitzhacke nicht Hot Dog Man hat Hot Dog in der Hand und Hot Dog Bag Teil ok Perfekte Kombi sehr sehr gut Eis äh Banane hat seine Banane als Bag Teil und Eis Dinger mit Augenteilen auch als Hacke passt auch alles dann passt alles auch an Point ok den Namen einmal merken Mods Luca und wer war davor ah you are boring you are boring und Luca krass you are boring so Leo Digi guck mal was für eine Hacke er hat ok ah er hatte Pancake Hacke mhm aber Lebkuchen Outfit das passt leider nicht also er ist schon mal raus dann die andere Banane Septic Albe mit 5 Schweizer Franken danke dir Bruder für dein Support extra neuen Account gemacht und Mitglied Main Account geht Chat und spenden nicht ich weiß nicht was da los ist vielleicht Mods was damit zu tun vielen Dank Bruder Ehrenmann Basti mit 6 Euro noch ein Skin Contest danach können wir eigentlich noch einen knallen für alle ehren Leute die noch am Start sind ein cooles Thema können wir dann mit euch betreffen danke dir Ben und Berzo mit 2,50 vielen Dank für deinen Support vielleicht mit 20 Leuten dann aber hat eigentlich gut geklappt sogar mit Eis ok 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 warte warte wir müssen weiter analysieren achso ne das Bodyguard das Bodyguard so weiter gehts ah ja das Bodyguard Burger war auch wild er hat Getränke als Backtile Pfannenwender passt auch zu Burgern gefällt mir auch sehr vom Essensthema jetzt und er ist auch sehr krass Gurke auch krass Pfannenwender was ist der aber Eis Popcorn irgendwie Risky Reels Bruder alles in grün gehalten alles in grün gehalten Backtile grün seine Dinger grün seine Handdinger und der sieht einfach wild aus der Skin Bienen auch merken einfach stimmig ne der ist sehr stimmig ich sehe sie mit 2 Schweizer Franken kann es auf jeden Fall beide gerade sein gleich so hatten wir noch einen Bruder jetzt mal ihm hier ist er ausgestiegen oh neiiiiiin 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 er ist in der G-Klasse war er das? er hatte Eis das hat mich nur gestört als Backtile ah und dann Müsli als Löffel Müsli war gut aber Backtile ich würde sagen auch eher raus vielleicht zu random der andere hatte besser kombiniert genau ja er hat vielleicht Eis auf dem Kopf so mit Kirsche aber dann noch mal das war ich Fruchteis ok haben wir jetzt alle also Jörboring weiter Luka Jörboring ist fast weiter er war raus ne wegen Hacke ja das war Bodyguards Amon auch weiter und Gurke auch weiter die 4 ja die 4 ne ja ok genau Mods die bitte nur in der Stage lassen alle anderen rauskicken müssen ja verivisiert sein alle ne dann kriegen die jetzt nochmal einen Extra-Code und dann machen wir nochmal Emote-Battle ja man und gleich machen wir einfach noch einen Skin-Contest Leute weil heute euer Support sehr heftig ja man krasses Support deswegen kleinen wir nochmal einen Skin-Contest raus es gibt's natürlich 1000 V-Bucks zu gewinnen ja man genau besprechen wir mit euch Themenvorschläge könnt ihr schon mal reinschreiben genau ok Mods habt ihr alle Namen am Start Thema Tiere ok 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 was sagt ihr alle Mitglieder welches Thema Thema Sommer auch nicht schlecht Gangster Gangster war auch nicht schlecht Gangster so auch bisschen Schurke weißt du ja so bisschen Schurke ok alle sind in der Stage wir machen jetzt nochmal ein Code für die für das Finale hier kurz Ben mit 12 Euro Bruder Ben dreht heute komplett am Rad Alter ja so machen wir das man äh so wie gerade äh was machen wir in meine Gruppe kommen easy 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 bro du kriegst dein Code schon kein Problem kein Problem kein Problem so wärts wieder mit 2,50 vielen Dank wärts auch wieder hart am Start ja man ok 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 so kurz neuer Code für die Stage also vier Leute es geht jetzt um vier Leute so wieder ähm einfach null bauen äh Team kurz neuer Code Code zum Start alle bereit alle bereit mit und mit dem eine die die So, okay, 10 Leute, müssen alle am Start sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit uns, less, go, okay, Okay, Finale kurz klären, ja, Finale jetzt, und dann machen wir ein weiteres Skin Contest, vielleicht Thema Schurke oder Bösewicht, das glaube ich gut, oder, hört sich gut an, Leute, was sagt ihr, so eine düstere Gestalt, ja, Mann, ja, Mann, sonst nichts besseres kommt, nächstes Thema für Skin Contest, Bösewicht, macht euch schon mal ready, Bösewicht, Gangster Schurke, Checkt gerne schon mal euren Spind ab, ja, Mann, das wird es, okay, wir landen, so, Finale, wo landen wir, wieder Ruined Reels, Ruined Reels, Let's go, Wer zu mit 6 Euro, Bruder, danke, Können wir machen, dass wir in der Gruppe Bodyguard reden können, müsste ich dann nochmal einstellen, Verrückter Support, wer zu, danke, auf jeden Fall, ja, Mann, fett, danke, Bruder, Wer zu, war derjenige, der vorhin geteamt hat, also, Genau, einmal bitte aufreihen auf den Treppen hier, einmal hier aufreihen, auch sorry, So, das sind die vier Finalisten von eben, also, Ja, Mann, Glückwunsch zum Finale, Eine Waffe zum Rasieren, Also, 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 Kombis waren alle, glaube ich, perfekt, ne, man will, ja, haben wir eben gecheckt, okay, jetzt, geht's um die Emotes, Hotdog, was hast du für Emotes, hau raus, Bruder, okay, okay, Pizza, okay, okay, interessant, interessant, oh, ganz gemütlich am snacken, auch schön was zu essen, oh, leckere Rahmennudeln, alles klar, lecker, finde ich auch mal, ey, oh, Marshmallows braten, alles klar, viel zu essen, feierst zu essen, ne, okay, stark abgeriefert, okay, machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten, Emotes raushauen, all klar, Essen ist fest, Ja, das ist fertig, geil, auch Marshmallows, okay, Popcorn, okay, auch noch ein Burger, Burger, wer auch will, hättest ein Burger Emotes, Da, 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 ist auf jeden Fall so ein Mund, ne, okay, Salz, Pfeffer, alles klar, aha, das war uns, Bro, okay, 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 das war's mit dem Emotes, okay, Banane, Warte, 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 wir machen alle, Banane auch raus, okay, Bananensticker, alles klar, alles klar, Oh, Pizza, in deinem Bad, interessant, was ist das, okay, jetzt schärftes Messer, jetzt schärftes Messer, für was, Bruder, für was? Vielleicht, was schneidest du dann? Noch was zu essen? Noch ein paar Emotes am Start, okay, okay, hast du noch ein paar leckere Sachen? Hat jetzt nicht krass überzeugt, leider, die Emotes, bisschen dünn, okay, dann gucken wir erstmal bei dem, Bruder, Emotes, Popcorn passt sehr, er isst Popcorn sogar, okay, sehr wild, Oh, der Burger-Dings, das hätte der Burger-Main machen können, was hast du noch am Start? Okay, das war's, das war's, anscheinend, leider, oh, der Funk, oh, shit, Baklava, Bruder, alles, tues, mit Eis, Bruder, krass, wild, Pizza, okay, er hat alle, er hat alle, crazy, Okay, am wenigsten überzeugt, finde ich, hat die Bananen, oder? Achso, leider wegen der Emotes, okay, Emotes, wir leben dich trotzdem als Emotes, ja, man, danke dir, Bro, fürs mitmachen, okay, die drei, Bürger hat jetzt auch nicht viele Emotes am Start, ne? Bisschen dünn, und wenn man jetzt ganz hart sein will, ihr Körper sieht noch so T-Shirt-mäßig aus, die anderen haben halt komplett, weißt du? Danke fürs mitmachen, okay, danke dir, absolute Finale, also der Grüne ist krass exotisch, ja, ich finde auch von der Exotischkeit her, der Grüne, finde ich richtig nice, ein Schaumigen, das vereint mich schon ziemlich, du weißt, Schaumiger, also, werde schwach, war ein Schaumiger-Maschino, ne? Du hast Feierabend bei mir? Ja. Schon sehr, sehr optimistisch. Hey! Wer war das? Da oben, da oben, da oben! Wer ist das? Da oben ist irgendein Rat, Alter. Lebkuchen, Mann. Was? Band ihn zur Tode, überall, er weckt, bannen. Okay, wer hat für euch gewonnen? Boah, ich muss sagen, für mich hat der Grüne eher gewonnen. Der war krass, der war exotisch und so. Hab ich auch noch nie gesehen. Ja. Ey, lass mal wieder hochgucken, wer das war. Ah ja, den Typ bannen? Wie kam der jetzt rein überhaupt? Der muss ja... Wie kam er rein? Discord, alles weg, bannen, Hausverbot für immer. Feierabend. Komplett Bann für Community-Sachen. Hotdog, Leute. Der Grüne war halt exotisch. Oder sollen wir die Community entscheiden lassen? Wir können auch wieder... Die letzten zwei Community entscheiden lassen. Okay, wer für euch hat gewonnen, Leute? Ja, Mann. Also, Hotdog. Manchmal muss man sich die Community entscheiden lassen. Oder... Grüne Popcorn. Umfrage ist raus, ihr entscheidet, Leute. Also, ich wäre, glaube ich, für Grüne Popcorn sogar. Umfrage ist jetzt raus, abstimmen. Für wen wärst du her? Er hat's gemacht. Ich geb's schon zu, der Hotdog ist schon so... So leckeres Essen. Vom Essen überzeugt mich das mehr als Popcorn. Aber irgendwie der Skin war krass. Also, deswegen ist das sehr schwer. Ja, genau. Ich hab's noch ein Schäbchen entscheiden lassen. Beides würde gehen. Community-Ding. Oh! Sogar, guck! Grüne Popcorn hat sogar gewonnen. Bis jetzt. Hier, Leo Digi einmal bitte Bann für Stage-Sachen. Ja. Ich fand auch Grüne Popcorn. Fand ich nicer. War nochmal wirklich... Also, so exotisch. Vom exotischen Skin. Ja. Und auch noch Crazy, also viele Faktoren. Ja. Sehr starker Skin. Ben wieder mit 6 Euro. Vielen Dank, Bruder. Ben, du bist verrückt. Ben, du kriegst dein Code, Bruder. Keine Sorge, Bro. Du kriegst zu 100% den Code. Keine Sorge, Bro. Okay. Ja, 52% sagen Grüne Popcorn. Herzlichen Glückwunsch ans Grüne Popcorn. Für mich hast du auch gewonnen. Auf jeden Fall bekommst du dann Codes. Glückwunsch! Du bekommst die 1000 W-Bucks. Yes, Sir. Okay, bewahr jetzt. Okay, das war Bean 7-3. Stark. Bean... Achso, ich kann ihn ja direkt auf Discord schreiben. Ja. Bean CEO, alles klar. Siehst du? Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Glückwunsch, Bro. Spaß mit den W-Bucks. Hast du mir den Code schon geschickt? Genau jetzt. Bam. Okay, 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 okay. Bam. Code ist raus, Bruder. Viel Spaß mit den W-Bucks. Viel Spaß damit. Genieß es. Ja, Mann. Okay. Okay, 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 okay. So, letzter Skin Contest, Leute. Ich bin am Arsch. Ja, Mann. Dick müde. Ich hab voll Bock wieder auf Horstweb. Ja, Mann. Freitag wieder. Fetter Horstweb. Purer Horstweb. Geile Games. Freut euch drauf. You are boring. Sorry, Bro. Ja, Mann. Sorry, Bro. Aber das war wild. GG's, Bruder. GG's. 15 Leute nur. Was sagt ihr 20 Leute? Ja, Mann. Ich bin auch tot müde, Mann. Ja, Mann. Schie, Mann. Also, jetzt macht der Band jetzt mit, oder was? Leute, ein Skin Contest noch. Ein Skin Contest. Einen, hau mal raus hier. Heute ist das überhaupt krass gewesen. Thema war Bösewicht Schurke. 15 bis 20. Easy, easy, easy. Ich würde sagen 20 Leute. Wer zu, Bruder? Vielen Dank. Mit deinem Support muss kurz reden. Was redest du die ganze Zeit? HSV mit 2 Euro. Vielen Dank, Bruder. Danke für Leon, Anthony. Äh, Isaiah grüßen. Leon, Anthony und Isaiah. Schöne Grüße. Leon, Anthony und Isaiah. Beste Grüße gehen raus danach. Und danke für deinen Support, Bro. Genau. Thema Schurke Bösewicht. So, Moment, Moment, Moment. Geh kurz raus. Also. Kurz Benni den Code gönnen. Ehren-Ban. Ehren-Ban, Ehren-Ban. Genau, wir machen neue Bodyguards. Sleazy mit 2. Sleazy! Melde dich zu Wort. Danke dir, Bruder. Zugleich als Bodyguard. Danke erstmal dafür. Wer zum 2.50. Last Verschluss. Triospiel mit der Bruder. Spiel mit am Arsch. Der Bruder will, dass unser Gehirn komplett kocht. Vielleicht können wir ja mal noch eins reinpressen, Bruder. Wir gucken, wir gucken. Großrecht auf Krampf reindrücken. Für diesen Support. Auf Krampf. Auch wenn du noch als Leiche nix mehr auf die Reihe kriegst. Jetzt nur noch Schwitzer online, Bruder. Wir können vielleicht den Squad machen nochmal. Komplett. Oh mein Gott. Basti mit 2.50 Mods. Ihr wisst, Basti immer am Start. So, Moment. Ich muss kurz Ehren-Ben hier in den Code gönnen. So, annimm. Genau, Ben, ich schick dir wieder im Chat. Chat lesen jetzt. Ich lass auch die ganze Zeit Fullcam. Oh, sieht schon mal wild aus. Sieht schon mal wild aus. Okay. Code. Okay. Steht im Chat. Ben, wenn du den bekommen hast, geh raus. Aus der Lobby. Schreib dir den auf. Und dann kannst du joinen gleich. Perfekt. So, ich mache jetzt einen neuen Code auf. Team wieder. Team, 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 Team. Slyzy, wer warst jetzt nochmal bei Fortnite, Bruder? Wie hieß sie da jetzt nochmal? Wer hat sie mit 2.50? Vielen Dank, Bruder. Wer hat sie mit 2.50? Vielen Dank, Bruder. Wer hat sie mit 2.50? Vielen Dank für den Support, Bruder. Crazy. Ben, verlegt wieder zu. Mit 6 Euro. Danke, der Frucht. Wieder normal bei Oral. Also Team, wieder. Achso, sollen wir diesmal mit Bauen machen? Machen da Leute mit. In diesem Fall sind wir eh weniger. Ehm, nee, 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 Zero Build, Zero Build. Ben, Zero Build, ohne Bauen, Teams. Genau, ohne Bauen. Ja, ohne Bauen, Team. Okay, Pray for OGs, Lizzy, easy. Ich lade dich mal ein. Zack. Oh, fehlgeschlagen. Oh nein, ich sag jetzt nicht. Achso, weil ich jetzt schon gestartet hab. Versuch mal zu joinen, Kellen. Äh, bei dir, ne? Was ist denn? Was ist denn meine Anfrage? Kommt sofort, eine Sekunde. Anfragen, ist raus. Kann sein, weil ich schon gestartet hab. Oh, okay, 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 Moment. Ich muss euch erst einladen. Hm? So, Moment. Ähm, ich muss erst mal neu starten hier. So. Einladen, zack. Nice. Und dann. Zack. Hetzoso mit 2,50. Vielen Dank für deinen Support. Marvin, rauchst du noch Shisha? Nee, nee. Also, eigentlich nur im Urlaub. Aber so privat jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und CR7 mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Kann ich den Biscuit? Hyperchamp. Mods, Hyperchamp. Dem Bruder für die Stage merken. Einmal rein. Und Hetzoso, CR7. Danke für euren Support. Okay. So, ich start jetzt gleich den Server. Okay, macht alle bereit. Macht alle bereit. Ich hoffe, das Server funktioniert. Okay, funktioniert, funktioniert, funktioniert. Äh, Basti, du machst doch mit bei Dings, oder nicht? Machst doch bei Skin Contest mit. Okay. Letzter Skin Contest, Leute. Thema, Bösewicht, Schurke. Und Edge mit 3 Euro. Vielen Dank, Bruder. Kann ich mitmachen. Edge. Mo Edge. Mo Edge auf Discord Mods. Ihr wisst Bescheid. Edge, danke für den Support, Bro. Genau. Ben Servers auf. Code eingeben, ne? Danke dir für 2,50, Bruder. Einmal, danke für den Support, Bro. So. Ich kann gerade nicht raus, leider. Sonst... muss ich alles wieder neu machen. Neuen Code ist das. So. Genau. Welts fand ich, Leute, aus. Ist gleich schon Full. Wie ich sehe. Und dann gebe ich den Code, äh, Code an die Stage. Thema Stalker. Kann man Klärtyp machen. Kann man echt machen? Hm? Ja, Mann. Alle, denen man Klärtyp machen. Ja. Wer hat zumindest 6 Euro, Bruder. Das ist der neue Ben, Bruder. Danke dir, Bruder. Können wir am Ende... Wer hat zumindest Ben ablösen. Kann am Ende Triospielen. Und könnte ich, äh... Und Ben. Alter, Ben, du lässt dich das nicht gefallen und leg es aber nach. Ach, das geht nicht? Ähm... Ah... Ben, Bro, 6 Euro, danke, Bro. Yo, Casper mit 2 Euro, danke, Bro. Das ist ein kranker Support, Alter. Bruder, was geht hier ab? Warteschlange. Okay, Warteschlange. Cookie Dog oder Dill... Hä? Dill Dog? Was? Ach so, mach ja nur Spaß, Bro. Ey, das ist krass, aber es gibt schon ein anderes Eis. Wie heißt es gerade im Hype? Das ist ähnlich wie Cookie Dog. Ist auch ganz wild. Ich weiß den Namen, ich glaube nicht. Casper einmal hinzufügen, bitte. Also, das ist... Der Bruder ist in der Warteschlange. Und... Ist das schon drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Thema ist Bösewicht, Schurke und Septic mit 5 Schweizer Franken. Fetten Dank, Bruder. War's besser? Cookie Dog oder... Mach nur Spaß. Cookie Dog, sehr, sehr wild. Extrem wild. Hammer. Ich wurde geprankt. Auf Nacken. Casper, ich sehe dich leider nicht im Discord. Leider Gottes. Okay, 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 okay. Bösewicht oder Pommendöner. So, ich muss aber einen neuen Code machen. Kannst du Ben mal adden, Calvin? Ah ne, du bist ja auch hier drin. Wer heißt er? Ach so. Ah ne. Hä, jetzt waren 5 drin, Bruder. Soll ich abbrechen kurz und nicht bereit machen? Weil Ben wollte jetzt unbedingt hier mitmachen, ne? Ja, aber gerade waren 5 drin. Mach nochmal bereit, mach nochmal bereit, alle. Ich glaube, es geht doch. Ich weiß nicht, kann sein, dass der Code nicht geht. Weil da ist ein Buchstabe drin, der komisch ist. Okay, ich gebe den Code erstmal. Guck, ob der geht. So, also Stage is full. Also. Kurzmöglich. Okay, Code. Ich hoffe, der funktioniert. Wenn nicht, muss er es neu machen. Wärze mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Kriege ich bitte den Code? Wärze. Danke, Bro, für deinen Support erstmal. Danke, Bro. Du bist doch hier drin, Bruder. Du bist doch Bodyguard, Bruder. Der Code geht, Ben. Gib nochmal einen, gib nochmal einen. Der geht, der geht, der geht, der geht. Also der funktioniert hundertprozentig? Der funktioniert, Ben. Danke für 6 Euro, Bruder. Aber der funktioniert. 100 Prozent. Und danke für deinen Support. Und der klappt. Versuch's nochmal. Alles klein, ne? Alles klein, oder? Alles klein geschrieben, alles klein. Genau. Alles klein geschrieben, ganz wichtig. Ben, der muss gehen. 100 Prozent. Doch, doch, doch. Casper, der Code muss gehen. Edge mit 2 Euro. Vielen Dank. Bist du in der Stage? Muss natürlich in der Stage sein. Habt ihr Edge in die Stage geholt? Mods? Okay. Ja, Code angeben, Code angeben. Also Null bauen, Team auswählen und den Code hier eingeben. Benutze. Also eingeben, den Code. Und join. Null bauen und Team. Bäm, mit 2.5. Vielen Dank, Bruder. Der Code funktioniert. Du musst denn eingeben, was ist das? Wurde gekickt. Hä? Du bist doch drinnen. Du bist doch Pray for OGs, oder nicht? Ne, Pray for OGs ist Lizzy. Ne, wir machen eine neue Bodyguard-Runde. Ja, genau. Wir haben schon Bodyguard-Full. Der letzte Skin-Content. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das Öl geht, Bruder. Das Öl geht, Bruder. Das muss gehen. Das muss gehen, Ben. Da gibt's für 6 Euro, Bruder. Ben, danke für deinen Support. Und der Code geht zu 100%. 20 Leute warten schon. Weil die 22 Leute haben's ja auch jetzt schon geschafft. Ja Mann, Lenny mit 1.20. Vielen Dank für deinen Support, Bruder. PS4 Öl geht nicht. Doch, doch, doch. Man muss R2 oder so drücken. Irgendwie so war das. Irgendwie R2 oder so, dann kommt man auf Öl. Ich kenn das noch. Mokro mit 1 Euro. Vielen Dank, Bruder. Werze mit 2.50. Vielen Dank. Wie hieß du auf Discord, Werze? Ben, du musst auf O lang gedrückt halten. Hat einer geschrieben? Doch, er muss auf O lang gedrückt halten oder so. Genau. Hier sind ja auch Playstation und Xbox-Spieler. O lang gedrückt halten, dann kommt zu Ö raus. Ah, bei mir geht auch nicht. Doch, irgendwie muss das gehen. Bist du in der Stage gerade drin? Einer schreibt L3. Wenn das andere keine Tastatur hat, dann gibt es nicht Ö oder E oder so. Ja, L3 oder so drücken war das. Demnächst ein Code ohne Ö. Linke Taste einmal drücken. Ja, war jetzt dumm. Schwach. Sind aber alle von der Stage drin. Ja. Genau, gib mal Feedback, ob es klappt. L3, O gedrückt halten. Geht nicht. Soll ich einen neuen Code machen? Machen wir mal einen ganz simplen ohne Ö. Machen wir aber, das merken wir uns für die Zukunft. Wir machen immer jetzt simple. Aber 24 drin, Bruder. Ist es wieder geleakt worden oder was geht hier ab, Alter? Leak auf Nacken. Was passiert hier wieder? Dann haben wir wieder einen Troll. Daryl, bist du im Discord? Ok, warum geht der nicht? Bist du auch auf Playstation? Mokro, Bruder. Code Moncler-Tip 10, Bruder. Er ist auf Moncler-Tip hängen geblieben. Ben, Bruder. Danke für 52. Oh mein Gott, Leute, wir machen einen neuen Code, Bruder. Keine Ahnung, danke für Sportfans. Und wir machen auch mal einen neuen Code. Benyboy, komm rein jetzt. Mach Anfrage, Bruder. Wir schaffen das. Jetzt schaffen wir das. So, das ist der Code, Ben. Wenn du den bekommen hast, geh raus. Und gleich kannst du ihn eingeben. Ok. Letzte Skin-Contest für heute, Leute. Wenn du einen Code hast, bitte hier einmal raus. Und dann kannst du ihn gleich eingeben. Yes. Code Eierkopf. Beste. Eierschädel. Wer zuvor hat? 2,50. Bitte lade mich mal einen ab. Kein Discord auf Handy. Bro. Dann kannst du dich mitmachen, Bruder. Aber wer zuerst mal dank für den Support? Und... Wow. Oh mein Gott. Ben mit 24 Euro. Stumm schalten. Bro, du hast dir den Code. Yeah, easy, easy. Ich hab dir den geschrieben hier im Chat. Hier im Chat. Das ist der Code. Indie. Wer zu? Ganz wilder Typ, Mann. Ich höre, Bruder. Mischten die Nacht hier richtig aus. So wilde Kombi. So wilde Kombi. Okay, Leute. Stage. Neuer Code ist am Start. Bodyguards. Wer war jetzt eben drin nochmal? Killing 50. Yep. Oh, pray for OGs. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. So. Null bauen Team. Alle bereit machen. Ich gebe den Code jetzt ein. Ich werde seinen Vater millionär vor. Das ist nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Ganz crazy. Okay, letzte Skin Contest. Thema Bösewicht Schurke. Wir können uns auch schon mal vorbereiten hier. Ja, ich bin sehr gespannt. Was haben wir als bösesten Skin hier? Achso, sollen wir Intro hier machen oder? Mache ich lieber im Spiel wegen dem Code. Willst du nicht, dass der geleakt wird? Ben auch, genau. Ja. Die da 100 Leute hier am Start sind. Also. Schurke. Dann nehme ich da auch mal einen schönen Skin. Was haben wir denn hier? Ben mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Code ist frei. Ich glaube, du bist auch drin. 5 warten. Ich gebe den jetzt weiter an die Stage. So. Kurz für die Stage einmal muten. Ja. So. Danke für das Klo. Yes, yes, yes. Okay, 22 Leute. Nicht weitergeben, sonst habt ihr weniger Chancen natürlich zu gewinnen. Ihr wisst Bescheid. Bruder, wir können jetzt wieder 29 Leute hier sein, Bruder. Okay, nice Ben. Nice, nice, nice. Code Ben. Bruder, 2. Ey, wer hat geleakt jetzt? Wer hat geleakt jetzt? Bruder, ich mache nie wieder Skin Contests. Bruder, warum warten jetzt 31 Leute hier? Ich mache nie wieder Skin Contests, Alter, schwör. Bruder. Wer dazu geht weiter, weil vorhin hat der auch... Bruder. Wer geht weiter jetzt? Ach, der Server geht eh nicht mal halt ab, Bruder. Bro. Der Server geht nicht mal. Ich muss einen neuen Code machen. Bro. Das kann ich nicht mehr. Wir versuchen es jetzt noch mal ein letztes Mal, okay? Ein letztes Mal. Also. Okay, alle bereit, alle bereit, alle bereit. Ja, Ben, sage ich dir, sage ich dir. Danke, du bist 5 Wochen. Danke dir, Bruder. Kann man dich bei YouTube einfach anschreiben? Ben. Ben ist zu crazy, ja, schwör. Ist nicht normal, dieser Typ. Kann ich dich bei YouTube anschreiben? Ben, mach dir mal bitte Discord, Alter. Okay, jetzt geht der Server auf einmal. Ben, hast du Instagram? Dann schreib mir mal da, schnell. Wieder am Start. Ben mit 6 Euro. Ben! Der Typ Scrape hat ja gerade nochmal zuübergegeben. Ähm. Ben, verrückt, verrückter Support hier. Aber schreib mal nochmal hier in den Chat, Ben. Der ist so crazy. Absolut crazy. Wer hat's mit 2,40? Komplett mitglieder, aber... Danke dir. Keine normalen Chats. Der hat ja immer einmal normal geschrieben, oder? Ach, krass. Auch mal eingeweihte normalen Chat. Ja. Das ist crazy, Bruder. Das ist krass, wir streben noch nicht so lange und wir erleben schon die verrücksten Dinge. Okay, okay, warte, ich muss kurz ehren. Oh, that shit! Ja und 24 Euro. Bro, Ben chill, chill, chill. Reis. Ey, Boos echt nicht mehr macht. Reis für heute mit Schwenden, Bruder. Reis, Bruder. Ben, Reis. Chill bisschen. Chill bisschen, Bruder. Dein armer Vater, Bruder. Wow, kauf dir bisschen Bio-Essen. Gesundheit ist alles. Okay. Mit deinem Vater zusammen, Bio-Essen, Gemüse, dies, das. Crazy, man. Absolut crazy, Bruder. So. Benny Boy, schreib dir jetzt den Code. Okay. Steht im Chat der Code? Der Code. Der Code. Multi oder der in er kommt. Der Code ist ein Comic hier. Was? Das Code wird von Multi. JTN. JTN. Bro, das ist ganz schön, Alter. Wenn, Bruder. Komm jetzt einfach rein, bitte. Hör auf zu spenden jetzt. Komm jetzt einfach rein, Bruder. Aber komm. Wir finden es einfach lustig, wie wir einfach so agieren und darauf reagieren. Das ist ja auch eine Reaktion. Das ist echt. Absolut crazy. Das ist ganz schön. Bro. Ich hab gerade echt Tränen in den Augen. Ich auch, Bruder. Also echt Brauchmuskeltraining für uns. Ey, crazy, Mann. Okay. Ich darf jetzt nichts leaken, Bruder. Einmal Concentration. Also null Bound Team. Bodyguards einmal rein. Bro. Ja, so. Einmal hier rein. Calvin einmal rein. Jupp. So. Ich denke es eingeladen. Wie sie sie haben. Ich denke es eingeladen. Okay, Bodyguards einmal alle rein. Okay, alle jetzt bereit machen, ich hoffe es klappt. Ich hoffe es klappt. Ich bin Petra. Petra mit einem Euro. Let's go. Letzter Skin Contest. Danach nochmal Trio auf Krampf. Wer zu, oder? Ein Krampf Trio mit Wer zu. Kann man auch komplett nachvollziehen. Mir ist auch alles egal. Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, kennt ihr das Leute? Ihr seid mühe? Irgendwann ist alles scheißegal. Fast 3 Uhr, Alter. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß. Selbst wenn man möglichst irgendwann dieser Punkt sah, der Pfanne ist einfach höher. Jetzt geht der Server nicht, Alter. Machen wir alle bereit? Ja. Schlüssel... Slyzy, achso! Ja klar. Slyzy, kommt. Voll verpeilt, also. Manchmal vertausche ich die Namen, ich sehe dann den Namen, dann den. Hab dich auf jeden Fall rettet, du hast angenommen. Er geht nicht, Alter. Wer ist gerade eigentlich Klappen bei Ghost? Ist auch ein... Macht alle bereit, alle bereit, alle bereit? Jo. Ist auch ein... Mitglied? Hm? Meine ich? Gerne, Bro. Bro... Oh nein. Ich kann nicht da einen. Bitte nicht. Immer in der Nacht ab und zu, diese Spacken. Oh, doch. Das Server geht nicht. Wartende Spiele... Achso. Oh mein Gott, Bruder. Ich hab schon gesagt, ich mach nie wieder Skin Contest, Bruder. Alter, hast du was mit Skin Contest für tun? Ich brauche einen neuen Code, neuen Code. Warte, Ben, ich lade dich ein. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ich brauche einen Eimer rein. Ich brauche einen neuen Code, Alter. Holbin. Schön, dich wieder zu sehen. Okay, wenn du gelesen hast, geh raus. Das ist der Code. Basti mit 2,50. Fetten Dank, Bruder. Ich kriege jetzt Basti noch einen, Bruder. Helmin, holst du mich noch einen? Name? Bei... ähm... Fortnite? Warte, ich gucke sofort. Zack. Okay, ich hätte dich jetzt. Warte. Basti... W... Warte mal. Zack. Warte mal. Warte mal. Zack. Ich hoffe, der Code geht jetzt. Also, alle sind drin. Ich gebe jetzt den Code ein. So. Habe ich gedacht. Bist du hier? Abschädet. Und... Toad Eierkopf. Okay, macht alle bereit. Alle bereit. Alle bereit. Alle bereit. Wir beten. Wir beten, Bruder. Können wir Suchverschäck machen, Bruder. Chill jetzt. Stabil, Bruder. Stabil, Leierkopf. Mein erster Shit. Ein Leierkopf. Okay, mach bereit. Ich hoffe, der Server geht jetzt. Let's go. So. Albin will auch noch in der Nacht reinbuttern. Ich glaube, jetzt bist du erst aktiv. Vorher konntest du ja wenig zocken. Wie? Auch Albin will reinbuttern in die Nacht. Und zwei Schweizer Franks. Leute, der Server geht nicht mehr. Danke dir, Bruder. Der Server geht nicht mehr. Warum? Warum? Leute, funktioniert nicht. Ja, geht nicht. Ben, Bruder. Mit sechs Euro. Robert. Nein, für den Support. Hör auf jetzt, Ben. Starte neu. War es Game neu starten? Oh mein Gott. Ja. Bro, dieser Skin Contest. Ich schwöre nie wieder, Alter. Der nimmt mir in den letzten Nerven ja alles, Alter. Bro, ich kann nicht mehr. I can't anymore. Bro. Ich will da nur Skin Contest machen, Bruder. Das geht hier ab. Ja, nach dem Skin Contest, Bruder kommt lange erstmal kein Skin Contest. Okay, Neu Code, Neu Code, Neu Code, Neu Code. Du bist doch... Äh... Forten geht gar nicht mehr jetzt. Warte mal, mal gucken. Verdammt, Freunde. Bro, jetzt wird ausgeführt, passiert nichts. Stabile Eierköpfe. Was passiert hier, Bruder? Geht euer Fortnite? Bist du drin? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Letztes Neu? Ja. Okay. Okay, 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 okay. So. Werden wir zwei Films, danke, Bro. Danke, man. Support, Bro. Leute, schreibt mal alle Urzeit hin, wo ist für heute Nacht eigentlich eure Grenze, wo ihr sagt, da müsst ihr schlafen. Das maximalste so, jetzt echt so von euch persönlich, wo ihr sagt, okay, da muss ich pennen. Jetzt die Uhrzeit reinschreiben. Wird mich echt mal interessieren. Und eure Birne. 5, 4, 8, 5, 7, 6. Krass. Ich kann die Grenze. Ich kann die Grenze. Krass, krass. Leute, ziehen durch. Wenn du Kort hast, geh raus. Ben. Sollte eigentlich schon fänden, aber egal. Es sind Ferien. 23,99. Auch. Meist waren eh Ferien. Oder ohne. 3,99. Stark, stark, stark. Perfekt. So, ich starte jetzt. Eine Lobby. Okay. Teams. Null bauen. Erstmal euch einladen oder erst den Code? Ich mach jetzt erst den Code rein. So, ich lade euch ein. So, alle rein, alle rein. Okay, alle bereit machen. Wir beten, dass Server geht. Hoffentlich. Drück die Daumen. Mach bereit, Kim. Let's go. Meinst du um Null wegen Eierkopf auf Null? Ne, einfach jetzt so. Auf Null Millimeter? Stimmt, ne? Nein, Bruder, was ist das? Es geht nicht mehr. Aber sind die Server offiziell daumen? Sind die Server daumen? Aber Spieler... Nee. Die Spieler sind immer noch 210.000. Alter. Was muss ich machen? Freunde, wer hat ne Lösung? Wer hat ne Lösung? Versuch Trio. Okay. Überbaue ich erstmal. Danke für den Support. Beste Grüße in die Schweiz. Danke dir, Bruder. Ich guck mal ob Trio geht. Muss einer raus. Wer zu drängt, lass einfach Trio jetzt. Wer zu berückt, ich danke für deine 250. Kann ich einen kicken? Okay. Jetzt muss einen kurz raus. Kicken, Bro. Ich probier kurz Trio, ob das geht. So. Trio. Machen wir alle bereit? Machen wir alle bereit? Jo. Strip ist 7 Uhr auf süß. Oh, jetzt gehts. Jetzt gehts. Okay, dann haben wir nur einen bei den Garten. Okay. Ben, gleicher Code. Gleicher Code. Okay. Gib den Code. Aber du musst Trio machen. Ihr müsst jetzt Trio auswählen. Und null bauen. Okay, ich glaube Ben ist am Start. Vier Leute warten. Stark. Nice. Okay. Stage ist alles am Start. Stage ist alles am Start. So. Perfekt, Ben. Ben. Mod. Schrei. Schrei. Ben. Ben. Spendenverbot. Offener Spende. Geht. Ich. Insane heute. Das ist ja auch nicht. Ja, doch. In Ehren. Sein Name. Oh. Aber doch. Aber doch. Aber doch. Es könnte hinkommen. Wir sind drei. Plus Mods und so. Okay. Wir starten jetzt Leute. Wir starten jetzt. Skin Contest. Thema Bösewicht. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Intro machen wir gleich. Ja man. Boah. Ich weiß auch nicht warum jetzt 31 auf einmal hier steht. Ist mir jetzt egal. Wir müssen den Skin Contest durchbringen. Also. Wer fucks macht. Disqualifiziert. Wer irgendwas aufnimmt. Disqualifiziert. Kein Leben. Keine Bombe. Keine Granate. Yes. Skin Contest. Thema. Bösewicht. Wir können eigentlich hier Intro machen. Oh. Wir haben gar nicht den passenden Skin leider. Ah. Ah doch. Ich hab einen Schworkenskin. So ein bisschen. Also. Ah. Du Tomate. Oh ja stimmt. Ich bin Schworker. Was willst du? Okay. Sollen wir. Ah ne. Machen wir einfach von den Leutnant. Ja. You are born often. Nice. 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 Wann ist nächster Fortnite Stream? Ähm. Wir versuchen sogar täglich zu streamen. Außer Samstag. Genau. Ah ja. Haben wir noch gar nicht gesagt. Wir brauchen wirklich täglich. Also echt täglich. Wir schaffen morgen. Aber wenn wir es nicht schaffen. Mittwoch. Also. Wenn wir krass sind. Jeden Tag. Außer Samstag. Okay. Alle Ruined Reels landen. Auf der Treppe. Ihr dürft nichts aufnehmen. Sonst disqualifiziert. Oh. Oh ey. Wenn wir jeden Tag streamen würden. Dann machen wir aber auch. Mehr Horror Streams. Ja. Safe. Dann zwei. Immer wenn wir Bock haben. Genau. Ja. Wir können ja auch gucken. Genau. Genau. Also Freitag im Horror auf jeden Fall. Vielleicht noch einen. Ja genau. Zwei Horror. Vier mal Fortnite. Okay. Alle auf der Treppe aufstellen. Alle auf der Treppe. Wer Faxen macht disqualifiziert. Wer Waffen aufnimmt disqualifiziert. Wer irgendwas aufnimmt disqualifiziert. Wer irgendwas aufnimmt disqualifiziert. Schramm. Wie Soldaten schritte da alle. Schramm. Schramm. Nice. 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 Okay. Oh. Krasses Skins. Geiles Thema. Oh. Den hätt ich auch gern gehabt. Okay. Machen Intro. Okay. Du bist ready. Ja. Peace Leute. Basket up. Ich bin's Marvin. Ich bin's Kevin. Und neuer Skin Contest. Und zwar Thema Bösewicht Schurke. Wir sind krank gespannt. Wir haben viele Leute am Start auf jeden Fall. Ja. Hier tief in der Nase noch am Stream. Boah der ist auch krass. Daumen hoch für mehr Community Challenges. Wenn ihr auch dabei sein wollt. Checkt den Stream immer ab. Wir streamen jetzt fast täglich. Abends. Yes. Und. Wir starten mit dem groben Überblick erstmal. Erstmal diese. Genau. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich hab schon so. Musik. Skin, den ich gern hätte. Venom. Krasse Muckis. Stabil. So Moment. Beast Mode. Also. Wir haben Joker am Start. Oh. Wer ist er denn Bruder? Sehr wild. Oh. Er ist einfach Bruder. Ach du heilige. Alter. Ach du heilige. Ach du heilige. Boah. Krasser Animation Bro. Jetzt sieht der läppsche aus. Auf jeden Fall. Aber diese Animation Bild. Okay. Aber der ist auch krass. Aber der ist auch krass. Heftig. Hätte ich auch sehr gerne. Bisschen Blink. Alter Bruder. Hätte ich auch gerne. Wenn du gibst auch ein Rohr. Ein Auge Bruder. Digga hab ich ja nie gesehen. Digga man hast du dieses Skim geholt. Ja. Joker auch wieder am Start. Nice. Nice. Okay. Roboter in das Schurken Ding. Oh wow. Auch wild. Auch wild. Oh. Sehr sehr wild. Vampir Modus. Ja man. Auch noch nie gesehen. Danke. Er sieht aus wie du in rot. Ja man. Wir sind ziemlich ähnlich. Oh. Star Wars. Darth Vader Bruder. Deadpool. In lila. Auch wild. Krass. Wo heißt der nochmal? Ich würde sagen weil wir so viele sind. Wer uns gar nicht gefällt wird sofort raus. Genau. Genau. Hase bisschen zu lieb. Zu lieb oder? Bisschen. Aber wir gucken kurz mal weiter. Okay. Aber er hat halt schon so Jason Vibes. Ja. Aber bisschen zu soft finde ich. Okay. So Vogelscheuche krass. Weißt du? Er ist ein bisschen Roboter. Ja. Auch bisschen soft. Bisschen sanft. Bisschen sanft. Oh. Er ist sehr sehr gruselig. Bruder. So. Also. Hat die Tennessee gekillt. Oder. Auf dem Feld. Noch ein Darth Vader. Star Wars. Einfach Thanos Bruder. Thanos. Einfach Thanos. Oh. Er hat sogar die Faust als Rucksack. Wie witzig. OG Vibe. Er ist äh. Dunkler. Dunkler Ritter Bruder. Ey das ist mein Skin. Das ist dein Skin. Ja Bro. Was gehts? Noch ein Joker. Joker sind schon viele viele. Wer ist er? Auch Joker Bruder. Aber der ist heftiger Joker. Oh. Guck dir den Joker an. Der sieht am bösen. Oh mein Gott. Ist der Joker? Ne. Warte ich muss da drücken. Ne. Ne. Ist eine andere Gestalt. Die Zähne. Welche finden du krasser? Sind die dich zu ähnlich? Ich weiß nicht ob es beide Joker sind. Warte. Warte. Alles gut. Aber auch krass. Roter. Dämon. Ok. Ist kein Joker. Ok. Er ist Pirat Bruder. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Auch creepy. Hier ist wieder ein Auge. Ah. Noch ein zweiter. Ein Auge. Dämon Frau. Ok. Bist du also doch nicht alleine Bro. Blaue. Blaue. Frau. Ok. Interessant. Fantier. Blaue Frau. Alles klar. Wer ist der sanfteste Skin wo du sagst. Alter der schafft dich gar nicht. Sanft fand ich den Hasen. Der Hase war mir zu sanft. Der Hase war mir zu sanft. Das tut mir leid. Danke fürs mitmachen. Er auch. Er ist auch ein bisschen sanft. Soft. Boah. Er ist krass. Er ist heftig. Darth Vader finde ich auch ein bisschen zu soft. Wo war der? Jetzt im Gegensatz zu den anderen oder? Er hier ne? Darth Vader. Star Wars. Wo bist du? Ich meine den schwarzen. Hier. Achso. Oh ja. Star Wars schockt euch jetzt auch nicht. Schockt leider nicht so. Was mit ihm hier? Den anderen auch leider. Sorry Bruder. Dank fürs mitmachen. Bruder. So. Was ist denn? Oh Gott. Ich hab noch gar nicht geguckt, Bruder. Egal. Du meinst doch ihn, oder? Ja, ne. Ich meinst Star Wars. Aber ich fand ihn auch sehr, sehr easy. Er ist auch ein bisschen soft. Ich könnte ihn nicht so ernst nehmen. Wie Hot Wheels irgendwie. Ein bisschen Hot Wheels. Weiß nicht so. Das war ein Auto, aber irgendwie so. Ja. Ne, aber. Aber danke fürs mitmachen, Bruder. So. Danke, Kotze, Bro. Okay. Was mit dem roten? Das ist auch ein bisschen softe Vibe. Ja, der ist auch. Habe ich auch eben gedacht. Komm, komm. Bring's zu Ende, Matze. Du könnt auch immer Spaß haben. Genau. Okay. Okay. Pirat, Bruder. Moment. Was sagst du Pirat? Ach so. Da war auch letztes Mal schon auch so eine Folge, wo wir, wo er mich nicht abgeholt hat. Okay. Ähm. Was ist schon groß? Oder irgendwie so? Was sagst du Piraten? Ich weiß nicht. Da muss man überlegen. Da muss man überlegen. Vielleicht kann er mit Emotes bisschen punkten. Ja. Ich würde sagen, wir machen schon mal einen Spitzhackenkampf. Und zwar gibt's ein Skins zweimal. Also Jokers gab's viel. Alle Jokers bitte einmal nach vorne. Ein Auge. So, willst du erst Jokers? Ja. Okay. 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 Erstmal Analyse. Genau. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. So, Bergteil. Okay, diesen Joker Rucksack. Er hat die Tasche. Ist jetzt nicht passend. Okay, der hat die nice Hacke. Zeig mal Hacke. Ey, der hat meinen Rucksack, den hab ich auch. Guck mal. Oh, nice. Goldener Joker. Okay. Okay, er muss raus. Ist jetzt nicht passend. Das ist der John Wick Rucksack. Nein, nein, nein. Okay, die haben wenigstens gematcht alles. Von den beiden, wen findest du gruseliger oder böser? Einmal nebeneinander stellen, bitte. Einmal nebeneinander stellen, bitte. Einmal nebeneinander stellen, bitte. Einmal nebeneinander stellen, bitte. Jokers. Beide gleich Spitzhacke. Okay. 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 Emotes. Der hat noch einen ganzen Anzug an, so rein auf. Ich bin viel zu gruseliger. Ja, das ist eigentlich nicht optisch, dass der noch ein Anzug an der anderen ist. Ist halt vielleicht vollständiger, ne? Aber es ist ein gruseliger. Das ist die Sache. Ich würde sagen, ein Mods. Ihr könnt. Warte, wie viele Mods haben wir hier? Ein Bodyguard, ein Bodyguard. Ein Bodyguard, du das entscheiden. Töte den, wo du sagst, der ist weniger gruselig. Jetzt entscheiden. Wer der weniger gruselig ist, kannst du töten. Okay. Ja, das mit Anzug. Okay. Alles klar. Das soll in der Reihe. So. Wir haben noch zwei gleiche Skins. Welche Welche? Und zwar die mit den Eier. Ein Auge. Ein Auge. Auch mal vorne. Die Mitte. Genau. Beide die Mitte. Hier könnten wir ein klassisches Spitzhacken-Duell machen. Aber erst mal Analyse. Warte. Einmal stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. Was sah schon brutal aus? Spitzhacken. Rückenteil. Rückenteil. Sehr aggressiv. Rückenteil ist leider... Okay. Spitzhacken. Bei beiden jetzt nicht wild. Okay. Emotes. Emotes. Das Wild. Speichel kommt hier raus, Alter. Kommt hier raus. Kommt hier raus. Gis. Oh, er hat den auch. Kommt der Gis. Der dritten und der andere. Der hat so... Weiß nicht. Ein bisschen so auf Bling Bling. Aber seine Hacken sind besser. Die Hacken sind auch krass. Passt zu dem Skin. So, ich hack dich weg. Ja. Boah. Schwer. Boah. Schwer. Wär zu 52. Vielen Dank, Bruder. Danke für deinen Support, Bro. Boah. Ich weiß nicht, Bruder. Sagst du Spitzhacken-Duell oder dass es schwierig ist? Ich glaube. Warte. Zeig nochmal Hacken. Nochmal Spitzhacken. Ich muss seine Nummer angucken. Also eigentlich ist lustigerweise seine Spitzhacken so wie sein Rucksack. Ja. Also eigentlich gehen wir aus. Ja, sag ich ja. Das heißt, ein Entfernen müssen wir echt einen Spitzhacken machen. Ja, ihr müsst hacken, ihr müsst hacken, Bro. Aber jetzt soll ich. Erst auf Position. Einer hier. Genau. Einer hier. Der andere hier an die Säule. Genau. Hier an die Säule einer. Komm her. Hier hin. Da hin. Gegenüber. Auf drei geht's los. Dann hackt ihr euch. Eins, zwei, drei. Bis zum Tod hacken. Let's go. Let's go. Es gibt nur einen Glückshauge. Let's go Champ. Viel Glück. Groß Neues und viel Glück. Groß Neues. Oh, okay. Einer ist down. Danke fürs mitmachen. Der andere in die Reihe. So, okay. Wie sieht's aus mit Zone. Sieht gut aus. Okay, wir müssen jetzt. Es sind noch viele Leute da, Bruder. Was mit ihm hier war? Wo kommt er denn her? Kannst du dich verwandeln, Bruder? Hat der sich verwandelt? Der sieht so Star Wars aus, ne? Ein bisschen zu soft aus. Ein bisschen zu soft, Bro. Danke fürs mitmachen. Danke trotzdem fürs mitmachen. Danke trotzdem fürs mitmachen. Venom heftig. Er, Bruder? Konntest du dich verwandeln? Bruder, hat der sich jetzt hundertmal verwandelt? Irgendeiner konnte sich auch verwandeln. Ey, lol. Hier ist einfach noch ein Joke. Ah, ne, ne. Das war ja der, der. Was mit ihm hier, Bruder? Oh. Das sieht irgendwie gar nicht groß aus. Bisschen Bobby, ne? Oh. Konnte er sich verwandeln? War er das? Ah, ne. Der war das. Der war das. Okay, okay, okay. Das schockt mich leider nicht so. Leider einmal rasieren. Danke fürs mitmachen. Danke, Satzung. Okay, okay, okay. Okay. Die anderen sehen alle krass aus. Ganz ehrlich, was ist mit ihm? Ja, ist ein bisschen zu... Ah, okay. Schon psychisch. Also abgemagert. Man hat nicht so... Man hat nicht so hardcore Respekt. Joseficht muss direkt knallen, so. Weißt du? Oh, wow. Okay, aber danke fürs mitmachen, Bruder. Danke fürs fürs mitmachen, Bro. Okay. Jetzt so langsam wird es echt schwer. Das ist mir ein bisschen zufriedlich. Weißt du? Ich hab da so OG-Vibes, aber nicht gruselig. Nicht so böse. So hart. So sympathisch noch. Zu sympathisch. Muss hart sein, Leute. Zu sympathisch. Der Kollege Jack Sparrow hier. Auch ein bisschen zu sympathisch. Leider auch nicht weiter. Die Frauen? Ich glaube auch zu sympathisch, oder? Auch so... So nettes Vampir-Kostüm auf Halloween-Vibes. Ja, auf Halloween-Vibes. Auf Halloween-Vibes. Okay. Einfach... Nice. Wir müssen mitmachen. Okay. Wir kommen in dem Ziel näher. Wir sind nicht mehr viele. Was ist mit deinem Skin? Finde ich jetzt auch nicht so. Oh. Ich muss sagen, ich hab ihn ja auch einfach nur so, weil das der gruseligste war. Was heißt ich, dass ich den krass finde, ne? Ich muss sagen, ich finde mich jetzt selber nicht gruselig. Ich sag mal, im Gegensatz zu dem hier zum Beispiel, weißt du? Der zu lieb. Genau. Also, er ist fresh. Du bist auch auf der OG-Zeit. Das gefällt mir. Aber... Der Chef wartet jetzt nicht so. Okay. Er dann auch, ne? Der Rote eigentlich. Ja. Eigentlich auch das gleiche. Okay. Leider... So. Alle zusammenrücken. Alle zusammenrücken. Okay. Es sieht schon sehr böse aus. Es sieht schon sehr böse aus. Okay. 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 Nice. Was ist mit ihm? Kannst du dich nochmal verwandeln, oder? Die Verwandlung ist krass. Die Animation. Aber dann sieht er zu lieb aus darunter. Dann sieht er wieder lieb aus. Die Frage ist, können wir darüber hin wechseln? Aber ich glaube, so ein Venom sieht durchgehend krass aus, ne? Ja, deswegen. Wenn wir jetzt die Karten... Venom kann ich auch verwandeln. Venom, verwandel dich mal. Boah, Alter. Ja, Mann, das ist schon... Ich glaube, diese Performance war das aus für ihn. Okay. Geile Animation, aber danke fürs mitmachen. Aber, hör mal. So. So, 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 so. Okay. Okay. Venom. So. Boah, jetzt wird es echt schwierig. Jetzt wird es sehr schwer. Sehr schwer. Boah. Hm. Jetzt wird es schwierig, Freunde. Boah, jeder hat sowas für sich, ne? Okay. Guck mal hier. Warte, warte. Bleibt alles stehen? Bleibt alles stehen? Wir müssen Rückenteil jetzt alles beurteilen. Ja. Okay. Bei den Joker Skins, die kann man noch abgleichen. Okay. Guck mal, wenn du den anguckst, irgendwie ist der so ein bisschen nett, ne? Ja, im Gegensatz zu den anderen. So sanft irgendwie, ne? Ja, ja, ja. Okay, alle aufrücken, alle aufrücken, alle aufrücken. Mal was mitmachen. Alle aufrücken. So. Okay, bleiben alle normal stehen, normal stehen bleiben. Nicht emoten, nicht emoten. Okay, hat Eisenschlange. Bro, nicht emoten, sonst... Sonst... Masra so, Bruder. Okay. Hacke. Moment. Oh, Fledermaus, Hacke. Nice. Oh, ich sehe den gleichen Anzug. Du fällst das auf. Oh, ich sehe den gleichen Anzug. Stimmt. Wer ist heftiger? Okay, der sieht menschlicher aus wie ein Vampir und er sieht einfach wie ein Creep aus. Ja, Mann. Richtig creepy. Oh, der Rucksack. Dreh dich mal. Genau. Beide mal drehen. Dreh dich mal. Dreh dich mal. Dreh dich mal. Ah, ja. Okay. War auch sehr creepy. Auch creepy. Boah. Seine Hacke gefällt mir, dass sie so schwarz leuchtet, weißt du. Das ist nice. Auch sehr krass. Ja, beide, beide Builds. Boah. Beide ist schon eigentlich stark, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schwierig, Mann. Was mit ihm? Ist der zu Neon? Irgendwie. Zeig mal deine Emotes zu Party mäßig so, ne? So, du auf der Silvesterparty knallt das aber jetzt als Creep? Schwierig, ne? Er muss Emotes rausknallen. Emotes? Okay. Schwitze. What the hell? Oh, der snipet jemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da oben. Bodyguards. Sofort dahin. Sofort, sofort. Alle, alle in Bewegung bleiben, damit wir nicht gesnipet werden. Oh mein Gott, Bruder. Digga, wie ist das? Ist das jetzt schon wieder, ja. Sofort Bannmods. Ja, der macht einen Abgang. Miese Hits, Miese Hits. Boah, weiße Leben, weiße Leben. Uff, uff. Er weint, Bruder. Ist raus. Jason, Prank Bro, ja? Bitte bannen. Nein, noch Prank Bro, nennst du dich? Du bist doch kein Fell, ne? Bro, bitte bannen. Ich bin einfach nur ein Troll. Der nervt. Von allen Community Challenges. Du bist echt live für Venom. Ja, Mann. War das Venom? Ja, Mann. Ärgerlich. Wie? Okay, alle in die Zone. Erstmal alle in die Zone. Let's go. Schade, Mann. Bruder, wo kam der aus der letzten Ecke auf einmal, ja? Alle in die Zone? Hey, wer ist das? Die Zone ist richtig weit. Mann. Jemand hat den Code gegeben. Unsere Freunde schon gebannt, Bruder, ja. Boah. Ist immer mies, Bruder. Man muss echt mies aussortieren, irgendwie, Leute. Ganz möglich ist nie, einer kann seinem Bruder sein Ding geben oder weißt du? Ja, schade. Manche wollen halt keine Wewax gewinnen, wollen halt voll, ne? Ja. Ja, da ist ein Riss. Könnt ihr packen, wenn ihr es schafft. Oh, ein 70er als Buddygut. Das hat noch mal gut rasiert eigentlich gerade. Nein, Mann. Miese Hits gedrückt. Ja, Venom wurde leider getötet. Wer war das? War das einer von Mitgliedern? Das war ich jetzt nicht, aber der war auf jeden Fall nice. Wir können am Ende nochmal vergleichen, ob der jetzt krasser als Venom war. Ja. Jetzt gucken wir nochmal die Wiederholung. Okay, okay, okay. Wir sind's. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Leute, Bruder. Okay. Wer ist der, was mit dem Neon? Wir waren gerade am überlegen, ob er zu friedlich noch ist. Genau. Hau ein paar E-Motes raus. Neon, Bro. Im Gegensatz zu den anderen, weißt du? Ja, fand ich aber auch leider. Ja, obwohl der Skin krass ist. Der ist schon krass. Genau, aber zu so Party-mäßig, weißt du? Ja. Okay. Wir müssen halt auch sortieren. Ja. Sorry, Bro. Danke fürs mitmachen. Danke trotzdem fürs mitmachen. Okay. Vier Finalisten, Bruder. Also hier sieht schon düster aus. Guck, wenn du hier so hinguckst. Und dann zu diesem Neon-Ding da eben. Das war halt nichts. Okay. Aber ich finde den hier, den richtig creepy eigentlich. Ja. Der Joker, guck wie der lacht. Schaut krass creepy aus, ne? Der, ne? Den fand ich auch am Anfang richtig krass. Einfach so ein Statement direkt. Ja, ist auch wie Joker, aber nochmal so eine andere Art. Wenn ich die beiden vergleiche, finde ich den Vampir ein bisschen sanft. Ja. Oder? Bisschen zu menschlich. Im Gegensatz zu ihm hoch. Ja, ist natürlich auch krass. Aber guck dir den anderen. Er ist so richtig creepy creepy. Sein Kopf. Ja, oder hier. Ja. Okay. What the hell? Okay, was sagst du? Vampir weg. Vampir weg. Und sehr sanft. Dann haben wir noch drei, ne? Okay, komm. Danke trotzdem fürs mitmachen, Bro. Okay, Zone, Zone, Zone. Schnell. Die Wahrnung. Oh, shit. Oh, shit. Bisschen Parcours. Oh, shit. Oh, shit. Okay, im Schwimm rein. Ja. Wir können einmal die Ziplein nehmen. Und dann aufrein einmal. Eier Venom müssen wir noch gleich in Betracht ziehen, auf jeden Fall. Okay, ihr müsst alle Emotes jetzt raushauen, die ihr habt. Ein bisschen auseinander gehen alle. Ein bisschen auseinander. Und dann ein paar Emotes raushauen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ihr müsst doch gucken, ne? Oh, shit. Krass im Auto. Oh, oh, alter. Es ist Favorit, auf jeden Fall. Okay, du haben am Körbis hier im Start, alter. Okay, finsteres Lachen Boah, auch Sehr ziehschul Okay, Zone, Zone, Zone Oh mein Gott, Alter Geh Pennin, gute Nacht, geiler Stream Schlaf schön, Bruder, Schlaf schön Ben mit 250, war der Vampire Stimmt, Ben Hast du auch dabei? Ja, danke fürs mitmachen, Bruder Aber nice, dass du das mitgemacht hast Ich war Venom, JoCast war Venom Genau, wir gucken dann nochmal Wiederholung Schade, dass der Bruder kam irgendein Sniper aus der Ecke Ja, Moment Bro, macht dir Auge einfach So, okay, haut alle E-Mauts raus, die ihr habt Müssen wir noch nicht ganz genau analysieren Warte, Schwert, Bruder, er hat Schwert einfach Er hat ein Schwert, hä? Hä, hat der jetzt gerade geändert? Hat der jetzt eben zwei, Digga? Ja Okay, wer ist böser, Bruder? Wer ist böser? Von wem her zu Angst? Am meisten Irgendwie langsam sieht der ein bisschen sanft aus, ne? Findest du? Guck dir mal die an, wie düster die aussehen Wobei, ist auch schwierig, ähm Weil er läuft halt ein bisschen, ist das jetzt Das ist echt schwer Ich finde ihn halt sehr creepy Ich finde ihn schon sehr creepy Boah, das ist sehr schwer Jeder hat seinen Stil, ne? Das ist komplett schwer Oh, Zone Komm, komm, komm Komm, Zone Ein letztes Mal Ben mit 2,50, vielen Dank Können wir danach Trio Danach machen wir nochmal einen Krampf-Squat oder so Ja, Mann Auf Krampf, ja Moment, Werze und Ben, Alter Werze und Ben, Ehring Ja Wir hatten auch fast ein epischen mit Ben geholt, oder? Hatten wir ein epischen geholt? Boah, ich glaube fast Fast, oder? Nee, haben wir sogar, haben wir sogar Haben wir sogar? Oh, wir haben rasiert Schade, dass wir keinen 5 machen, keinen Köppen Das ist echt schwer für mich, ne? Ich kann gar nicht Gleich Trio mit Ich kann gar nicht sagen, gerade, Bruder Okay, bleibt alles stehen, bleibt normal stehen Oh, Zone, Zone, Zone Oh mein Gott Vielleicht regelt die Zone, dass wir das entscheiden Oh mein Gott Ja, pass auf, pass auf Auch Meli ist da Wir können ja gleich abstimmen mit dem Mod Wir müssen nochmal an die Hacken auch gucken Ja Alles, Bruder Seine Hacke gefällt mir leider nicht Seine auch nicht so krass Komm, komm sofort hoch Okay, hier ist Zone, hier ist Zone, also, also, also Von den Hacken finde ich ihn am besten Und vom Rückenteil Was ist er mein Ferry? Oh ja, aber guck mal, ein Fledermosnack Alter, das ist schon krass Und dann noch hier so Tennis ist schon sehr creepy, ey Er hat so ein Brecheisen, so, ja okay Und der andere hat so ein komisches Schwert Hier, weißt du? Ja, Brecheisen, okay Er überzeugt jetzt nicht so damit Irgendwie So haben wir Ich glaub der Roboter muss weggehen, ne? Welcher Roboter? Also hier, das Monster Genau Abgebaut Star Wars bisschen, ne? Danke fürs mitmachen Danke, Bro Okay, es entscheidet sich zwischen diesen zwei Brüdern hier Soll er sagen, Märzler gewinnt? Zone, Zone, Zone Nein, hier rein Ein Sport Was sagst du eher? Banane, geh zu dem, den du besser findest Wer ist dein Gewinner? Banane Dann entscheiden wir uns auch nochmal Einen kleinen Einfluss zu haben Banane, du gehst jetzt zum Gewinner Den du als Gewinner sehen willst Geh neben ihn Okay, Kelvin Banane für der Day Was sagst du? Ich muss sagen, langfristig ich auch Ich sag ihn sogar Okay, dann zwei gegen eins Okay, dann habt ihr zwei Oder die hacken sich nochmal Nein, nein, nein Das ist ein bisschen ehrenlos Weil die eigentlich schlecht sind Nein, nein, nein Okay Ich für ihn, ihr zwei für ihn Okay Ja, war das schon echt creepy Alles klar, dann würde ich sagen Der böse, böse, böse Joke hat gewonnen, Bruder Aber du bist auch krass gewesen Ja Auch heftig, Bro Okay Let's go Let's go Let's go Epischer Sieg, Leute Let's go Let's go Äh Alter, wir haben den Rekord Wir spielen sieben Stunden Lava Das ist Rekord Leute Leute, alle die dabei sind Jubiläer den Rekord Wir haben alle, die dabei sind Daumen hoch für euch, Alter Wir hatten nur mal 6 Stunden 55 und jetzt sieben Stunden Ein fetter Stream Ja Wir machen mal eine Krampfrunde gleich Eine Krampfrunde Heute wird's heftig Mit Alvin Alvin wollte auch noch zocken, ne? Ja, Mann Ach, konnte den Namen nicht sehen Heute müssen wir alle abfrüchten Heute müssen wir für jeden hinhalten Ist für heute Aber er wird auch heftig supported, deswegen, Leute Aber es macht auch Bock Deswegen Wir müssen, wir müssen Bis 5 Fuß gehen konnte Hier geht's nicht weiter Booster Oha, wir haben Verbindung Boah, dieser Skin Ich kann ihn nicht sehen, Bruder Ist das Ohja Ist der Tomatenkopf Digga, OG-Zeit Da hatten wir ihn auch, glaube ich 1-2 Mal, oder war das auch schon durch? Ja, Bruder, warum haben wir den geholt, Alter? Was zur Hölle? Ging uns dadurch Ich frage mich aus Was war da los mit uns, ey? Was zur Hölle war da los? Was haben wir da getan? Ja, Mann, Ben Easy Wir machen den Squad Ist aktiv Einmal mit Werzu Ist Werzu noch am Start Ben und Alvin auf jeden Fall Werzu, Ben, Alvin Sollen wir mit jeweils jedem Trio machen Oder mit zwei Oder ich würde sagen Mit Werzu und Ben Squad Und danach mit Alvin Trio Ganz knackig Perfekt Warte, warte, warte Ich mach erstmal den Gewinner fit Hatten wir den Namen? Hatten wir den Namen? Ähh Motz Hat der aufgepasst? 7 Stunden Stream 20 Minuten Konnte nicht sehen, okay Muss ich eh nochmal gucken Okay, wir gucken Wiederholung Uff, uff, uff Auf jeden Fall Danke an Alvis Mitmachen Danke an Alvis Mitmachen Schickt ihr schonmal den Code In der Zeit? Mehr zu, ich bin Adi Danke für 2,50 Easy Easy Bro So, gucken nochmal in die Wiederholung Für den Gewinner rein Achso, Venom, Bruder Wir müssen ihn jetzt nochmal vergleichen Mit Venom kurz Voll vergessen Er wurde einfach gesniped Er kann nichts dafür Er wurde einfach weggesniped Wollte man eigentlich wissen, wer das war? Ja, dann sehen wir seinen Account, ne? Von Venom Stimmt Wir gucken, wir vergleichen jetzt nochmal Ja, Mann Wir machen fair play Vergleich kommt jetzt Ey, wann wurde der? Gesniped, Bruder Danke für deine Schweizer Frankenbro Haben wir übersehen Kann ich auch mitzocken, war gerade Bodyguard Jetzt gerade haben wir das Albin und den anderen Jungs versprochen Danach sind wir echt zu müde, aber das machen wir auf jeden Fall bei den anderen Wir sind ja morgen vielleicht wieder live Ja, Mann Eigentlich ist es täglich auch für Samstag Genau Wird ganz wild Genau Ich weiß, wie lange wir dann morgen pennen Ok, Venom Verglichen zum Guck dir an, guckst du meinen Stream grad? Ja, ich guck dir an Backtile Flügel Flügel Hacke Stabil Passende Hacke, glaube ich Mhm Das ist nämlich clean und simpel gehalten Genau Aber gegen den Krass Ist halt ein Statement, so ein Venom Gegen ihn Jesse Prankful Schon mal Sympathiename auf jeden Fall Hä? Jason Prankful, Jesse Prankful Warte Sympathisch Ach, das war der Sniper, ne? Bruder, der war wie der da wartet in der Ecke Guck mal wie der da wartet in der kleine Ratte Kleine Ratte Kann man erzählen Dann heißt der doch Prank Wie hieß der? Wie hieß der? Prankbro Digga, nenn deinen Namen oben Was für ein Prankbro, Digga Keine Chance Tollbro, kannst du dich nennen Und was sagst du? Dieses Lachen ist schon eklig, Bruder Du hast schon diese Bösewicht Bösewicht Total Guck nochmal Venoms Face Das ist auch krass Ja, die gehören safe zusammen Warte mal ganz kurz Boah Was? Denkst du, der, der gewonnen hat, gehört zu dem einen? Joooo Gehören die zusammen? Hat der den extra gesnipet wegen Auge? Der Auge gemacht? Alter Guck mal, Jesse Prankful, Jason Prankful Die Eisen genau gleich Alter Oh shit Und das ist doch jetzt echt Schicksal Oh shit Dass wir jetzt noch den Venom kontrollieren wollten Oh shit Aber wie kriegen wir jetzt? Ist der Venom noch online? Oh shit Vielleicht gucken wir auf den Stream Leute Wir lassen keine Verräter gewinnen Der hat alles manipuliert Und die wollten das Rennen machen Weil die wussten, wenn er das kann Leute, warum haben die das Spiel manipuliert? Kennt den ich schwöre Punisher Bist du Wer ist Punisher? Wie Aber wir sollen jetzt wissen, dass er das ist Oh Ah hier, Venom ist da Yo Caspar Guck mal kurz, wie der heißt Wer Wie der Venom heißt Weil der Venom heißt hier Yo Caspar Wer ist er da? Äh, Caspar Ah, der ist hier wirklich Der ist hier im Chat bei uns Der ist sogar Mitglied Punisher ist Jesse Er meint, er schwöre, ich kenne ihn nicht Boah Schwierig Das ist schon komisch Aber okay, dann entscheiden wir jetzt objektiv Ja objektiv Objektiv Jetzt so, wenn du hier beide siehst Also Venom ist im Chat Schwer, Bruder Seine Hacke hat mir leider nicht so gefallen Sollen wir sogar eine Umfrage machen Manche Sachen sind so schwierig zu entscheiden Das ist echt schwer, Bruder Die Community mal entscheiden lassen Weil jeder ist ein Statement, muss ich sagen Ja Das sind beide Statements Ja Ich würde sagen, wir lassen die Community entscheiden Leute, ihr müsst einmal Eine dicke Umfrage hier Einmal eine Umfrage starten Ja man Ja Also Venom Äh ne Ist das Joker Ist das Joker Genau Joker nennen wir ihn einfach Oder was ist das Joker oder Ja Venom Weiß ja jeder was gemeint ist Leute, wer für euch Ist heftiger Ist bösewichtig Bösewichtig Und der Gewinner bekommt Wer für euch ist mehr Bösewicht Genau Wer ist der heftigere Bösewicht Ja Joker Oder Venom Oh 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 Das ist ziemlich eindeutig Oh 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 Venom macht das Ding hier ne Er ist Der Sieger der Herzen Der Joker Ehre noch Jetzt weiß ich ob die zusammengearbeitet haben Das wissen wir nicht Leute Das wissen wir nicht Aber dadurch dass Venom gewonnen hat Hat man jetzt auch das Risiko rausgenommen Dass die vielleicht zusammen gehörten Und wir haben sie ja die Community entscheiden lassen Ja Damit jetzt auch keine Beeinflussung von uns da im Spiel ist Genau Er war ja noch drin im Spiel Er wurde leider weg gesniped Deswegen Chelsea Gute Gute Nacht dir Bruder Gute Nacht Bro Schlaf schön Gute Nacht Okay Damit hat sogar 70% Venom Venom Glückwunsch Zu 1000 V-Bucks Bro Herzlichen Glückwunsch Bruder Crazy Wo hast du das Ding gerockt? War ja noch ein Blood-Twist Wir hatten fast Venom noch vergessen Aber Kasper Ich ete dich kurz Du kriegst den Code auf jeden Fall Oder ne Bist du im Discord? Wie ist dein Discord? Jaja Im Discord schicke ich dir direkt zu Den Code Und danke an alle fürs mitmachen auf jeden Fall Ja man Danke an alle Och Trotz der ganzen Kopfschmerzen hier Ja Aber wir haben es doch hinbekommen am Ende So Ich ete dich kurz Genau Kriegst du Code of Neck? Ja man Bruder Wie gebe ich seinen Namen jetzt ein? Wenn ich jetzt beim Handy bin, kann ich im... bin ich dann in der Stage? Perfekt Perfekt Okay perfekt, nice Ist mir geschickt Okay, mit Handys viel entspannter. So, Code ist raus, viel Spaß mit den W-Bucks und Glückwunsch, stabiler Skin, Bro. Boah, Venom-Skin hätte ich auch gerne, ich glaube der ist auch dick selten, oder? Easy peasy cheesy. So, jetzt noch mal ein paar Krampfrunden. Äh, Kelbe? So ist das jetzt beendet, Klaus. Du hast doch gerade richtig Hunger einfach. Ja, Punisher grüßte Cap hat er geblufft. Also die waren, ich schwöre ich kenne diesen Jason, Punisher. Dich müssen mit dem Auge ballen. Und? Zweifelst du dran? Ich weiß, ich weiß nicht. Aber Venom war ja durch die Abstimmung eh eindeutig. Ja, ja, also es ist verentschieden auch, dass wir nicht beeinflusst wurden. Genau. Der wurde halt weggesnappt, ne? Leider. Ben! Komm rein, Bro. Danke dir für 6 Euro. Komm, Ben. Wir machen Welle. Ist Werzu noch da? Eigentlich muss schon im Bett sein, Bruder, aber... Wir wollten ja jetzt einen Squad machen mit Ben und Werzu. Und danach mit Albin. Genau. Albin, wilder Skin. Aber hat irgendwie so Pro-Skin-Vibes den Skin, der Albin gerade hat? Ja, warte. Wir machen erstmal hier... Werzu war... H-D-D-D-Din. Ja, man CZ. Wir sehen uns morgen, alter Frische. Stark, Mann. Komm rein, komm rein, komm rein. An dir eine gute Nacht. Hä? Kann keiner in meine Lobby, oder was? Ah ja, er war, glaub ich, Werzu. Und Calvin. Ja, einmal in die Lobby, bitte. Na klar doch. Ich hab ihn fehlgeschlagen. Was geht doch? Warte jetzt. Einmal jetzt. Warte. Warte. Ich lade dich an. Ah, okay. Ich lade euch ein. Okay, kommt rein, kommt rein. Nice. So, wir machen jetzt mit den Ehren-Supportern eine Runde. Rennen. Und danach mit Albin Trio rasieren. Oder auch Squad. Okay, Werzu, das ist Werzu. Trio aufentspannend. Oder mit Basti noch, komm, 2,50 hier. Kann ich auch noch eine Runde mitzocken. Auf drauf oder easy. Machen wir mal aufentspannenden Rekordstream. Ist ja schon ein Rekord. Ja, Mann. Komm. Und ihr alle seid im Jubiläum dabei. Das ist Werzu, ne? Ich glaub, das ist Werzu. Werzu ist jetzt hier, der am Start ist? Genau. Ah, okay. Komm. Ich lade dich mal. Das ist ein krasser Supporter. Let's go, Mann. Der Skin ist so geil, Malfi. Ja, Mann. John Wick, Beste. Bester Mann. Nein, ich auch schnell mal den John. Bester Mann, Bruder. Werzu können wir reden? Äh, achso, Sprachchat. Moment, Moment, Moment. Kann ich das noch? Ah, komm. Machen wir mal aufreden. Achso, müssen wir mal aktivieren, ne? Habe ich gerade aktiviert. Versuchen. Warte ich mal kurz abbrechen. Mhm. Ähm. Warum ist nicht an jetzt? Genau, mach nochmal an. Achso, ich mach an. Moment, zack. Einstellungen. Ton. Sprachchat alle. Sprachchat alle. Zack. Und dann war das noch. Sprachchat Methode, ne? Nee. Ausgabegerät Sprachchat. Irgendwas war noch? Sprachchat Methode. Offenes Mikrofon. Ah, ja. Perfekt. Anwenden. Zack. Das war's. Hux. Jojojo. 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 Piste oder was geht ab? Könnt ihr reden? Gute Nacht Kaspar. Gute Nacht Kaspar. Muss schon was machen? Muss die Runde rein, ist automatisch an. Okay. Okay, alle bereit? In der Runde müsst ihr an sein. Laut Albin, Bro, ich vertraue dir jetzt einfach. Oh mein Gott, Bro. Einfach 3 Uhr 30, Alter. Crazy, crazy, crazy. Und heute noch hart trainiert. Ja, man hat heute noch trainiert und alles. Oh, Slissi. Guten Tag. Fünf Schweizer Franken. Danke dir, Bruder. Okay, dann kannst du mir auf Discord antworten wegen ganzen Gymfragen. Heiße Discord. Gazi auf jeden Fall. Erstmal danke für deine fünf Schweizer Franken, Bro. Danke für deinen Support. Und schreib mal besser auf Instagram. Da sehe ich das mehr. Sag einfach, wie du da heißt. Oder schreib einfach. Sag doch deinen Namen und dann check ich's ab. Und dann kann ich dir auf jeden Fall bei deinen Gymfragen weiterhelfen. Wärtsum, mach mal bereit. Im Spiel können wir reden. Was hast du denn noch für einen Atomrucksack? Achso, ich habe noch diesen komischen Rucksack da. Oh shit. Oh shit. Die Ninja-Totalshacke war nice. Anze. Ja. Ben mit 2,50. Vielen Dank, Bruder. Ben, danke für deinen Support, Bro. So, Gruppenchat. Gruppenkanal A. Ich glaube, im Spiel müssten wir reden können. Ihr müsst Gruppenkanal rein. Wie denn? Ach hier. Gruppenkanal beitreten. Kanal ist verfügbar. Ja. Gehen wir oben auf deinen Namen. Mhm. Das geht gar nicht. Ah. Das geht nicht. Das geht, das geht. Oh. Gehen wir auf deinen Kopf, okay? Ja, bin ich. Marvin ist einfach jetzt hier drin, endlich. Auf Mikrofon. Ja. Ja. Und dann Gruppenkanal beitreten. Ah. Ich mache noch eine Sekunde, ja. Scheiße. Ah, ich höre ich. Yes sir. Ach so, ich gehe mal in Discord raus und sage ich doppelt. Genau. Gehen wir raus. Es geht, Jungs. Es geht. Ja. Miese Squad nochmal. Na klar. Ich habe mein Discord anzumelden, aber es stand da, dass ich schon angemeldet bin. Aber irgendwie ging das nicht. Ach so. Ja. Boah, so wie er voll Discord ist. Richtig, richtig. Ey, dieser Albin euer Mod. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, er hat mich gebannt. Ich wollte sagen, ich habe in diesen Casting Games Solo nicht geteamt. Ich hoffe, er hört das. Das war ein Bot. Ich habe Clips, ich habe alles, ich habe Beweise. Aber es ist nicht mehr so schlimm, aber es ist halt ein bisschen traurig. Wo wurdest du gebannt? Ich bin jetzt nicht mehr auf Server. Wo wurdest du gebannt? Auf Server wurde ich gebannt, ich kann nicht mehr rein. Äh, welches Server? Auf Discord meinst du? Ja, Discord Server. Ach so, so, so. Okay. Albin, was ist da los? Ich habe nicht gebannt, ich habe Clips und so auch. Hast du Clips am Start? Ja, habe ich. Okay. Kannst du mit Albin schreiben? Kannst du ihm die schicken? Ja, ich habe ein Discord mit ihm geschrieben, aber er antwortet mir nicht. Vielleicht gab es ein Missverständnis. Ich schicke ihm die Clips auf jeden Fall. Abklären. Dann Albin, check nochmal ab, ob der wirklich... Äh... Genau. Albin weiß bescheinlich. Er soll schicken, hat er geschrieben. Und dann... Okay. Oh, unser Teammate ist einfach ausgesprungen schon. Hä? Was geht ab? Hä? Wer ist abgeschammt? Nicht. Warum sagst du nichts, Bro? Ey. Ich hab doch. Okay, okay, okay. Okay. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir kommen einfach rein. Das ist ein bisschen schwer, aber... Ja, komm, schaffen wir. Wir holen jetzt noch diesen Lockeranguin. Halt's bedeckt, halt's bedeckt. Nico mit fünf Schweizer Franken. Fetten Dank, und dann sofort gute Nacht, Jungs. Fetten dann sofort, Bro. So wie ihr seid und schön weitermachen. Fetten Dank, Bruder. Und schön... Auf jeden Fall weiter, Bro. Morgen sind wieder am Start. Schlafen gehen. Ich hab extra Nacht durchgemacht. Bruder, wie bist du überhaupt so lange wach, Alter? Mit elf ist crazy. Du bist so lange wach. Hast du ja reden, ne? Ich frag mich, woher er so viel Geld hat. Er hat mehr Geld als ich. Meister 22091971. Warum hast du so viel Geld? Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, Bruder. Ich hab deinen Kunden direkt. Er hat dich bedeckt. Wer zu wie alt bist du? Ich bin 15. Ah, okay, okay. Alles klar. Auch Ferien, oder was? Ja. Oh, okay. Garth ist jetzt schon liebe Ferien. Ja, natürlich. Hab einen, hab einen. Ich bin am Start, bin am Start. Stark, Bro. Das ist ein Geschenk. Hier ist noch einer, noch einer. Ich komm. Irgendwo hier. Ah, nee, das ist nur der Boss, das ist nur der Boss. Okay. Einfach Print, bloß Kindheit. Jetzt spielen mit ihm einfach Fortnite. Auf Chilli. 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 Damals Butterflips Video und so. Butterflips immer geguckt. Boah, krass. OG. Das waren krasse Zeiten. War ja 2017 noch und so, ne? Crazy. Ja, ja. Ich hab auch auf zig. Ich hab's. Jetzt? Wie, Simon? Schatz auf mein Mac. Ein, aber wir sind. Schatz auf mein Mac, ein, aber wir sind aus. Aushilfe. Alles gut. Aber wir sind zwei Mal neu neu. Sehr gut. Ja. Seien mal 2. Die kriegt mir rum. Wollen wir einen Tesor? einer einer schießt hier um eine schießt hier um 2 2 wir holen jetzt morgens und wenn uns eins gehört gibt es die medaille nein ich habe trisor ich habe trisor karte hier da ist noch eine treppe und da muss man runter ich bin ja wo ganz anders ich komme sofort mach die wand kaputt mein Bruder steht gerade wenn er wisst dass ich gerade mit den liebsten können muss jeden alle liebste Städte er wird auslassen meine Schwestern kann sich er haben die ganzen Tutorials geguckt weil die waren ja in dem Alter da waren die 14 oder so da haben die euch immer geguckt welches Tutorials meinst du äh die sind mit 99 Chicken Nuggles einer Film das sind doch aber keine Tutorials nein ich meine so äh so Shorts und so und Videos diese Game Master Videos Game Master Videos ist immer Legende äh wo ist das Tresor wo ist das Tresor wir sind ein Tresor ja seid ihr drin äh aber gerade hier musst du ja auch machen ach so hier kann man Waffen verbessern äh ne ach shit ey wer gut mit Sniper ist kann sich gönnen ne ja gönnt euch gönnt euch gönnt euch boah ich wurde vierter Platz Wallflip Tutorial war krass ja man Backflip Tutorial war unser erstes Video auf dem ja man stimmt das ging echt ab den Kanal damals Skin Contest war aber krass ne ich war vierter Platz aber ja du warst zweimal stark ne bei davor auch glaub ich aber das gute Sieg ich war ähm davor hatte ich keine Zeit mehr da muss ich einfach so ein random Skin nehmen mit irgendeiner mit irgendeiner Lackierung die ich schon davor hatte das Ding ist ich war ja Bodyguard bei ähm ersten Skin Contest aber äh ich hab meinen Controller war Akku leer und ich bin dann in der Saison gestorben aber ähm genau schick ihm dann auf Discord äh als schick Alvin dann einfach die Clips wie du meinst ne aber das Ding ist ja nicht versuche das zu schicken dann steht der ganze Zeit äh konnte nicht zugestellt werden und so ich weiß nicht was äh er so macht hat vielleicht hat er mich auch ähm in der Saison Prozent sagen der Start an ein Discord-Account rein er kann alle mich erst mal ein Prozent blocken wenn du das gemacht hast du machst du nicht so solltest was die Dior Cup habe ich voll reingeschissen die Welt zu Platz bist geworden ich glaube ich bin Platz 24 ich hatte drei Kielst ich bin gar nicht mehr reingekommen weil diese Discord hat reingekackt nur erste Solo-Dings war ich dran bei mir als dieser äh Code war mit äh diese mit Ö das mit Ö da konnte dann bei mir gab's kein Ö bei mir gab's Ö ich hab extra noch geguckt auf Playstation ob das geht aber ich weiß nicht eigentlich gibt's auch Playstation Ö ja ich hab geguckt R3 hab ich gedrückt genau R3 ja man irgendwie so war das ich hab ich hab R3 gedrückt wieder stramm ach so wie heißt du auf Discord ähm wer zu ich heiß wer zu eins also einfach wer zu und dann eins ok der Alvin hat dir geschrieben dann klären wir das nochmal ne ok ok ich kümmere mich morgen mal noch im Discord weil jetzt heute ging das nicht mehr ja wichtig für so Community Games und so dann ist das entspannter alles weil das war halt scheiße dass ich separat hätte ich was gewonnen hätte ja wie soll das dann gehen ich hab äh 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 warte ich hab den falschen Namen gesagt ich heiße wer zu 10 ach so wer zu 10 sorry sorry wer zu 10 auf jeden Fall wo sind die alle aber bis jetzt fast gar keine Gegner gesehen das geht's ja ruhig warte da hinten ist ne Medaille warte auf die Tür aber richtig weil da können wir viels checken da vorne da vorne ach so das sind nur die äh was sind die Bots wir können viels checken da ist immer was los eh ok lass mal rüber Gute Nacht Trio Schlafschirm Bro bis morgen so wann streamt ihr so live? mhm meistens so abends ne oder links gleich leer um 23 Uhr immer so Cups ne genau so 3 Uhr Cups und wir gehen meistens so live so gegen 9 oder manchmal andere ok ist mir spannend ok Tanks leer ok wir sind jetzt sowieso hier angekommen oh da hinten sind es gelohnt ah am Feld oder hat da ist immer jemand der ah ja hier auch noch passen auch Street auch Street oh der baut da ganz entspannt ab der weiß noch gar nicht was abgeht naja man da wird jetzt gottlos weggespräht ok das ist ne Lot wie der Naga Headshot Snipe Headshot Snipe auf einem 50 2 2 da ist noch einer da ist noch einer hundert 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 dreihnockt oh da hinten oh da hinten ich sehe oh da hinten oh oh mein Gott ich sehe ich einer noch pass auf pass auf noch einer boah nice 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 ok das kommt hier ist noch irgendwo einer Scherz in Steps gleich auch Bot er kann sein mit der noch aber nein er ist hier er wird ab ich komme runter was soll das jetzt in dem das ist der ist irgendwie hier unter der Boden unter dem Boden ok ok dann haben wir die Bautruz ok da war alleine der Bautruz der Bautruz der Bautruz wurde noch nicht gehört glaube ich und 24 Leute er braucht eine blaue Pump braucht immer eine blaue Pump nein da ist gut ja ich brauche ich brauche ach so ne ne diese andere Pump ich habe mir einen irgendwie weggebracht ich habe nur ein Schnee hier liegt ein das ist immer die medaillen das war medaillen das ist gut eigentlich den ganzen tag am zacken wir noch mal heute angefangen zu streamen verlaub so eigentlich bis früh jetzt mal längst auf streamen ja mal einfach rekord ich war davor auf dem rummel und dann bin ich direkt nach hause gekommen habe die play sie angemacht oder abstehen geguckt bei mir war ich heute richtig toter tag hamburg schlechtes wetter ich wusste nicht was ich machen soll wir haben es geht und das gemacht schon war das hier vor dem achten soll ich bin und dann haben sie es im kräftigen dann ist hier und wenn wir zum starten hier auf dem dach und da das ist das ist ich bin es vor allem es geht Warte, der geht auf den Weg Oh, shit, Marvin? Oh, das war knapp Der hatte drei Medaillen, der hatte drei Medaillen Gib mal eine Abbrücke Brauch jemand einer? Ich hab zwei Kann man die fallen lassen? Also ja, wir kamen mit dem Allmittag Dann ist abschneiden Kann auch noch mal eine, glaubst du? Oder ist das ein? ist jetzt noch stark unterwegs wenn name war diese krone ist medaille nein das ist links und sie ist krone musik holt hast du kannst sehen ob du medaille hast wenn du mit angest ich weiß nicht werden wie du er belegt hast mit den tasten dann steht da unter den ressourcen da steht am medaillon ja auch keine da hausse ich habe schaden bekommen der hat ist schon wild da ja man will sich immer haben ja das ist schon wild pro equipment nein der rift hat sich genau vor mir geschlossen was ist das ich wollte doch nur ein rocket racing holt es kommen wir uns gehen aber es ist genau so lange nicht okay ich habe genau das nur ich falle nicht so aber der sei bis okay einfach dafür dass er kostenlos ist kommt man hier wochen sie kommt man auch um die lehnen in diese diese schlange amorten modifizieren oder modifizieren einmal hier die Mütze Mütze, ne ok sind die oben, sind die oben? Nein, Waffen sind die raus runter gekommen Pump und so die Linie Pump der Pump brauchst du noch ne gute ist das schon mal oben? Schmutzung vorne sind aber Gegnern direkt und hier unten wohnt 2G hier unten läuft einer 100 Patchwork in der Luft, Stavis, Stavis stark ich bin ich von der Gang zu denen ja eine habe ich in der Luft, Hedges, ne oh mein Gott ich wurde Todesges... oh mein Gott ich bin auf da 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 lass rüber fliegen aber wo sind wir Alter bin ich in der ausöffnung von der seite ein bisschen der slow bisschen der halt ich denke er hat abgebrochen kommt nach oben genau vor mir halt weiter kommen zu beider bei diesen beiden das ding ist ja 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 marvins und uns marvin und kettin und meine karte sind noch an der sonne nein ich würde gleich ich kann mich ja noch okay sind nur noch allerdings das andere die langen nicht so schnell aus und auf weiter ähm ich hole gleich karten ja muss gucken ob ein neustadtbus ist und kicker es war nur das game aber genau beziehungsweise so viel schweizer franken dank für das ist gegönnt namen kevin kuss drauf danke du klärst das oder alles wäre ja alle einzelne snacken aber da einer mit roller alleine der bietet es schon an oder aber ab und dann war es persönlich nicht mit pumpe weg noch einmal zornen nervt das sind motocross das ist noch das noch drei also drei in einem team also ist nicht so los oder so schick mal geschrieben ich habe er hat mich gebannt weil bei der wiederholung saß auswählen gegner deswegen sorry also ich hoffe ich kann jetzt wieder auf die zirka drei gegner es ist ein ganzer man das ist ein das sind noch drei leute trio na man das sind aber nur ein Ja, das war's. Ja, das war's. Komm, Schastu, Schastu. Easy, bro, easy. Ja, Mann, Schastus. Handbomb kommt, der will. Der will, sich an uns. Der will, sich an uns. Der will, sich an uns. Stark. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Der Lab kannst du weghauen. Schade. War gut, war gut. War sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann Tannenbaum, ich haffe den. Ja, dann Tannenbaum, ich haffe den. Ja, dann Tannenbaum, ja. Über alles, Bruder. So, ich sag, ja, ich sag mal, tschüss. Und auf jeden Fall, war geil mit euch. Hat euch viel Spaß gemacht. Und vergisst nicht alle, den Stream zu liken. Brauch nicht abonnieren. Prank Plus kann man abonnieren. Und den Creator Code Prank Plus eingeben. Den alten Shop. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Und gute Nacht. Danke. Gute Nacht euch auch, ne? Gute Nacht, Jungs. Danke für auch einen fetten Support heute, ne? Heftig. Ja, Mann. Haut rein, Bro. Wow. Ich hab ne Frage noch. Easy, easy. Seid ihr bei seinen Videos, ne? Mhm. Beim Game Master Videos. Habt ihr auch mal überlegt, die nicht zu schneiden? Weil manche Freunde aus meiner Klasse sagen, dass sie manchmal komisch aussehen. Und dass sie halt... Jeder weiß halt, dass sie so nicht echt sind halt. Mhm. Jeder weiß das halt. Und dann fragen die mich halt immer, ob die echt sind. Also sind die jetzt richtig echt? Oder bearbeitest du die oder drehst du die mit einem Freund, dass er sich so verkleidet als Game Master? Das werden wir leider niemals erfahren. Ja, Mann. Warte, er geht immer wieder weg. Er meldet sich. Er kommt. Das bleibt dein Geheimnis. Okay. Das ist wie der Weihnachtsmann. Gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Weißt du? Genau. Beim Game Master ist das gleiche Spiel. War nur ne Frage. Easy, easy. Okay. Ich komm morgen beim Stream nochmal vorbei. Alles klar. Schlaf, schlaf, schlaf. Morgen, Bro. Gute Nacht. Let's go. Okay. Albin. ist der Game Master. Jetzt ist es raus, Leute. Albin, komm rein. Mit wem wollten wir noch? Ach so, ich muss kurz das gucken. Jo. Also mit Albin wollten wir zocken. Ja, Mann. Albin wollten auch einen Kollegen mit reinschleppen. Also wie der Squad dann, ne? Okay, okay, okay. Let's go. Noch jemand mit Basti? Oder soll der Basti mit reinnehmen? Komm, Basti, Bro. Albin. Letzte Runde? Letzte Runde eigentlich, ja? Ja. Letzte Runde. Hä? Warte. Was geht jetzt ab? Wo bist du, Kevin? Weiter. Noch Anfrage? Warte, warte, warte. Wer ist Dings? Der Kon? Ach so, das Kollege. Keine Ahnung. Hä? Bro, what? Seit wann kann man mit 5 Leuten in Gruppe hier tun? Nur chillen, aber 4 geht noch nicht. Ja. Man kann sogar zu 16. Okay, dann lass mit Basti und Albin spielen, oder? Yes sir. Würde ich sagen. Wer ist der andere? Dein Kollege, Albin? Ja. Kicken das mal aus. Leider. Zieh damit wieder vor. Ja. Heute sehr sternes Community-Programm. That's true. Okay. Letzte Runde. Squad. Let's go, man. Let's go. Let's go. Streamliken. Boah, wir haben 1,5 Likes stark. Boah, 8 Stunden haben wir voll. 8 Stunden ist crazy. Absolut Rekord, Leute. Wer hat nicht mehr 7. Absolut Rekord, Leute. Frohes Neues. Frohes Neues. 2024 ist eigentlich stramm reingestartet. Dieser Neujahr-Stream, Alter. Ja, Mann. La Familia, gute Nacht, Bruder. An alle, die schlafen gehen. Gute Nacht. Wow, wow, wow. Hannes mit 6 Euro hier. Mitten in der Nacht, Bruder. Fetten Dank für All-Support. Bin wieder da vom letzten Stream. Willkommen, Bro. Freut uns. Willkommen. Frohes Neues. Nachtschluss im Rekord-Stream heute, Alter. Wow, mieser Support. Zu crazy, Alter. Ja, zu krasser Support. Da hat man keinen Bock einfach wegzugehen. Alles im Stream hier wieder, Alter. Ja, Mann. Wild am Start. Ja, das muss ja aufschauen, was wir alles jetzt gedreht hatten, ne? Boah, Mann. Erstmal sortieren. Ja, muss gleich. Wenn wir ein schönes DR4-Blatt parat liegen haben. Ja, Notizen. Let's go, Bro. Oh. Nose-Support macht gar keinen Sinn. Eine Kugel fliegt einfach. Irgendwohin. Mal sehen, ob Albi wieder alle Kills klaut. Ja, Mann. Squad. Trio haben wir jetzt noch Riffen. Ich. Diesmal Squad, Bruder. Okay. Wir können entscheiden. Wo sollen wir landen? Ja, Mann. Boah. Hier. Oh, Riff für die Kids. Jetzt gäbe es da eine Medaille, ja, ne? Nee, nee. Fanzing. 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 Fanzing, Fanzing. Fanzing, 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 Fanzing. Fanzing, 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 Fanzing. Ok, letzte Runde für heute. Theo Du Sett fern plrån. Wir haben in 4 Uhr geknackt, krass nicht mehr so lange wach gewesen. aufgefallen auch wenn man klingelt hat. Ja, Mann. Obohl man relativ normal war. Wachbar trainiert und alles volles programm okay langen richtig viele auf mich drauf der mich alle gehackt okay du bist ja komplett alleine ja ich bin zusammen ja ich bin zusammen wir holen es für uns stop 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 da kommt noch Tresor ok ok da ist noch ein Puffi ah ich glaube die kommt pushen genau naja man bei Squats du bist du noch? alles komm ja wo ist das da oben? ja unten ist da irgendwas drin noch? zwei Küsten normale nein Puffi nein Puffi Puffi ah doch hier ist ne Station nice nice ah ja unten sind die ja wir sind gerade um die Ränder alle zusammen ich komm wo sind die? ah ich hab die alle nice Hör Warte auf Karte äh ich hol ich hol schon jetzt noch vom Start wir spielen mit Bauen ne äh Lava soooo what the hell haben wir eben auch mit Bauen gespielt was? mit Bauen? mit Bauen Brunner was haben wir denn jetzt ab? ja doch ich glaub schon, wem es kein Quartest eben hat da gar keiner, ach so, aber eben hat keiner gebaunt, weil wir mit Bannon hier und dem anderen hier ist jemand mit Bannon äh mit hier mit Bannon ich glaub wurde automatisch so umgestellt, weil wir kurz zu verkünft in der Labyrinthe ok 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 erst mal dran gewöhnen, oder? ja Bluelife und Waffen ich hab Bluelife ich hab Minis oder steck einfach fest ok ok mit Bauen, Mola, Squats Aurora, hier sind die Argo egal musst du alles können, Mola hab ihn sind die noch welche? da war nur einer der komisch hatte er auch einen, gell? ja vertrau, wenn du so Heal-Sachen hast und es Calvin geben willst, dann werf es lieber ach so, stimmt stimmt ich spars viel mehr Zeit und so ist das da vorne hinten irgendwo ach so war die das? ne die ist ja was hinter dem Buschlau, nice hab ihn von da hinten schiff 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 Easy, easy. Du willst eine Snipermonie? Ja, ich hab. Brauchst du? Ja, ich hab noch einen Schuss. Okay, Bro. Wo wollen wir mit uns? Warum hast du kein Auto? Ein Auto brauchen wir. Egal, lass die Zone erstmal. Warte hinter uns. Hinter uns? Ah. Ich seh, ich seh, der baut sich nicht mehr. Na drauf, weiße Läden. Da auch noch. Nice. Laufen die alle alleine rum, Alter? Er wird logisch. Seid immer noch live. Ja, Mann. Wir gehen jetzt gleich fernen, Alter. Das ist die letzte Runde jetzt, Alter. Gehören ist ein Matsch. Besser. Das ist die letzte Runde. Bro, einfach Schaden bekommen uns. Das vorne Haken unbedingt. Ohne Haken ist sehr. Ohne Haken ist sehr. Ohne Haken ist sehr. Ohne Haken ist so. Ja, was auch wir hinten? Ohne Haken? Egal, das war uns, sondern topforms. Ohne Haken ist so. Ich glaube, hier sind Gs drin. Ah, hier hat Zöl voll. Und unten ist einer. 105. Ab ihn. Nice. Ich finisch. Er ist down. Nice. Jetzt mal easy winstacken mit Bauen hier. Aber es ist auch mal erfrischend irgendwie. Willst du abwechseln? Mhm. Oh, Grappler. Alles genau. Ach, der hat das vorne. Ich komme, ich komme. von hinten noch da sniper einfach die schneiden aus ecke noch einer pinke wie macht das macht das zwar ein skills insgesamt oder es geht ab das hat dieser jessie jessie pränko ich hab ihn nicht gefunden ach so danke 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 genau da war ja aber hast du nicht gebannt nein nein jemand anders tun ok ja wir klären das noch hab ich ja wenn das jetzt genau das ist aber es sagte so wie es ist das kann kein zufall sein das war schon sehr komisch und auch beide nicht pränko sondern pränko weißt du so sehr vergleichen sehr verdächtig und die größte konkurrenzen ausgestattet sehr sehr schmierig 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 rein Guckt einfach ob die beide duo waren. Wenn die ein duo waren, dann waren die 100% in der Runde. Kann man das sehen? Ja, man kann sehen ob die teammates waren. Okay, vielleicht morgen gucken wir uns das nochmal an. Dann wäre es eindeutig. Ist das der Ben? Bruder, geh mal schlafen jetzt Ben. Was? Ist er das? Ist das er? Ja. Geh mal Ben jetzt. Du wolltest ja bis hin, bis du ausschlafen. Geh mal Ben jetzt Bruder. Auf entspannen wir den Euro und meldet er sich zurück. Auf trocken Bruder, hier schau dich schon. Er war einfach ein elfjähriger Stop-Donator. Ich schwör das. Ja. Ich hoffe der Vater weiß echt Bescheid, ja. Auf rein. Hä, wo sind die alle? Sieh Steps, ah hier unten noch. Oh mies. Geh Claude. Hä? Albin. Kennt man nicht anders. Snackt wieder meine Kills hier. Man kennt's, man kennt's. Snackt alles weg. Boah mieser Loot, ja. Pass auf Shots von Albo. Schau die Shots Shots. Alter. Wild, wild, wild. 24 Kills. Was geht hier ab wieder? Ich hab 14. Uff. Uff. Dank. Das ist der Fall für drei Engel für Prankbro, Simon. Die hießen auch noch Prankbro, Bruder. Verdächtig, verdächtig. Ich schwör, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ah. Okay, nicht mehr viele Leute. Pannischer, Alter. Insel kommt jetzt. Hast du nicht? Nagel? Ich hab das nicht nachher. Du hast了吧. Du hast sie gesehen. Ich thicke dich wirklich nicht mit den Knallen. Ja. Dicht. Gehtal ich gern. Du bist gerade sein. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ich bin mit zwei Fünfzüberschlafen. Ein Bock zu schlafen. Verrückt. Danke dir, Bro. Danke für deinen Support, Bro. Ah, da unten, ne? Wo? Wo, Bro. Wo, ein Hit gedrückt. Das ist ein Bastel. Oh, von rechts irgendwo. Einer steht unten im Wasser. Von der in der Futterracht. Sollen wir hier bleiben erst noch? Ja, ne? Nein. Ein Snipe von da. Oh. Oh, Headshot, Bruder. Kriegst irgendwo im Wasser, aber wird eh geheilt. Boah, Headshot sind so saftig, ne? Mhm. I love it. Good shots, good shots. Geht schon mal Trampeling. Da hinten ist noch eine Medaille. Ach so, das sind die mit Medaille, ne? Die steppen rüber. Oh, fein Hit gedrückt, Bruder. Sollen wir pushen im Haus da hinten? Ja. Bro, es hängen in der Luft. Okay, die pushen alle rüber. Pass auf, sind es für viele, ne? Ja. Zwei Tannenbäume, Bruder. Oh, Tannenbäume, Bruder. Oh mein Gott, Tannenbäume, Bruder. Ja, das ist ein Tannenbäume, Bruder. So, Flop, da. So, auf, stehe ich nicht. Oh. Dann wird gedrückt bekommen. Und das Flop. Wo haut der jetzt nur? Okay, Eivin geht richtig rein. In die Materie. Boah, der ist alles kaputt. Nice. Stark, Bro. Stark, Bro. Oh, das ist ein Sniper. Stark, Bro. Er hat alles gelt. Bravo. Habt ihr alle rasiert? Ja, ich glaube ja. Habt ihr eigentlich ganz schnell gesehen, Alter. Crazy, crazy, crazy. Fufi wer neust. Fufi lockt dann nur euch. Sehr nett. Ich guck kurz. Oder Medi, hat einer Medi? Ja. Oh shit. Braucht es mal dick rein. Ja. Hier kämen die Minis. Oh. Die Medi wartet. Brauchst Medi? Ja, Mann. Hast du? Ja, ja, ja. Kannst du auch werfen, so mit rechts, ne? Rechts und dann... Hast du das auswählen genommen? Ah, egal, egal, egal. Alles gut. Okay, lass hoch, lass hoch. Ah, ja. Spar der Zeit, ne? Sonst... Ja, Mann. Ja, hier, Bruder. Knall dir einen rein. Helden. Ja. Ja. Das war der letzte, Bruder. Easy, starkes Squad, Bruder. Alvin, Maschine wie immer. Crazy. Crazy Squad. Geil, Mann. Zweites Squad ziehe ich heute sogar. Wild Alvin mit 19 Kills, Bruder. Krank. Alter, verrückt. Der letzte Runde. Oh mein Gott. Leute, GG's, GG's. Danke, dass ihr am Start wart. Danke an alle. Ben nochmal mit 2,50 auf den Linden, Bruder. Kranker Support, der rollt die Nacht hier. Der Ziv ist crazy mit elf Jahren, Bruder. Der ist immer noch wach, Bruder. Krass. Und wir schwenken die Weißpfahle. Danke für deinen fetten Support. Danke an alle, dass sie am Start waren. Danke an alle, die am Start waren. So tief in der Nacht noch. Ja, Mann. Danke an alle, die am Start waren. Geileres Film, Rekord heute. Starke, starke Arbeit. Du bist auch noch am Start. Ja, Mann. Alle am Start hier. Crazy, Mann. Absolut crazy. Starke Mitglieder, starke Mods. Ja, Mann. Geile Runden hier. Zu, zu, wild. Morgen sind wir wieder am Start. Ja, Mann. 8,5 Stunden. Leute sind morgen Abend wieder am Start. Ja, Mann. Morgen Abend wieder. Aufwärmung auf 24 Stunden Streaming. Ja, Mann. Frohes Neues an alle und eine fette gute Nacht. Schlaft schön, Leute. Schlaft schön aus. Wir sind raus für heute. Wir sehen uns morgen, alter Frische. Bis zum nächsten Stream morgen.